So, Klos im Hals, was ist denn los? Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Wieder zurück hier beim, ja, Tigergesicht und... Nix geil, nix... Ich wusste, ich hab was vergessen. Freunde, wie geht's euch? Ich hab kein Geisterfahrzeug und Streamer-Mode mach ich auch noch an, damit ich's gleich nicht vergesse. Meine Güte. Wie geht's euch, Freunde? Ist alles fit bei euch an diesem wunderschönen Sonntagabend? Ich kann's kaum glauben, aber es ist schon wieder fast Ende April. Das Monat ist so insane schnell vergangen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein absoluter Wahnsinn. So, hier hab ich ein markanter Lump mit 5,99. Hallo, Andreas. Auf einem tollen Stream, was macht man, wenn man auf der Autobahn nicht mehr weiß, wo man ist? Umdrehen und das Radio anmachen. Ganz gute Idee. Das ist... Lifehack. Hätte ich damals schon mal Bundes erlernen müssen. Ja, Freunde, wie geht's euch? Alles fresh bei euch? Ich bin heute wieder mit Bratan Slatan zurück. Und... Ja. Ich bin da, wo ich das letzte Mal aufgewacht bin. Das letzte Mal, wo ich mit Habub da war, hab ich nicht gestreamt. Da war dieser Nationalbankraub. Ich glaub, ihr habt den Stream von Kurt geschaut, ne? Ja. Ja. Ich bin auf jeden Fall da. Und ich muss jetzt irgendwie in ein Auto kommen. Und ich muss dann irgendwie, irgendwie zum Hauptplatz kommen. Heute gibt's nämlich einen besonderen Stream. Das wird heute ein ganz besonderer Stream. Und es wird geil. Das kann ich euch auch schon sagen. Es wird geil. Ich freu mich schon drauf. Aber... Hallo. Müssen wir mal raus hier mal in die Piss gucken. Alter, wie viele Autos. Guten Tag. Die Leute da sind. Da liegt wieder irgendeiner. Aber bei euch ist alles Knülle, oder? Ja, ja. Alles gut. Bei euch ist schon alles fit. Grüße. Was ist mit dem hier? Gerade alle hinten. Eieiei. Warte, wir haben die hinten. Bitte? Wir haben eine Einstellungsrunde, große. Oha, warte, lass mich mal gucken. Einstellungsrunde, oder was? Wer ist hier drin? Mach's dir auf, Shasha. Was ist denn da hinten los? Hähn! Gautisch will, was ist da los? Dann darfst du einmal wegtreten. Dann darfst du nicht mehr zu mir her. Warum? 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 Scheiße, Bruder. Was ist hier los, Alter? So, was bist du derzeit vom Büro? Stille ich auf den Boots. Was? Oder? Dann darfst du einmal auf die Seite drinnen. Habu, putz in die Hintergrund. Habu, putz in die Hintergrund. Der nächste, bitte. Außer du willst auch das Azubi werden. Warte mal. Jan, komm her, egal. Derzeitiger Beruf. Arbeitslos. Perfekt. Einmal auf die Seite drinnen. Juck. Du hast ja auch. Du hast ja auch. Ja, Bruder. Hä, wo kommt ein Wins jetzt her? Was geht? Alter, hier gibt es nicht zuerst. Alter, wir sind da. Wir haben die Lieber, Bruder. Für die haben wir jetzt gerade nichts. Was geht, Bruder? Bin ich Füder? Mein Beruf ist Schneckenchecken. Das passt. Du bleibst Schneckenchecker. Genau. Besonders die Mom von Rian. Jo. Okay. Okay, okay. Ja, du cool. Aber ich habe heute andere Pläne. Ich habe heute andere Pläne. Lass mich mal schauen. Fuck. Ja, Mann. Ja, ich will den Leuten nicht ihr eigenes Auto klauen. Mensch, Maya. Oh, ja. Brauchen wir jetzt mal mein Skateboard. Und dann muss ich mal irgendwo zum Parkplatz. Parkplatz. Das ist schon mal. Nicht das Handy. Ich brauche ein Skateboard. Hallo. Mann, ich verwechsel das immer mit dem Skateboard. Ich steige immer mit. Wo ist jetzt mein Skateboard? Ah, da. Ich habe es gerade nicht gesehen. Das ist aber mit G. Freunde, wenn ihr neu seid auf dem Kanal, würde ich mich mega, mega, würde ich mich mega geehrt fühlen, wenn ihr hier kostenlos ein Abo da lässt. Auf die Glocke haut. Ihr wisst. Und, ja. Wenn ihr auch gerne kostenlos hier ein Like da lässt, euren Freunden von mir erzählt oder den Stream teilt, wie sie wollt. Das ist alles Support. Und, ja. Ich drücke euch ganz fest. Barbermäßig. So, Melanie Melly. Dankeschön fürs VIP werden. Ich schaue mich mal hier rum. In das Melon. Alles Gute zum Geburtstag. Es war Zufall, dass ich heute stream. Ich habe mir heute so gedacht, so, hä? So, okay. Habe ich heute irgendwie den Elan zu streamen? Habe ich so, ja. Habe ich so kurz geschrieben, so. Lass mal was machen. Er so, ja, hast Ideen. Ja, wir haben Ideen. Easy. Ich wollte eigentlich ja gar nicht jetzt bei 1 zu 7 so großartig auftauchen. Weil ich will heute eigentlich ja gar nicht so da involviert sein. Hoffentlich tragen mich jetzt nicht ein und glauben, ich bin da für den 207 verfügbar. Wenn, ja, dann sollen sie mich anrufen. Stoffel Lohnchen. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wurscht. Ähm, so. Dann fahre ich mal hier rüber. Und besorge mir mal irgendwo ein Auto. Ich habe irgendwie Lust, mit dem G-Wagon zu fahren. Oder soll ich? Ist ein Auto von mir in der Versicherung? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich früher oder später rausfinden. Oder wisst du was? Ich fahre mal einfach auf Verdacht zur Versicherung. Vielleicht habe ich ein Glück. Und es ist dort ein Auto drin, was ich geil finde. Und wenn nicht, dann habe ich ein Auto weniger in der Versicherung. Dann kannst du direkt damit zum Parkplatz fahren. Und ich habe nicht so weit. Skateboard fahren ist nämlich verdammt anstrengend. Es geht richtig in die Knie. Schau. Wenn die Knie geknommen hat. Das ist so still hier irgendwie, ne? Das ist so wie ausgestorben. Und man hört, dass das auch so creepy ist. Kann ich den klauen? Das ist ein fetter Rolls-Häus, Alter. Bruder, jetzt erst mal Geisel. Scheiße. Scheiße. Mann. Ich hätte ihn jetzt irgendwie gern geklaut. Aber ja. Schau mal, was hier drin ist. Vielleicht hatte ich noch Glück und mein... Oha, mein Schatzi ist drin. Ich wusste... Ich war mir nämlich nicht sicher, ob ich im letzten Stream... Ähm, im letzten 1.07, wo da sein... Ähm, mein Auto ausgepackt hat. Und ich wusste, ne? Dass ich es irgendwie noch im Gelände stehen habe. Ha! Mein Lieblingsauto direkt. So, warte mal. Gut. Ich hoffe, ich stehe jetzt nicht 10-fach auf der Fahndung. Sonst muss ich wieder direkt abhauen. Aber ich habe einen vollen Tank. Michael Rote. Hallihallo. Guten Tag. Freunde, wir müssen mal für den Anfang... Ich wecke mal CJ auf. CJ! Komm mal her und mach mal Stimmung jetzt. Halleluja. Mein Liebster. Können wir mal hier Party machen, Leute. Auf den Like-Button schalern. Damit es schon mal durchzwiebelt, hey. Wie Döner. Da zieh willst du mich auch herum. Jawohl. Einmal rein mit dem Knoblauch. So. Wirst du nicht aufsperren. Steve Wendler. Dankeschön für 10 Euro, mein Liebster. War mal hier. Könnt das 10 Euro Superjet. Das ist aber nett. So, wir fahren hier mit dem AMG Black Series. Durch die Bamba. Wir fahren jetzt Richtung Hauptplatz. Ich muss... Am Hauptplatz muss ich noch Blümchen holen. Für was ganz Besonderes. Kannst du mal Winke-Winke machen? Warte mal, Rami. Extra für dich. Extra für dich. Hi. Guten Tag. Wollt ihr mir noch was bei Shisha-Bar besorgen? Fuck. Was gab's zum Mittagessen? Ey, heute hat's Chevape gegeben. Chevape, Halloumi vom Grill. Und, ähm... Ding hat's heute gegeben. So Brot, so... Knoblauch-Brot. So geil, Alter. Ich stelle mich da jetzt hin in die Shisha-Bar rein, Alter. Slater am Draht dann, Alter. Ey, Freunde, schreibt's mir nicht rein, dass ich in Funk gehen muss. Ich bin mit Absicht nicht in Funk. Chills. Eure Base. Ich bin mit Absicht nicht im Funk. Ich muss hier mal Shisha-Bar, Alter. Gut, gut, gut. Ey, noch ein... Vorher noch ein Drink. Das wär's, Alter. Brot dann. Mach mir den Drink, Alter. Anderbar. Chevape, geil, Alter. Bestes Story ist Marius, der Chevape-Meister. Marius, der Chevape-Meister, hat Chevape verbrannt. Vor... Vor dem Grillen sagt er so, yo. Ich mach die besten Chevape der Welt, Alter. Ich bin der Beste. Mhm. Das... 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 Ja. Chevape waren richtig verbrannt, Alter. Ey, bist du der Kindergartenfreund mit Bauglötzchen, der draufgepisst hat? Ey, bist du der, der nie bis drei zählen hat können, Bruder? Ja, Wallah, das bin ich. Bist du das jetzt? Wallah. Bist du? Ja, natürlich. Bist du? Ich hab dir damals auf deinen Bauglötz gepisst. Dann warst du das. Auf Bauglötzburg, ne? Auf Bauglötzburg, ja, ja. Ja, Mann, dann bist du das, ey, Bruder. Wallah. Ich hab schon gedacht, du bist die Kartoffel dahinter. Ey, Bruder. Ey, aber dein Arschnitt ist wie der Busch da hinten, Bruder. Fast vertauscht, Mann. Ja, Bruder, du schaust aus, als hättest du das gleiche Arschnitt, nur als hättest du hinten wer Zopf gemacht, so. Ja, hab auch Zopf, Bruder. Ja, warum hast du Zopf, Bruder? Der war abgeschnitten, oder was? Hat nicht gereicht für Kurzarschnitt. Ja, Bruder, ich dachte, du hast so Topfschnitt. Ey, warte. Deine Mutter hat dir immer Topf aufgesetzt und dann zwischen den Haaren die Topfschnitt gemacht. Anscheinend hat meine Mutter jetzt dir die Haare geschnitten. Nein, deine Mutter hat beste Gulasch gemacht. Ich hab danach immer Durchfall gehabt und hümpfe für fünf Tage. Hat dich, hat dich rein, ja, Bruder, die hat Tabasco reingegangen, weißt du. Aber tolle, Mann. Nein, die hat diese dreckigen Würstchen reingemacht, die sie auf der Straße gefunden hat, diese Ecke lacht. Hast du die mitgebracht, oder was, damals? Nein, nein, die Mutter hat immer diese Eintopf gemacht, so. Beste Eintopf, Alter. Nein, war nix gut. Naja. Ey, weißt du, ich... Ich bin dich wieder so zu sehen, Bruder, du bist groß geworden. Ich kenne dich noch so als kleine Kurz, weißt du. Ja, ich sag, Bruder, du warst damals so groß wie heute dein Schuh, Alter. Aber Pimmel auch noch immer so klein wie früher, na? Da hat nicht viel verändert. Bruder, Alter, weißt du. Es ist Zeit und sind gekommen, Alter, und man wächst mit der Zeit, weißt du. Man wächst, ja, guck mal, was ich hab. Ich hab Geschenk mitgebracht. Willst du abend? Was hast du für Geschenk? Ja, Bruder, hast du das auch? Ja, guck mal hier, guck mal. Brauchst du sowas? Was denn? Einen Meinungsverstärker. Warte mal, Bruder. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Aha. Guck, 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 Hubschrauber, Bruder. Ja, Hubschrauber, wo denn? Da drüben? Wir haben gerade geflogen. Hast du nicht gesehen? Ja, nein, die machen gerade da drüber, machen die gerade Problematikum auf der Baustelle. Ich hab gesagt, was ist da los? Also, ja, Baustelle ist gerade hochgegangen. Boah, springt der runter, oder was? Keine Ahnung, Bruder. Ist mir doch egal, wenn der wäre unterschrieben. Ich hab nur gesagt, ich muss heute noch Kran fahren. Dann hat er gesagt, ich mag was später machen. Kran, Bruder. Machst du Kranfahrer? Ja, nein, ich mach ab und zu mal Kranfahrerei, ja. Ich mach ab und zu mal. Hast du gelben Helm auch? Oh, Wallah, ich hab kein Feuerzeug. Warte mal. Was für Helm, Bruder? So gelben Helm, Bruder. So wie Bob, weißt du doch. Nein, Bruder, das war früher, heutzutage macht man nicht mehr mit Helm. Also, heute macht man so eine Frisur. Ja, heute macht man so eine Frisur. Wenn man es draufhält, pedert abweicht. Easy. Deshalb, ich hab 15.000 Liter so Kleber drin, dann passiert auch nichts. Das ist ein Steinhaar und das bleibt für eine Woche drin und dann nicht einfach nachtun, weißt du? Ah ja. Und deswegen hast du so Stirn, Nacken, Alter. Trägt das ganze Haargel. Ja, Bruder, Haargel bleibt drin, dann passiert auf Baustelle ja nichts. Wenn mir da jetzt jemand in mein Auto reinkracht, Bruder, dann mach ich Stress. Boah, Wallah, ich muss dir was erzählen. Erzähl. Bruder, ich will jetzt nicht so flexen oder so irgendwie. Aber, Bruder, ich bin Millionär. Oha. Soll ich dir was sagen? Ich bin weit davon entfernt, Millionär zu sein. Boah, Wallah, das freut mich für dich. Danke, Bruder, mich auch. Wallah, weißt du, was ich gemacht habe? Wir müssen gucken. Bruder, ich hatte so voll Stress, da war so Mafia bei mir. Also, ich erkläre dir jetzt mal so den vielen, was passiert ist. Aber Mafia bei mir, die wollten mich hops nehmen, der eine hat mich hops genommen, ich war Krankenhaus. Weißt du, was ich gemacht habe? Wallah, sind die blöd. Der eine von Mafia hat mir mal Schlüssel für Haus gegeben. Ich habe das ganze Haus leer geräumt, Bruder. Oha. Wallah, ganz im Haus. Was war da drin? Was waren da? Boah, Bruder, Drogen, Alter. Weißt du, was da alles drin war? Da war Kusch, ganz viel. Da war Coca. Bruder, ich habe alles verkauft. Ich bin jetzt Millionär durch die... Ich sag so richtig schlechtes Kameraden. Meinst du, Millionär über Nacht oder was? Wallah, das war Millionär über Nacht. Ich habe, Bruder, ich habe X-Millionen da. Ich muss mal gucken. Ich schau mal kurz, Kontostand. Aufgepasst. Jetzt halt mich fest. Bank sagt, 1,16 Millionen. Bank sagt... Also, sondern 1.166.000 und 1 Euro. Ja, Bruder. Also, 1 Dollar. Bank, bei mir mieser, Alter. Nix gut. Ja, Bruder, du musst ein bisschen... Weißt du, du musst hinter... Bruder, ich habe ja noch Schlüssel. Wir können ja mal reingucken, was drin ist, weißt du? Oha, ja, lass machen, Bruder. Ja, Bruder, ich muss gucken. Ich habe dafür Auto. Ja, Bruder, ich habe auch Auto. Komm, lass losgehen. Wir können mal gleich gucken. Weißt du, wenn wir zu zweit ziehen? Wo stehst du, Alter? Weißt du, wie damals... Bruder auf Hauptplatz. Ja, warte, ich fahre mal um die Ecke. Meinst du dem, der, was wir die Nasenhaare gezogen haben? Nein, nein, das war der andere. Der Dreyko war der mit den komischen Achselhaaren. Weißt du, der komische... Achso, ich wusste, es war es mit Haaren. Ja, nee, der war seine Mutter, war große Bär, war das. War, war Mutter nicht Panzer? Ja. Ey, warte, ich hole mal Karren und fahre mal hier vorne. Also, ja, ja, ich... Ey, Jungs, Alter. Das darf eigentlich so... Das ist eigentlich... Eigentlich müsste man... Eigentlich müsste man in dem Moment jetzt... Sagen, okay, das ist zu viel. Das... Die Kombination, das ist eigentlich zu viel. Okay, Bruder, das ist... Das ist Auto, den kann ich mir nicht leisten, Bruder. Na, wobei, jetzt kann ich nicht leisten. Was hast du bezahlt dafür? Bruder, der kostet so mit Tuning, allem drum und so 500k, Alter. Warte, soll ich kaufen? Lass mal gucken, das kostet... 500k, Alter. Auto. Auf Ebay vielleicht. Ey, den habe ich... Den habe ich in Gold, Alter. Ey. Den, den ich habe gerade, oder? Also, nee, Bruder, ich habe G63. Ich habe den neuen. Das ist alt. Ja, Bruder, ich konnte... Ich konnte mir gerade so alt erleichtern, vielleicht. Ja, 500.000, 500.000. Nein, gibt's nicht. Ja, Bruder, ich hätte auch gern so ein Gold. Das sieht gut aus. Schau mal, das passt zu meinem Outfit. Guck. Mit Gold so, weißt du? Ja, goldiges Leben, Alter. Wir waren damals schon Gold, Junge. Guck mal. Boah, Bruder, schön, schön. Ich habe bei mir jede Auto Gold. Ey, Bruder, wegen Kennzeichen, ne? Ja, ja. Bist du bei denen, oder was machst du da? Oder ist das einfach so just for fun? Nee, Bruder, Alter. Das ist Familie. Das Kennzeichen. Bruder, die haben mal richtig Stress gemacht bei mir, aber da war echt Problematik. Ja, dann hast du aber mit denen Stress gemacht. Ja, aber wir haben nicht mehr Stress. Weißt du, aber wir hatten mal richtig richtig Stress zu sein. Bruder, die haben mich fast, schau mal, siehst du, siehst du hier oben diese Tower, die haben mich da fast drüber geschmissen, Bruder. Oha. Ja, weißt du, was nämlich passiert ist? Ich habe nämlich da jemanden mal als Geisel genommen und wusste nicht, dass der dort dazugehört und dann haben die richtig Stress gemacht, Bruder. Und das, umso schlimmer noch, ich habe den vor allen Polizisten hingerichtet und dann haben die mir richtig Probleme gemacht und ja, aber es ist wieder alles gut. Wir haben uns dann wieder verstanden und so. Aber ich habe kurz seit meinem Leben gesehen vor mir. Du musst dich eigentlich sonst boxen dafür. Ja, ja. Das ist Familie und du bist Bratan. Ja. Ja. Nee, aber ich mache keinen Stress mehr mit denen, weil die waren eigentlich sonst ganz lieb zu mir und das war nicht mit Absicht, so weißt. Ich habe nicht gewusst, wer das ist, so weißt. Es war so irgendwer. Keine Ahnung, wer das war. Bruder, ich will auch so ein Auto. Aber komm, wir fahren. Komm, komm. Wo fahren wir zu Hause? Ich fahre dir nach. Bruder, fahre mit mir mit. Komm. Ich muss in die Tiefgarage. Ja, ja. Ja, ja, fahrt gut. Ja, also. So rein da. Bruder, jetzt kommt Baby. Ey, bleib doch. Bruder, was macht er denn? Alter, ich habe gedacht, er fährt dich jetzt mit. Wallah, Bruder, du fährst, als hättest du große alte Wohnwagen mit dem Auto. Das Ding ist Schrott, Mann. Ich muss zwei. Nee, fahr ich nicht. Dann fahren die Werkstatt, Alter, du Kobold. Man, Alter. Dann macht er ein Problem, Alter. Gebt er gleich an. Ich schaue schon wieder. Ich glaube, vielleicht fährt der Hubschrauber im Nachhinein. Okay. Keine Ahnung, was ich... Der hat Mäf im Kofferraum. Ey. Oh, Bruder, ich habe... Der da hinten. Warte, warte, warte. Lass mal gucken, ganz kurz, ja. Bevor ich hier losfahre. Nicht, dass ich noch Mäf im Kofferraum habe oder so. Ich meine doch nicht dich, du Honk. Aber Wallah, Gott sei Dank. Nein, weil kein Bruder, es kann wirklich sein, dass noch Mäf im Kofferraum ist. Bruder, ich musste was erzählen. Also ich bin lieber dreifach, weißt du? Weißt du, letztens war ich so in Nationalbank. Ja. War ich Opfer von Opfern. Ja. Ja. Und dann... Bruder, haben die bei mir Waffen im Kofferraum gefunden, Bruder. Ja, ja, ja. Ja. Und dann war ich Verdächtiger. Ja. 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 Weißt du. Haben die mich voll angeschissen. Hast du Kofferraum? Wirst du sagen, die ist dein Auto, ist dein Kofferraum? Sagen die dir so, ja, musst du rein in den Klass. Ja. Und dann hast du das zu Problemen gekriegt, oder was? Aber richtig. Hey, warte, lass mich auf Handy checken. Vielleicht hat mir eh schon Supreme Court geschrieben. Oh, Bruder, ich habe auch schon lange auf Handy gekriegt. Lass mal gucken. Vielleicht kriege ich irgendeine Nachricht oder so. Scheiße. Bruder, 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 wer ist denn dieser Chase, Herr Neumann, kenne ich nicht. Keine Ahnung, ob ich mal eingeschränke. Ich habe noch nie gehört. Sehr geehrter Herr Hartmann, Sie haben noch eine offene Akte bei uns im Supreme. Oh, Bruder, was ist denn das her? Auch keine Ahnung, Bruder. Meldet die Filme zusammen. Schreib ihm zurück. Guten Tag, Herr Altmann. Warte, wir parken uns hier, okay? Okay. Damit die so aussieht, als wären wir hier, weißt du? So verstehst du. Wenn nicht, dass wer kommt, weil ich glaube, Haus ist offen. Lass mal gucken. Bruder, am besten, wir nehmen noch Waffe oder so mit. Du hast ja auch Pistole, oder? Oh, Bruder, wie echte G. Ja, aber guck mal, was ich dabei habe. Schau, habe ich irgendwann mal geklaut. Oha. Ja, die hatten die da drin, in dem Haus da drin. Die Scheiße haben wir Polizei weggenommen, hatte ich alles im Kofferraum. Ja, Bruder, ich bin richtig ausgestattet. Also, wenn die Stress machen, dann mache ich richtig Stress, Alter. Aber wo ist denn die Scheiß, Bruder? So, in der kommen. Also, mal gucken, links, rechts, nix. So, ich glaube, nach vorne, die Haus ist das. Das Blaue. Ja, das hier, das hier, genau. Der hat mir mal so ein Typ von Mafia, hat mir mal Schüsse gegeben, weißt du? Oha. Und der hat mir da vertraut, irgendwie. Aber, Wallah, wenn der jetzt offen ist, ich würde so lachen, wenn da wieder Sachen drin sind, so. Warte, soll nicht, also, ich mach mal, hier so, offen, komm mal, miet. Also, Bruder, ich sag's so, wie es ist, Alter. Vier Hände tragen mehr als zwei, Alter. Ja, Wallah, gucken wir gleich mal, ob da was drin ist, ja. Da ist schon mal leere, miese. Wallah, Bruder, ich glaube, das alles leer ist. Das Haus zu suchen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist denn das? Da ist Wodka drin, also, wenn du küsst mal Wodka drauf, da ist Wodka. Können wir uns einen ansaufen. Warte, da ist Wodka drin, aber ich glaube, wir mal gucken. Schon da geguckt? Ja, ja. Warte, zu dem Tresor kommst du hier nicht hin. Warte, Marco. Jetzt. Jetzt. Oha, Sniper, Alter. Ja, nur. Okay, schon was drin, guck. Da ist noch nix. Ah, da ist auch Sniper drin, Bruder. Da ist ein Sniper, kannst du mitnehmen. Aber ich glaube, die haben hier alles leer, sonst. Alles leer, Bruder. Und mit dem Sniper kannst du eh nicht schießen. Nein, nein, ich habe auch schon Sniper, aber die haben sonst nix, glaube ich. Ich kann nochmal hier gucken in der Sofa, oder was? Okay, in der Sofa. Guck, Alter, ist Gamer. So. Wawala, Bruder. Glaubst du, da kloppt sich einer auf dem Elf, oder was? Ja. Boah, Wala, ich glaube schon, oder? Der hat den Elf auf alle vier Monitor. Boah, Bruder, dem nicht mehr... Ey, ich will nicht wissen, was der unter Schwarzlicht hier macht. Alter. Alter. Ich kann nach dir, Bruder, was du? Ja, sperr mal zu, die Scheiße. Ja, so schon zu, Bruder. Wieso bellt hier der Hund, obwohl kein Hund da ist, Alter. Ja, der macht ja nur Angst, dass da keiner reinkommt, weißt? Dass die Angst kriegen. Ja, hat der hier... Ja, drinnen ist so. Boah, hier stinkt. Boah, Wala, ich dachte, die haben ein bisschen was drin, was ich mitnehmen kann, so, weißt? Wie das sein können. Stinkt das denn hier so? Ja, weil der Hund davon hingeschissen hat, der wohnt da eben. Ey, aber das ist voll geil hier, das Haus. Kannst gleich Preise checken, immer. Weißt, den Markt. Stimmt schon, ja, da kannst du gleich Preise checken, aber boah, wenn man sagt, die da nichts mehr einlagern, kann ich auch nichts mehr mitnehmen, weißt? Ich hoffe, dass die einfach da ein bisschen mal wieder was da lassen für mich. Weil ich bin, ich bin, wie gesagt, durch die bin ich letztes Mal Millionär geworden, Bruder. Das war Millionär. Alter, wenn die wüssten, Alter. Boah, wenn die wüssten, dass ich war, Bruder, aber das darfst du kein Erzählen, ja? Das ist der Einzige, die mich erzählt hat, Bruder. Nein, nein. Schade. Weißt du, ich mache auch oft Stress mit Leuten, das ist das Problem. Und da, wenn die Stress mit mir angefangen haben, ich bin Stress mit denen so gemacht, weißt? Ja, ja. Deshalb waren wir da nicht mehr so gut miteinander, weißt du? Ich muss da ein bisschen aufpassen, weil bei mir ist immer so mit Familien. Wenn ich bei mir mache, ist gleich ganze Familie am Arsch. Also wenn du Stress schiebst, oder was? Ja, ja, ja. Aber ich bin da so mehr der Ausreißer in der Familie. Mir ist das mehr egal. Ich will ein bisschen meine Brat anschützen. Wenn, dann nehme ich das auf meine Karte. Hey, aber der Wagen, der drückt ganz schön, Alter. Guck mal, was der, Bruder, guck mal, was der zieht hier, wenn jemand drückt. Der drückt aber mehr als mein Gegner. Der drückt ziemlich, Bruder. Ich setze dich am Blaulicht. Guck. Drehst schon um. Ja, der dreht nix um. Dem interessiert es gar nicht, glaube ich, oder? Nee, nicht dröhnen. Alter, bei mir wäre schon Nationalgarde, Alter. Und Schweizergarde würde schon am Fenster stehen, Alter. Nee, nein, das würde gar nicht. Aber wie ich probiere, bin mir auch nur 160. Nee, da wird schon so eine Mütze. Bruder, ich überlege gerade, was soll ich mit einer Million machen? Soll ich mir mal ein Auto kaufen damit? Kauf dir Shisha-Bar. Eine Shisha-Bar? Kauf dir Shisha-Bar und dann war nette Mütze. Ey, Bruder. Ja? Bruder, wenn ich eine Shisha-Bar aufmache, willst du zu meiner Shisha-Bar kommen oder willst du nicht? Safe. Aber mit der Perle da im Auto. Ja, die ist gerade am überlegen, was du für Kennzeichen willst. Shisha-Bar. Ja, aber willst du die nicht aufmachen? Shisha-Bar, Bruder. Ich mache Shisha-Bar als Kennzeichen. Boah, wenn du nicht vergeben... Warte, 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 nicht machen, nicht machen. Bruder, ich brauche Shisha-Bar auf Auto. Da brauche ich ein Shisha-Bar-Fahrzeug. Wo war der? Der sieht uns nicht. Ja, ist... Ich gebe, wie würde ich den übelst gerne Hops nehmen mit dem Polizisten da drin. Wenn du den Hops nimmst, passiert genau nix. Muss ich probieren, oder was? Das ist, das ist so, das ist so ein Sonderkommando da hinten. Probier's mal. Ach so. Ja, ja. Da, den kannst du probieren. Ich glaube, das ist sogar dreimal. Boah, Bruder. Ich frage dir da jetzt auch mal. Hallo, Entschuldigung. Mal eine Frage. Will ich einen Shisha-Bar? Kommt ihr meinen Shisha-Bar oder nicht? Also, erstens mal sollten sie nicht mitten auf der Straße einfach stehen bleiben. Ey, warte, fragen wir mal die da hin. Ja, aber da ist doch keiner hinter mir. Da ist doch alles okay. Ja, trotzdem. Ey, Bruder. Ich habe mit dem Polizisten da drin geredet, der hat mir das nicht kennengelernt. Der ist an jeden Fall gefahren. Mit dem haben sie, glaube ich, nicht gesprochen. Ja, ja, doch. Mit dem habe ich vorhin an der Kreuz an euch geredet. Mit dem hat gesagt, ist okay. Ey, wir haben mit dem gesprochen. Alter. Also, ich... So, wenn ich jetzt so Shisha-Bar aufmache, so mit richtig Gras- und Apfel-Tabak-Shisha, weißt, würden sie dann vorbeikommen oder würden sie sagen, nee, ja, nix? Also, ich frage den da hin. Ich rauche nicht. Könnten sie bitte nicht hin. Sonja, ganz sehen, war VIP. Dankeschön. Ey, läuft der weg von mir oder was? Ey, das habe ich gesehen. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Also, der hat zweimal gesagt, nein, zweimal Shisha-Bar, nein. Also, ich weiß nicht, ob... Hast du gesehen? Der hat rote Auto kaputt gemacht. Ja, mich gesehen. Habe ich gesehen. Ein Herz für Sonja. Danke für das Sehensabgift. Warte, vielleicht mal wegschieben, der Auto. Einfach wegfahren damit. Gehört jetzt und? Oder hat keiner gesehen? Keiner gemeldet? Warum steht der jetzt da? Entschuldigung. Ey, der hat... Meine Frage, würden Sie Shisha-Bar, wenn ich Shisha-Bar aufmache? Würden Sie Shisha-Bar zu mir kommen oder würden Sie sagen... Dankeschön, liebe Sonja. Wenn ich außer dir ist bin, dann bestimmt. Boah, das ist schön. Sie auch? Also, zweimal ja? Ja, kommt auf den Tabak an, ne? Ja, Abfäll, Abfäll, Zimt. Oh, das ist gut. So wie der redet, kommt er auch im Dienst. Ey, Bruder, Waller, ich glaube, du bist direkt Shisha-Bar, würde gut laufen, wenn ich aufmache. Du hast recht, Bruder. Ey, warte, mach mal den roten Kübel da weg, Mann. Den hat euer Freund, hat den hier hergestellt. Oder der hat den angefahren. Ja, steht der da mitten auf Straße. Hat gleiche Auto wie ihr gehabt, nur in Lowrider. Okay. Wett, die machen das nicht. Ne, ja, keine Ahnung, der steht halt jetzt standard. Wäre so ein Problem. Ja, nicht unser, das ist schreck. Ja, weißt du, Bruder, ich wollte eigentlich ein schöner Auto kaufen, aber ich weiß nicht, ob Autos offen sind, das ist eine Problematik. Letzt mal hatten die wieder nicht offen, da wollte ich mir ein gutes Auto leisten. Weißt du, ich habe ja eine Million jetzt. Ja, ja. Boah, Waller, soll ich da mal reingehen und mal so ein bisschen die eine Million unter die Nase reiben, in der Pizzeria? Ja, Bruder. Wallah, komm, mach, mach, mach. Komm, wir machen. Wir gehen jetzt einfach Pizza kaufen, okay? Frag, ob die One Million Pizza haben. Und wenn die nicht One Million Pizza... Ja, und wenn die machen, da mehr da ist. Es sieht irgendwie geschlossen aus. Und wenn die nicht One Million Pizza haben, dann... Ja, keine Ahnung. Ey, wir könnten sonst hinter den Hof schauen. Vielleicht chillen die dort. Hallo? Hallo? Warte, ich schau mal hinter den Hof. Hallo? Danke, Bader, für fünf Sub-Gifts an der Stelle. Dankeschön. Hinterhof ist auch keiner. Easy. Ey, macht's mal bitte ein Herzring für Sonja und für Bader. Boah. Für die ehrenhaften Sub-Gifts und bedankt euch, Freunde. Wallah, Bruder, ich glaub, da ist selbst mit ihnen. Guck, musst du selber reingehen. Hallo? Warte, ich mach mich jetzt, hast du jetzt mal einen Shake oder so. Ey, Bruder, scheiß drauf. Ey, hast du hier schon mal gegessen, die Pizza mit Gorgonzola, Käserand? Ja, Bruder, die schmeckt nach Haarschritze. Die schmeckt nach richtig Arschloch. Ja, schmeckt... Bruder, schmeckt so, als würde man sich irgendwie ein Stück Papier zwischen den Arschfalte kleben, nach einer Woche rausholen, und das dann essen, Bruder. So ungefähr. Wallah, ich glaub, da kommt keiner. Hey, Mann. Hey, Mann. Wallah, das ist so typisch. Ich will keine Arbeiten. Weißt du, alle sagen, Bruder, ich verdiene so wenig Geld oder nichts zu machen. Ja, warum arbeiten die nicht? Weil die sind am Drogen machen. Vielleicht können wir die irgendwo besuchen, auf so einer Riese oder so. Wie, die sind am Drogen machen. Glaubst du, die machen gerade Drogos? Hast du nicht gesagt, du hast einen von der Mafia abgezogen? Ja, 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 schon, ja, schon. Kann sein, ja. Vielleicht dann warten wir. Ey, Bruder, guck mal, was steht da für Reifen, für Felge dran, Bruder. Dich klauen, oder? Passt überhaupt nichts auf Auto. Hallo? Scheiße. Hallo? Wallah. Ey, Bruder, deck mich ein bisschen. Ich mach, ich mach, ich nehm die, ich nehm die Felgen ab, ja. Okay, okay. Ich mach jetzt Felgen ab. Ich hoffe, der sieht das jetzt. Hast du Holzklotz mit? Warte, ich bring dir. Ja, der Bruder holt Holzklotz. Jetzt mal Felgen klauen. Schick mal hier ran, Alter. Aufbocken. Warte, ja, wir bocken auf. Wir bocken auf. Ja, geil. Wischst du da mit? Hier, wir nochmal bei der anderen Felge, ja? Wo geh, hab ich noch klotzt? Ja. 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 Wallah, das ist richtig schöne Felge, Bruder. Dann kann ich auf mein 3er BMW drauf machen. Ey, wo verscherbelst du sowas? Ja, nee, ich mach auf 3er BMW drauf. Oder über Küchentisch. Ach so. Oder sowas, weißt du? Das sind mir besser gedacht. Entweder ich mach selber, oder wenn ich nicht brauche, tue ich auf Küchentisch. Dann mach ich mir Küchentisch drauf. Ey, häng dir über Computer zu Hause, also drüber Felge. Könnte ich auch machen, ja, ja. Und da, wo du? Wallah, der Bruder kommt einer. Uiuiui, Bruder. Wenn der fragt, wer putzt den auch, okay? Wallah, ich glaub, der arbeitet da. So, ich schraub das jetzt an. Die Wandlocke, die Felgen. Ich schraube ihn an, so. Wieder neu. Dann schraube ich vorne auch nochmal an, ja. Die nochmal anschrauben. So, hier nochmal anschrauben, genau. Machst du schön. Hallo? Hallo? Sag mal, was macht ihr da? Ja, wir haben gerade die Winterreifen gegen Sommerreifen montiert. Okay, okay. Er hat den Winterreifen-Service geholt. Wir haben gerade die Sommerreifen weggenommen und haben die Winterreifen-Block gezogen. Okay, alles klar. So verdienen wir Geld, wissen Sie? Arbeiten Sie in Pizzeria? Richtig. Oh, perfekt. Weil ich wollte eigentlich Pizza kaufen gehen. Macht der Kollege weiter, dann will ich gerne ein bisschen Pizza kaufen, ja? Ja, okay, kann man machen. Ja, machen wir. Ja, der Kollege macht das weiter. Ja, okay. Wie sind Sie? Wir machen das komplett schon seit Jahren. Wir machen das nicht. Oh mein Gott. Ah, gut. Passt. Da haben wir mal... Da haben wir mal... Das Auto aufgebockt, ne? Ein paar Felgen mitgenommen. Wir haben die Sommerreifen... Ah, die Winterreifen gegen die Sommerreifen getauscht. Da haben wir angerufen. Was geht da, Biko? Hey, Habub? Was geht, Bruder? Äh, nix. Aiden, du stück Scheiße. I hate you. Mensch. Aiden ist ja auch so ein Saftsack, ne? Mein Göttchen. Aber wir müssen mal Asche machen, Bruder. Aber wirklich. Aiden ist so ein Saftsack. Wicht ihm das ausfalsch entsieht. Dass er ein Saftsack ist. Tschüss. Pisser. Ich will mich mal hier. Guti. Ja, so kann man halt auch Hops genommen werden. Das ist ja alles für noch Asche. Dann mal hier den... Eigentlich haben wir alle Felgen. Ich weiß, wo alles sind. Braucht denn der so lange? Glaub ich ihn auch. Er machte mir noch Thunfisch oder so. Ja, Wallah. Ich habe gerade Thunfisch bestellt. Und Salami. Acht Stück. Also acht Stück Thunfisch. Acht Stück Salami. Es brennt da hinten schon wieder. Oh, Bruder. Feuer am Hauptplatz, Alter. Hey, Bruder. Feuer am Hauptplatz. Guck mal. Hey. Alter, wie es da brennt. Wie schön. Achso, ich habe... Warte mal, dann gebe ich dir... Aber Bruder, ich habe noch ein bisschen... Bruder, komm mal her. Ich gebe dir mal kurz Salami. Wallah, komm mal her, Bruder. Näher zu mir. Er macht dir hier Liebesgeständnisse jetzt, oder was? Wallah, Bruder, du... Du, Bruder. Da, nimm. Hey, Bruder, was steht los? Was habt ihr alle so viel Pizza? Warte, dann esse ich ein bisschen. Was habe ich oben sonst... Was soll ich denn frei? Salami, oder was? Warte. Wie viel Salami hast du dabei, Bruder? Eine ganze, Alter. Wallah, dann esse ich die schnell runter. Die alte... Aber nicht kotzen. So, jetzt habe ich. Bitte. Jetzt achtmal Salami. Salami achtmal Thunfisch. Danke. Danke. So, bitteschön. Und Kostin? Ach, das geht heute mal aufs Haus. Oh, das ist aber sehr lieb von ihm. Dankeschön. Danke. Heute habe ich einen guten Tag, ja. Danke, dann... Ich gebe Ihnen ein bisschen... Aber geben Sie nicht alles auf einmal aus, ja? Schau, 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 der da draußen aufbockt. Schau. Schau, 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 wie aufbockt ist da drüben. Oh mein Gott. Ja. Dann, äh, tschüss. Tschüss. Äh, Bruder, wir müssen noch die Dings runter machen, die Glötzchen. Habe ich schon. Bei mir ist noch oben. Ja, nee. Oh, Wallah, Bruder, was steht mit dem Auto los? Wallah, ich glaube, irgendwas steht mit dem Auto nicht. Irgendwas steht mit der Kist nicht. Und dürft ihr mal ihren Namen erfahren, warum sie eigentlich an dem Auto rummacht? Wir haben einen Service bekommen von Hausplatz. Wie ist denn ihr Name? Thomas Zvezkowicz. Wir haben nämlich vorgegeben... Richtig. Thomas Zvezkowicz. Thomas Zvezkowicz. Ja, was denn? Hast du einen Service von Thomas Zvezkowicz gebucht für dein Auto? Wallah, Bruder, wir müssen jetzt fahren. Das ist ganz schön dringend jetzt langsam. Das ist besser für euch. Nein, wir haben wirklich... Thomas Zvezkowicz, merke ich mir. Na, lass dir lieber Ausweis geben, ey. Wallah, nein, wir haben nur gemacht, weil er wollte Winterreifen zum Sommerreifen, weißt du? Mehr war nicht. Direkt Stress. Wir haben einen schönen gemacht, ja. Seit wann wird sowas nicht in der Werkstatt gemacht? Und wir haben poliert, wir haben poliert. Ja, wir arbeiten für Werkstatt, für Zvezkowicz-Werkstatt. Aha. Ich weiß nicht, dass es so eine Werkstatt gibt. Ja, ist neu. Ist neu? Ja. Wo seid denn ihr da in der Stadt? Kennst du, wenn du an dieser Kreuzung draufherst, wenn du Kreuzung draufherst, ja, warte, wo ist diese Lagistraße? Gibt es eine Lagistraße? Naja, da steckt schon wieder im Auto drin. Ah, ah. Wenn du vorbeifährst, hast du so ein großes Rechts- und Autohaus, wo steht Auto Sunset und so blaue Schrift, weißt du? Oh mein. Ich kann dir zeigen, Bruder, soll ich dir zeigen? Ja, alles gut. Ich glaube, der klappt ja alles gut. Ich kann dir hinbringen, wir machen da Service Winterreifen, Sommerreifen, Sommerreifen mit Winterreifen, Winterreifen, Sommerreifen und so weiter. Komplette Winterreifen-Service für Sommerreifen. Gut. Wir fahren. Dankeschön. Sehr gerne. Oh, warte, Bruder, ich muss dir noch ganz kurz gucken, bevor ich mich heraue. Move your ass! Come on, it's weak! Wallah, der sagt ja immer einfach Thomas Zwetschkowitsch, wenn einer fragt, wenn du siehst, ja? Wenn dich einer fragt, wie du heißt, sagst du Thomas Zwetschkowitsch? Dann sind wir die Thomas Zwetschkowitsch wieder, weißt du? Das war brillante Idee. Wallah, der hat nicht gemerkt, dass wir uns getauscht haben. Wer weißt, weil hier oben, guck mal, hier siehst du diese, hier diese Garage. Wenn wir fragen, wer arbeiten, wir arbeiten hier. Domestic Japanese European Autohaus, weißt du hier? Alles abgedeckt, guck mal. Ja, das ist alles. Auto Exotic, hier arbeiten wir. Auto Exotic, ja genau. Das ist richtig Exotic, hier ist Lamborghini Standard. Gut, ich muss jetzt echt gucken, wie ich am besten jetzt ein Auto kenne, weil ich brauche eigentlich neue Autos. Reicht dir der nicht, oder was? Nein, Bruder, ich mag den nicht, weil der ist mir zwar schnell und so, aber der ist halt off und ich hätte gerne mal sowas Sportliches. Bruder, ich habe mir bis jetzt nicht mal einmal Supersport ohne so geholt. So, ich kann dir einen leihen, Alter. Du kannst mir einen leihen. Ja, ja. Bruder, das ist nicht dasselbe, wenn man selber... Okay, Freunde. Dankeschön. DirectX ist gecrasht, Alter. Danke, Robert. Das ging aber schnell, ne? DirectX meint so, jo. DirectX sagt so, jo, ich hasse dich, bro. Und sagt einfach so... Ne... Oh mein Gott. Ja, da ist halt einmal DirectX gecrasht, äh, encounter, den Error. Aber, Freunde, damit wir nicht faul sind, machen wir mal ganz kurz hier die Like Nuke rein. Aktive, schmackhafte, schmacksvolle Like Nuke. Auf euren Nacken. Let's go! Damit ihr gleich einmal wisst, wo wir sahen, ne? So. Ja, RIP-Chat, ich weiß. Das war mega RIP. Aber, naja, wir sind wieder da, ging ja schnell. Stepper, da hätte ich ja mir jetzt so... Auf die 10 Likes. Damit wir schon mal wissen... Warte mal, wo ist denn das hier? Ach, ein Hund. Hallo, Hund. Stinky. Also, ein echter Hund. Ja, ich... Ich hab nen Hund. Süßen, kleinen... Er ist einfach ohne mich gefahren, bro. Danke. Gut, dass ich eine Nummer hab' oder irgendwas. Einfach mal ohne abgerissen. Tschüss. Passt. Perfekt, Alter. Danke, Bro. Danke. Dass ich mich immer auf meine Mitmenschen verlassen kann. Also, das ist was Tolles. Schau mal hier. Ich glaub, das G'scheiteste ist einfach, dass ich bei der Tankstelle einfach warte. Bis er vielleicht checkt. Ach, da ist er ja. Guck mal. Warte mal, ich war noch schnell Pies in den Busch. Pies in den Busch. Pies in den Busch. Ich dachte, du hast doch mich vergessen. Ja, ja, Bruder. Ich war schnell Pies in den Busch. Ich weiß nicht, aber ich dachte schon, du hast mich vergessen. Na, warte mal. Ich bin mit Bimmel gegen den Busch gekommen. Jetzt brennt das. Ey, wir müssen... Wir müssen heute Asche machen, Barth. Äh, ich kenn... Bruder, ich kenn kein Asche. Asche zu Asche kennst du nicht. Äh, nein, Bruder, ich kenn Asche nicht. Also, wenn du Asche suchst, ich weiß nicht, wo der ich... Also, ich kenne... Wir müssen fett Kohle machen. Äh, wie? Für Shisha-Bau war was? Ja, Bruder, also, wenn wir das frühstimmen wollen mit Shisha-Bau, müssen wir Kohle machen. Wir müssen Kohle machen. Ja, ja, ja. Für Shisha-Bau, klar. Kohle machen kann man auf viele Art und Weise. Gut, voilà. Guck mal, das juckt den nicht. Entschuldigung, Jungs. Ja. Wisst ihr, wo Asche ist? Wo was ist? Äh, wir suchen Asche. Aber richtig viel Asche. Mann, wie richtig viel Asche? Heißt ja richtig viel Asche, oder was? Äh, bei der Bank. Oder bei der Staatsbank. Staatsbank. Ey, da ist richtig viel Asche. Bruder, das ist Bank. Ja, Bruder, Bruder, Entschuldigung, ich habe gute Döner von gegessen, von Pizzeria. Habe ich gerade ganz viel abgelaufene Scheiße gegessen. Nein, ähm, bei Asche. Also, Asche wisst ihr nicht, wo der ist, oder? Nein. Nein, wir suchen nämlich Asche. Also, mein Freund sucht Asche. Na gut, danke. Ja, wie gesagt, oben bei der Bank, da wäre viel, aber du müsstest halt ein bisschen arbeiten dafür. Bei der Bank ist Asche. Okay, danke, Bruder, danke. Kuss, geht raus. Kuss. Ey. Warte, ich pack mir schnell ein, ich gucke schnell, wir gehen in den Auto. Geht da, Bibi. Hey. Malz, hält die auf. Machst du deinen heißesten Ofen jetzt, oder was? Das ist, das ist dein heißester Ofen. Das ist, Bruder, das ist mein heißester Ofen, weil ich mach auf. Ey, Bruder, in dem Auto fühle ich mich wie ein richtiger Gangster. Ja, guck mal, was ich machen kann, ich stehe. Warte, wenn der geht noch nicht. Bin beeindruckt. Ja, eigentlich wollte ich Auto, ich muss Auto kaufen gehen, aber wenn keiner da ist, Bruder. Haben die, haben die Sonntag zu, oder was? Oh, warte, jetzt weiß ich, was ich für Kennzeichen mache. Ach, schau mal, da ist Polizei-Auto. Guck, bin der Clown. Da sitzt niemand drin. Ne, der gehört uns. Also, lass mal gucken, vielleicht ist es offen. Ne, hast Dietrich. Ne, warte, ich hab, Bruder, ich guck mal, ob ich Dietrich dabei habe. Ich glaube, ich habe, ja, hab ich, Bruder, hab ich. Geil. Warte. Sollen wir machen? Ja, ja, klar. Warte, Bruder, wenn wir da zusammengestaucht werden, vom Polizei, habe ich Probleme, weißt du? Haben wir richtig, Alter. Warte, ich hab, ich, ich, wir können den machen, wir können den machen. Warte, komm, wir machen zusammen. Du machst, du machst, äh, pass auf, du bleibst im Auto sitzen. Ja, und ich probiere aufknacken, ja. Ey, lass den vorhin noch voll tanken. Ey. Also, ist der leer, oder was? Der ist halb voll bei mir. Ja, das heißt halb leer, Bruder. Halb voll, ich bin Optimist. Weißt du doch. Ja, ich nicht, Bruder. Bist du Pessimist? Ja. Das ist Road to Führerschein-Abgabe. Kannst du gleich geradeaus, wenn die Polizei jetzt dran wird, kannst du weiterfahren. Ja, Hauvi. Warte mal, bist du Asche? Was hab ich? Ob du Asche bist. Aber ich Asche bin. Bist du Asche, bist nicht Asche, oder? Äh, nee. Kennst du nicht Asche zu Asche? Ja, ja, doch, äh, den Spruch kann ich schon. Das war Kinderfilm damals. Ey. Willst du mit dem Ofen fahren, oder was? Äh, was, mit dem hier? Ich hätt's sonst heiß in den Ofen. Bruder, äh, ich hab nicht mehr. Bruder, fahren wir doch mit dem, ist doch lustig. Ja, easy. Da fühl ich mich so wichtig wie ein echter Gangster, weißt du? Warte, ich mach nur ganz schnell, äh, Kennzeichen neu. Kennzeichen? Was machst du denn rauf für dieser hier? Mach rauf, hier, was ist das? M5, Alter. Mach 5. Für, für, für Übergeschwindigkeit. Staub zu Staub. Asche zu Asche. Bruh. Hast grad Loch im Kopf. Mach auf, mach 5. Warte mal. Ich hab nen Namen. Ey, warte mal, mach auf, mach mal auf. Ma, warte mal. Hast du heute noch Date mit Fatima, oder was? Warte mal. Ey, wie geht's eigentlich Fatima? Weiß nicht. Hast nicht mehr Kontakt mit Fatima. Cevkovic. Bruder, ich hab die letzte Mal, hab ich gesehen, in Kindergarten. Keine Ahnung, wer das jetzt hieß. Ey, Wiener, du Kennzeichen, ich hab jetzt Cevkovic auf Kennzeichen. Ey, was? Cevkovic. So. Ich hab gedacht, das heißt Cevkovic. Ey, Cevkovic. Mit dir kann man sich auch nur schenieren. Guck mal. Warte mal, geht nicht anders. So, wir probieren jetzt. Ey, Mann. Dann bleib, du sitzt hier nicht, probier aufknacken. Bruder, das wär so lustig, ich hätt mir, Bruder, wenn wir Polizei-Oper haben, können wir so viel Scheiße mitmachen, können wir Leute abziehen. Weißt du, dann machen wir Handtaschen abzu. Weißt du, was ich mein? Schmeckt. Boah, Waddle, der guckt blöd. Was guckst du so blöd, du blödes Stück und was? Waddle, ich schau, ob ich eine Maske habe, ja. So. So. Ich hab Vollbart. Sieht gut aus? Sieht richtig beschissen aus, Bruder. Leg los. Waddle, hast du Maske auf? Du brauchst Maske, Bruder. Ich hab Helm. Waddle, ich probier grad. Waddle, ich krieg das hier, Bruder. Ich schwör, ich krieg das hier. Mach mal hin, Bruder. Ja, Bruder. Die kommen. Die kommen. Die kommen. Ey, kriegst du geschissen oder was? Es geht los. Alter, mit dem Auto bin ich noch nie gefahren, ne? 100% Real Talk. Wuhu. Bin mit dem Auto actually wirklich noch nie gefahren. Wuhu. Shit, Mann. Ey, aber der geht ab. Ey, aber der geht ganz schön ab, ja. Die Kiste. Schauen wir mal Lego. Wui. Alter. Ja, Bruder, jetzt haben wir hier Party. Bisschen hacklastig ist er. Oh mein Gott. So wie es sich für den BMW eigentlich gehört, oder? Let's go, motherfucker. Ruhu. Ja klar, nehmen wir wieder den Blitzer mit, Alter. Ich glaube schon immer mehr Einheiten, ey. Wollt ihr mich jetzt da zusammenschwitzen, oder was? Jetzt fang ich auch an zu schwitzen. Mensch, Meier, du. So, Baby, jetzt geht die Party los, Alter. Wuhu. 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 Ey, das Auto. Wuhu. Okay. Bin ich noch hinten dran, oder was? Ich kann es gar nicht sehen. Ich hätte was. Ich hätte was für 10 FPS. Stream läuft, läuft wunderbar. Ich habe keine Unterbrecher gehabt. Ich habe keine Unterbrecher gehabt, oder was? Ich habe keine Unterbrecher gehabt. Ach, was ist mir richtig? Ich habe keine Unterbrecher gehabt, oder was? Ich habe keine Unterbrecher gehabt. Ich würde mal sagen, wie sind die los geworden? Hey, easy, Alter. Wir sind weg. Naja, nice, Alter, würde ich mal sagen. So schmeckt mir das. Das Gute ist, es ist ein Endzeichen, also von dem her. Gut, passt. Schatz, laggt es wirklich? Nein? Ja, okay. Okay, die Freundin hat gerade bestätigt, es laggt wirklich, aber bei mir der Stream, es ist alles stable. Also das Game ist bei mir stable, mein Internet ist stable, das wird dann an YouTube liegen. Ladet es vielleicht einfach mal neu rein oder so. Ja gut, dass ich seine Nummer habe, ne? Ja, gut, dass ich seine Nummer habe. Auf dem Hauptplatz jetzt warten, das wäre jetzt nicht so geil. Aber hey, wir sind entkommen. Aber es ist klar, dass es genau bei der Verfolgung sagt, natürlich zum Lagen. Ah, da, 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 da. 878, 910. 78, 910. 800, 78, 910. Das ist smart. Bruder, was geht? Bruder, das hat funktioniert zum Glück. Ey, ich bin auch weg. Ja, ich, ich auch. Ich bin, wenn du, weißt, weißt, wo ich bin? Ne, Bruder. Warte, ich bin unter Eclipse Tower. Ich bin in Grove Street. Ich bin in Garage drin, unter Eclipse Tower. Ich bin weggekommen, Bruder. Oha. Wander, sollen wir mit dem Auto scheisse bauen? Ja, lass machen, Alter. Ja, ja, dann, Wander, komm her, komm her, fahr zu mir. Wenn mich die... Ich bin da oben stehen lassen. Ja, jetzt, warte mal. Ne, ne, ich fahr schon mit dem Auto mal kurz, ja. Aber warte mal. Ja, ja, okay. Ich muss mal schauen, dass die mich nicht irgendwo aufgaben. Aber ich schau mal, dass ich... Ja, ja, ja. Ich fahr vorsichtig. Ja, ja, alles klar. Unter dem Eclipse Tower, das ist... Das müsste... Warte mal, das müsste da... Wo ist denn nochmal schnell der Eclipse Tower? Hier, ne. Wo ist denn der Eclipse Tower nochmal schnell? Leckt mich doch im Arsch. Das ist auch nicht der Eclipse Tower, ne? Achso, Eclipse Tower. Ne, 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 warte mal. Der ist ja da drüben. Der ist ja Richtung Hollywood Hills. Jetzt weiß ich schon wieder. Bullshit. Der ist ja da drüben irgendwo. Eclipse Tower da drüben. So, erste Verfolgung sagt, dass abends haben wir schon mal geballert. Das hat schon mal richtig Spaß gemacht. Äh, da drüben ist ja der Eclipse Tower. Weiß ich nämlich schon wieder. Hab mich gerade ein bisschen verdorren. Dann hab ich mich an GTA Online erinnert, dass ich da irgendwo mal gewohnt hab. Hey, der BMW fährt aber gar nicht mal so schlecht. Ich mein, äh, ich mag den Sound von dem Auto richtig gern. Der Sound ist ein Baber. Geht da, Bibi? Das geht. Wie fährt sich der? Wie fährt sich der? Wollen wir uns noch ein bisschen anziehen? Butter, in Kurven musst du aufpassen. Da fliegt der fast raus, so. Aber wir sind ja schnell und sehr wenig. Wir sind dann richtig gut weggekommen. Aber wir müssen uns so ein bisschen umziehen. Weißt du, so ein bisschen umstyling. So, weißt du, so Polizei. Wir müssen, ja, ja, genau, genau, genau. Dann müssen wir gucken. Warte, wir fahren. Wir fahren dann über Hills. Und dann machen wir schöne Outfit. Und wir brauchen den, wir brauchen den, den unbenutztesten, den unbenutzten Kleidungsraten. Äh, ja, warte, ich guck mal, wo der ist. Wo der hier ist sonst auch anonym. Guck mal. West Highway. Ist nicht der hier oben, am unbenutztesten, guck mal hier. Ist auch, ja, ist auch unbenutzt. Aber West Highway ist auch. Weil, weil dort, wo du bist, ist halt in der Nähe Akademie. Ja, das ist überall gekommen. Hey, Bruder, wir könnten uns, äh... Wir parken den Auto sowieso hin. Wir könnten uns, äh, einen Funk anmachen, wenn sowas ist wie jetzt. Ja, dann lass machen. Dann lass mich abholen können, dann weiß ich, warte, lass machen. Welche Nummer wäre am besten? Boah, was war denn unser Schuljahr? Weiß noch nicht. Unser Schuljahr, 1954. Wir machen nur Spaß. Wie wär's denn mit, äh, Funknummero, ähm, 85? Ja, bin ich dabei. Mal probieren mal. Es geht. Es geht. Oh, läuft. Läuft, ja. Läuft, läuft, läuft. Boah, ich wende, der hat, der hat, ich bin so schnell weggekommen mit Autos. Wirklich unfassbar, wie der fährt. Aber du musst aufpassen, in den Kurven, glaubst du, der schlägt es gleich raus. Schau mal, ich zeig dir. Siehst du, wie der abhebt, die, die, die Reifen vorne hier. Die Reifen heben sie ein bisschen ab. Ja, so ein B, ja, ja. Ja, siehst du? Oha. Aber der ist wendig, er ist fuck, Alter. Ja, er ist sehr wendig. Also ich bin damit gut weggekommen, muss ich sagen. Weil der sehr wendig war. Und der geht auch gut ab. Ja. Fresh. Wenn der, der, wie schon mal da vorne ist, hast du gesehen, wie der rechtsan ist? Hatschlags gehabt, Bruder. Du hast einen Drottel, Alter. Ja, Drogen im Kofferraum habe ich gerochen. Was ist mit Kofferraum? Ja, Drogen im Kofferraum habe ich gerochen. Und wir haben noch gar nicht Kofferräume nachgeschaut, fällt mir ein. Wir können ja Kofferräume auch fließen. Ich frage mich, wer ihm der gehört, Alter. L 51. Vielleicht haben wir schon das Trim, weißt du? Du wirst mal so nachgucken, wie der, in der Dings. So, hier, weißt du? Hier kannst du gut parken, nur dass ich man zieht, weißt du? Also, ich glaube, ich war hier erst einmal umziehen. So. Ich guck mal, ist hinten was Schönes drin im Kofferraum. Hast du Schlüssel eigentlich geklaut? Ja, ja, ich habe Schlüssel. Kein Problem. So, jetzt gehen wir uns mal hier so ein Ding machen. So ein Detektiv. So ein bisschen Polizei-Outfit. Aber kein... Was soll ich sehen? Ich bin schon in der Polizei. Machst du. Wir dürfen nur nichts Offizielles tragen. These Nuts. Ha! God, shut up! Wir dürfen nur inoffiziell tragen. Ja, ja, ja. Ich such kein Inoffizielles, ja? Ich auch. Das muss halt so ähnlich alles. Guck mal, hier so. Auch nur andere Farbe. Raffi, auf einen unterhaltsamen Wochenend-Ausgang mit deinem Stream. Ich danke dir. Herzchen für Raffi rein. Ihr wisst es jedes Mal. Raffi, immer Standardprogramm im Stream. Ehrenmann. Dankeschön. Kuss geht raus. Nein, ja. Jetzt siehst du Aushalte wie Inspector Gadget. Boah, guck mal hier so. Ja, ist perfekt so was. So was in der Hand. Ja, ja, mach. Das ist Haken 316. Was 316? Haken 316 hier im Geschäft. Bei Oberteil. Ist das so mal hinten? 316. 316. Haben wir noch Handschuhe auf. Guck mal. Oha. Muss ich nur die, jetzt muss ich die Gold Chain ablegen hier. Guck mal, kannst du hier so amerikanisches Logo rauf? Guck mal hier. We all live in in Amerika. Brauchst du noch Hose. Die Hose kannst du eigentlich wirklich die PD-Hose eigentlich nehmen, ne? geht ja kein Anzeichen drauf, dass das Oha. Fresher denn je. Guck mal, wie fresh, digga. Bin ich denn jetzt, Alter? Ey, komm. Lass mich mal machen. Hallo. Ich bräuchte so eine Mütze. Ich bräuchte so eine Käppi oder eine Mütze. Das ist so richtig typische LAPD, oder? Stimme hier. So eine Mütze. Ja, ich mach mit Mütze. Und dann mach ich noch eine Brille. So eine, stimmt, eine Weste. Ganz wichtig. Und dann brauch ich noch hier so, wie heißt denn das Teil schon? So eine Sonnenbrille. Aber diese Pilotenbrille brauch ich. So was ja. So was. Und dann noch eine Weste. Bestimmt ein Gurt. Ist so ein Gurt dran. Da ist noch extra. Darf es halt nur keine LAPD-Weste sein. Homeland Security. Oder guck, wie fresh wir sind, Alter. Oh mein. Bruder, ich fühle mich wie Polizei gerade. So ein bisschen. Das brauche ich noch. So Polizeimütze, weißt du? Ich hab nur gesehen von Securitas. Da muss ich gucken. Machst Helm, Alter. Ich hab Haube genommen, weil es ist kalt draußen. Alter, wie wir ausschauen einfach. Warte mal, wo ist denn eigentlich? Ich glaub, da holst du das bei die Ketten drin, oder? Ah, ist er nicht. Weil die scheiß Fliege geht mir so oft im Zeiger. Also ich fühle das gerade voll. Das ist richtig fresh. Und wir brauchen halt noch Maske, weißt du? Guter Bart. Oder warte hier. Wieso darf man keine LAPD-Weste nehmen, wenn man sich dann das Kopf ausgibt und das Kopf ausgeben, ist verboten. Ich brauche mal eine bessere Maske, weißt du? So sieht nicht aus, die Polizei. Nee, ich nehme das so. Geil. Boah, boah, dann nehme ich doch eine andere. und dann nehme ich doch eine andere. Ach, da wie. Dann fah ich so. Gut, let's go. Oh, guck mal, da drüben, da Polizei oder so? Das war doch Lamborghini Urus. Ja, kann ja Polizei sein, weißt? So machen wir heute Cash, Alter. Ja, so machen wir Cash, Bruder. Ich brauche, ich brauche langsam Werk zu kasten, weißt du? Hast du noch irgendwo? Boah, wala, Bruder, genau deshalb. Ich habe keine, nein. Ich muss gucken. Ey, du bist voll abgehoben gerade, hast du gesehen? Ah doch, warte, Bruder, ich habe einen, ich habe einen Werk zu kasten, warte, wir fahren voran. Warte, ich habe, der hebt schon halb ab, das Problematikum, weißt du? Ich stehe wieder. Ey, ich habe aber auch noch, ich habe auch noch. Ja gut, dann, ich mache dir ein Stück, okay? Geil, ist die Beste. Hallo? Hey. Boah, dann halt gerade hinten die Flieger schlagen. Dann können wir auch vorne die, äh, die Sachen wegmachen, die wir nicht brauchen, weißt? Ey, das fühle ich. Ja, fühle ich auch gemacht. Da machen wir, so. Mach's auf Plainlook. Wir können in Zivilpolizei fahren, weißt? Was für Zivilpolizei mit Lack. Lauf hast du. Überraschung. Du kannst, äh, machst du, machst du Dings ab, weißt? Ja, aber Zivil brauchst du doch Auto in ganz schwarz oder in ganz gelb oder in ganz magenta oder so. So. Ah, Buongiorno. Ey, das funktioniert. Können wir machen, wenn wir wollen, so, weißt? So. Geil, dass das funktioniert. Ja, aber das, ob das, ja, weißt du, der Scheiß ist, Bruder, wir haben uns jetzt blau angezogen, so wie in Uniform, und normal fahren die, so. dann machen wir drauf, aus rechts oder nach rechts, so. Außerdem ist es ein bisschen unauffälliger, weil die, weil ich sage jetzt mal, nicht die offiziellen Officer, weißt du, die, die so ehrenamtlich im Dienst sind, die fahren auch meistens mit so einem Ohr. So, ich ziehe aber auch Maske, so. Gut. Äh, Bruder, ich will auch zu Bad haben wie du. Warte, dann fahre ich aber nochmal, wohin den Bad machen lassen. Hab ich. Äh, wo kannst du, wo hast du denn her, Bruder, den Bad da vorne? Den habe ich, glaube ich, aus. Du, der war von Kleidungsladen zu Kleidungsladen. Ich glaube, den habe ich aus Maskenladen. Eber Maskenladen? Ja, ja. Na echt, da muss ich aber dahin. Ja, weil das ist nicht, das ist nicht Bad, was ich mir von Untershirt runtergerissen habe, das ist Bad von, weil Untershirt habe ich jetzt gehört, denn. Ja gut, dann bin ich auch. Ja, dann lass, lass Ding fahren, so Masken. Also, wir Masken machen, mit Blankquadrat. Ich hätte auch kein so Bad, wie du machen. Fahren wir Strand, oder was? Ja. Weißt du, was geil wäre, Polizeifunkabhör. Schreien, Hacker. Wäre lustig, ja. Das wäre fett, Mann. Und dann so tun, als wenn wir echte Polizisten sind. Meinst du, so richtig echte Polizisten? Ja, ja, so echte Polizisten, weißt du? Echte Polizisten. Echte Polizisten fahren auf der Straße und halten Leute an. Oh, oder? Ich habe gedacht, echte Polizisten, die, die benutzen immer so Scripts, weißt du, die, die lesen immer Vorschriften, so Script da drunter. Also, ja, gut sein. Valle, ich habe richtig Spaß mit dem Ding. Ich habe richtig Spaß. Ja, ich kotze mich halt an, hier neben dir. Aber ist okay. Ja, macht da mal Spaß, Bruder. Schlag dich nur nicht über. Was, was, was aufschlagen? Ei aufschlagen oder was? Ei überschlagen. Nein, 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 du musst dir keine Sorge machen, ich weiß, wie ich fahre. Ja, genau. Bruder, du warst der in der Klasse, der nicht mal bis drei zählen konnte. Ja, jetzt kann ich mittlerweile bis vier, weiß ich. Ich meine, habe ich etwas geschafft. Aber du hast noch fünf Finger, Mann. Wieso kannst du nicht bis fünf zählen, wenn du fünf Finger an einer Hand hast? Mann, du darfst sicher noch auf Klötzchen drehen. Ey, Mann. Ich fahre hier nicht lang, Alter. Die scheißen sich zusammen, wenn hier wieder Polizei da ist. Warum? Ist der Nachbar, der sich auflegt, oder wie? Nicht Nachbar, Alter. Selber. Die laufen immer herum, wie aufgescheuchte Hühner, wenn du hier mit Polizei machst. Du meinst, wenn ich da vorbei fahre und das mache hier? Ich mache nochmal. Wenn er sich aufregt, ich mache jetzt, ich ziehe durch. Ey, weißt du was? Wir könnten, wir könnten, wir könnten. Achso, nein, das ist, nein, wir fahren nicht. Sollen wir da reinfahren, oder was? Kann man helfen? Allgemeine Verkehrskontrolle. Ich kriege den Führerschein und den Ausweis. Ja, alles gut. Nein, ich habe nur Spaß gemacht. Ey, Bruder, chill doch, chill doch. Ach, loo, Alter, leck. Was geht da, Bibi? Das sind meine Bratans. Er war Bruder Fahne. Ich kenne deine Bratans, ich kenne die anderen. So ein bisschen. Was geht? Die Weste kenne ich. Die haben nicht mehr LPD-Tropfen. Was geht da, Bibi? Ja, wir sind doch nicht derer. Aha! Oh my God. Kann ich helfen? Ja, Bruder. Nee, gar nichts kannst du tun, Bruder. Ja, moe. Sieh mal fliegen. Weißt du, diesen Wagen kennt er mehr so von der Rückwage. Wir haben den geklaut. 51. Wir haben den am Hauptplatz, haben wir den geklaut. mit Verfolgung und jetzt haben wir ein bisschen hergerichtet. Geil. Und jetzt können wir ein bisschen streifeln. Ein bisschen gucken, ein bisschen schauen, was wir machen. Nein, den kommt dir von Rückbank bekannt vor. Ich muss jetzt noch einen Bart holen. Der war das Bart holen. ich habe gesagt, ey, den kennt das Auto von Rückbank. Ach so. Da ist der alte neben mir, das. Weißt du, dich geschlagen hat, Alter. Was ist das neben dem? Nee, er hat. Ich habe gesagt, stehenbleiben. Du warst zu langsam, Alter. Bruder, was läuft, was läuft. Nee, alles gut. War nur Spaß. Ich habe gesagt, Edin kennt das Auto am besten von der Rückbank, weil er hier immer drauf sitzt. Ach so. Dann sagt er so, ja, weil deine alte hinten mit mir gesessen ist, habe ich gesagt, ja, weil sie dich vermöbelt hat. So ein Ding ist das. Warte mal, musst du jetzt funken? Kennzeichen Verkehrsanhaltung haben wir hier, SW02. Bruder, pass mal auf, wir machen jetzt einfach gar nichts. Wir sitzen da jetzt einfach und machen nichts. Hast du schon gefunkt, Bruder? Nein, Bruder. Ja, warte mal, hier vorne, der ist, der ist auf, Bruder, 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 weißt du, was ich mache? Ich warte jetzt hier einfach und warte, bis da durchdreht. Ey, der ist auf Fahndungsliste, Mann. Wir müssen Backup holen. Ja, der ist auf Fahndungsliste. Ach so. Bruder, fuck, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ah, Nationalbank. Nationalbank, ja. Nein, ich muss meine Dings hier noch holen. Bruder, da habe ich gerade extra so, habe ich geschrien, der ist auf Fahndung. Der ist auf Fahndung. Ja, ich habe gesagt, der ist auf Fahndung, habe ich geschrien und er schon Bruder gestartet. Der Arme. Stell dir vor, er ist wirklich auf Fahndung. Wir müssen tanken langsam, ne? Wenn ich scheiße fahre, dann steige ich aus, gebe ich dir in das Auto, ja? Ja, gar, ja. Ich habe manchmal, dass es mich überschlägt oder so, weil du schon so sagst. ich fahre so. So, warte, welche Nummer ist der Bart? Warte mal, ich zeige dir, was schönste Ziegenbart in Land ist. Ist 90. Du brauchst die, ne, du brauchst die auf den Rasieraufsatz 90, also 9 cm Länge. Ah, ja, 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 da habe ich schon. Warte mal, jetzt brauche ich noch gute Brille, ja? Du siehst aus, Alter, wie wenn du gerade irgendwie, so Rookie oder so. Ich sehe aus wie Rookie, ja, kommt hin. Jetzt wollen wir noch so Brille, weißt du? So Brille und dann ist lustig. Ich glaube, ich glaube, bei Polizei tragen Rookie immer nur langen Arm, weißt du? Ich glaube, wir schauen jetzt aus wie zwei Rookie. Eigentlich so müsste, einer von uns beiden müsste kurz anfangen. Das sieht echt aus. Ja, passt schon, passt schon. Wir sehen jetzt schon gut aus. Ich hole noch schnell andere Brille und dann passt. Wir sagen einfach, wir sind aus Winter schlafen. So dumm. Wo gibt's hier Brille? Hier irgendwo? Hey, Püppchen. Püppchen, hallo. Hupä. Hey, hast du morgen später auf ein paar Straßen drin? Ja, wenn, wenn, wenn nicht irgendwie scheiße passiert, ja. Warum nicht? Aber fahren mit, fahren mit Polizei runter. Bruder. Kannst du ja auch machen. Ja, wenn wir heute mit unserem Drip durch sind, dann rufe ich dich an, Bruder. Alles klar, perfekt. Easy. Ciao, ciao. Ciao. Ey, Kumpel hat gerade gefragt, ob ich nachher Bock auf Straßenrennen ballern habe. Kannst du mitmachen dann? Jawohl, sehr gern. Wir fahren dann, aber wir müssen schauen, Straßenrennen mit geklauten Cop-Autos. Ja, Bruder. Warte, ich probiere mich gerade irgendwie so anzuziehen, wie so richtige Kartoffeln. Ich brauche so eine richtige Polizeibrille. So, aber richtig. Ja, so fährt Cop oft rum. Was meinst du? Modedesigner, heute. Ja, warte, ich gucke gerade Brillen durch, ich sehe gerade nichts. Ich brauche eine, wo man nichts durchsieht. Guck mal, was ist mit der? Ja, das sieht aus wie richtiger Streberkorb. Ja, ich finde, das passt. Bruder, mich kennt man gar nicht mehr. Bruder, guck. Schau mal, meine auch, die Häser komplett undurchsicht. Ja, das passt doch, das passt doch. Jetzt sehen wir, wie eine echte Polizistin auspasst. Auf geht's auf die Reife. Wer wird unser erster Opfer? Ja, du. Ich muss das mal tankend fahren jetzt. Wo ist die nächste Tankstelle, Bruder? Hier vorne musst du fahren, musst du rechts fahren. vorne rechts. Ich brauche, ich brauche Rubelos und so. Brauche ich irgendein bisschen. Rubelos, spielst du oder was? Ja, ich spielst du. Warst du schon mal Casino? Ja, ja, Bruder, ich war schon, Wollte gerade sagen, Alter, vielleicht können wir Casino. Warte, habe ich Handschellen überhaupt? Warte, ich habe Handschellen. Ich brauche keine Handschellen, ich mache das immer so, mit Zip-Dye mache ich das. Ja, ich habe immer Handschellen dabei, Bruder, für solche Sachen. Stell dir mal vor, wir nehmen Leute fest und sagen, sie haben ja das Recht zu schweigen. Warte mal, ich zeige dir mal was. Was sie sagen kann und wird vorliegend gegen sie verwendet. Dreh dich mal. Ah, Bubba, ah, Wallah. Du bist jetzt vorläufig. Das ist geil. Ich stehe vorläufig fest, aber ich habe ich gelernt, Alter, in der Quantenschule. Ja, Bruder, du weißt, das war jetzt ganz schön heftig, Bruder, meine Arme tun jetzt, bewegen dir, musst du zahlen, aber ich bin jetzt im Krankenhaus wegen Problemen mit Armschmerzen. Ja, dann leg dich mit mir an, Alter. Meine Ellbogen tun wir und jetzt musst du zahlen auch. Wo ist Ellibogen? Ach, der Ellibogen. Hey Bruder, wir müssen probieren mit dem Auto. Wenn wir zum LAPD fahren und so tun, als wären wir echte Polizisten. Aber ich hole nur mal ganz schnell Rube los, ja? Das würde ich nicht tun zum LAPD fahren und so tun, als ob wir echte Polizisten sind. Mit dem Auto und Radar bleiben. Weißt du, wie kommt man auf so eine Scheiße? Ich muss gucken, ob das jetzt Dank drin ist oder nicht. Jetzt ist voll, ja, passt. Ich gucke nämlich schnell mal, was ich jetzt nass, wo bin los alles drin, weißt du? Ja, ja. Verloren. Nichts gewonnen. Nochmal. Scheiße. Schlecht. Verloren. Nichts gewonnen. Jetzt nochmal. Huch. Verloren. Dreimal verloren. War nix. Boah, da ist doch Abzocker draufgespuckt. Lass mir mal das Mord dazu. Aufgespuckt auf die Scheiße. Hast du nicht reingespielt in dem Auto? Hat sich angehört. Nee. Achso, hat sich ganz komisch angehört. Du musst mit Alarm, guck da vorne ist Verkehrsanhaltung. Wir stellen uns das Backup hinzu. Guck mal. Nee, warte, wir fahren nur vorbei, okay? Wir fahren nur ganz normal vorbei. Guck, guck da ist mit High-Speed-Unit. Voll Stress. Guck mal. Die fahren uns hinterher. Ey, die wissen, dass wir uns das Auto, die wissen, dass das der gestohlen ist. Bruder, zieh durch, Alter. Ey, warte, Bruder. Die wissen, dass das die 51 ist. Das war schlechte Idee. Achso, die L 51. Ey, mach. Ähm, Bruder. Halt dich fest. Du fährst gut. Du fährst sehr gut. Mach weiter so. Du sollst dich festhalten, ja? Ja, ja, ich halte mich fest. Ganz fest. Ah. Bruder, der ist gerade aus abgehoben. Aus dem Weg. Polizei. Mann. Oh, Bruder. Ey. Malakka. Alter. Warte, wo kommt denn der jetzt auf? Hast du gesehen, wo der jetzt auf einmal hergekommen ist? Ich habe ihn nicht gesehen. Ey, Junge. Wo war der vor meiner Schnauze? Ey, Bruder, spring mit dem nicht mehr irgendwo rüber. Alter. Zeig, was du kannst, Habibi. Das ist dein scheiß Ernst, Bruder. Zeig. Wallah, was hat der denn? Hat der Dich verkannt, oder was? Wallah, Bruder, was bin der falsch? Hey, die sind da vorne. Wallah, zu lügen, Bruder. Ey, pass auf, hier musst du aufpassen. Ich war das gerade lustig. War recht. Sorry. Wir hätten uns reinmischen müssen, so direkt. Alles klar, aber hier da vorne ist der gerade ausgefahren. Oh, Bruder, war der gerade fett scheiße, oder warum hat der gerade so geschrien? Ich weiß nicht, ich glaube, der war eingeschwit. Oh. Ich glaube, dann sind wir in... Wo war der, Bruder? Alter. Alla, Billa. Ey. Fahr schneller. Ey, mach, mach, mach Bremse. Ah, ey. Oh, mein Gott. Boah. Ey, das hat gerade gut Zeit gebraucht, Bruder. Das hat gut Zeit gebraucht. Boah, Bruder. Ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf, ne? Oh, bleib ganz entspannt, okay? Okay, nee, die sind da. Die sind da, die ist sie. Oh. Also gehört, hast du gehört? Der hat sich nicht aufgeregt. Ey. Nee, der hat gesagt, der steht im Gebrauchtwagen. Musst du weiter. Aber Baby, wir haben noch gut Tag, Alter. Machst du nur nicht Überschlag. Boah. Irgendwie denke ich mir bei Kurt immer so... Alter, einmal... Bei Kurt fühle ich mich irgendwie immer so zwischen... Ich fühle mich da nie sicher. Das ist... Er fährt so... So nicht diese... Er strahlt beim Fahren nicht so diese Sicherheit aus. Er fährt immer so auf 100%. Aber das ist nicht gut. Er fährt gut, aber ich fühle mich nicht sicher. Immer das Gefühl, in der nächsten Ecke haut's noch raus. So wie bei Edin mitfahren. Bei Scotty fühlst du dich sicher. Bei Edin, der fährt auch gut. Aber genau das meine ich. Oh, Wallah, Bruder. Bruder. Da bleib ich jetzt aber stehen. Ja, kurz, stopp. Wallah, ich bin aus Versehen ein bisschen runtergeschebert. Die Anstrengungen sind die Treppe runtergefallen. Mit dem Auto. Also ich glaube... Äh... Hey, guten Tag. Hör mal die Hände hoch. Beide. Können Sie kurz... Ich bin Polizist. Ich bin ein Warsch, echt der Polizist. Ich wäre es gerne. Sind Sie verletzt? Äh... Sind Sie verletzt? Also im tiefsten Inneren? Sind Sie im Inneren verletzt? Das meine ich mit... Ich rede gerade noch drüber. Nein, ich bin gerade im Inneren sehr verletzt. Das ist das. Ich rede gerade noch drüber. Nein, also ich bin gerade sehr traurig wegen der Treppe. Ich habe die Treppe nicht gesehen. Das macht mich gerade sehr traurig. Gott, nicht mehr anhalten. Ich habe alles probiert. Also im tiefsten Inneren bin ich gerade verletzt. Ich dachte, ich fahre besser. Ja, sonst sollten Sie vielleicht die Orte hier besser kennenlernen, wenn sie nicht wissen, wo die Treppen sind. Das habe ich gemeint. Ich wusste, dass es dann wo eine Treppe ist, aber ich konnte nicht mehr Bremsen. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, Bremsen war kaputt. Wahrscheinlich war die Anfeindlichkeit. Kriegen Sie die Türen denn auf? Ich probiere. Ähm... Ich habe halt Hände hoch. Wenn ich die Hände runternehme, habe ich Probleme. Machst du gar nicht hoch, Alter. Da habe ich in die Runde tun, weil ich kriege sonst die Tür nicht auf. Dürfen Sie. Das ist das, was ich weiter... Sollten Sie versuchen zu flüchten, werden wir Sie sofort tasern. Nein, ich mache Motor aus. Ich will gar nicht flüchten. Alles gut. Ich bin die Treppe runtergesprungen. Das war nicht gut. War nichts gut. Ähm... Ich sage es Ihnen nochmal. Sollten Sie versuchen zu flüchten, werden wir Sie sofort tasern. Nein, nein. Ich will gar nicht flüchten. Ich will gar nicht. Alles klar. Dann erst mal der Fahrer aussteigen. Alles gut, Böber. Nein, warte, warte. Wenn ich jetzt aussteige, dann bitte nicht in den Kopf schießen oder so. Ich habe dann nämlich jedes Mal Angst davor. Das haben wir nicht vor. Ja, aber wenn Sie in den Kopf schießen, die steigen aus, okay? Alles klar. Und Sie nehmen sofort die Hände nach oben. Ich bin draußen, ja. Was soll das Outfit? Was ist damit? Ist heute Fasching? So, der Weihfahrer auch. Die Hände nach oben. Ich glaube, er hat die MP5. Und so Fahrzeugdrehen mit dem Gesicht. Er hat die MP5. Kennen Sie Ihre Rechte? Ähm, ja, Bruder. Er hat die MP5. Aber, valla, Bruder, es tut mir sehr leid. Wir wollten, also wir haben den... Den Vorderpisch festgenommen, kennen Sie Ihre Rechte? Also bei... Äh... Jetzt bin ich abgehoben. Ich glaube, er hat die MP5 jetzt wieder. Kennen Sie Ihre Rechte? Ja, äh, Rechte? Ich kenne auch meine Linke. Gut. Kennen Sie Ihre Rechte als Gefangener in diesem Start? Äh... Wieso bin ich... Ich bin nicht gefangen. Ich glaube, er hat die MP5 jetzt. Sie ist auch einmal vorläufig festgenommen. Kennen Sie Ihre Rechte als Gefangener in diesem Start? Äh... Äh... Was sind Rechte? Ich kenne meine... Bruder, ich habe letztens... Habe ich auf rechten Bizeps 15 Kilo pro... Auf rechten Bizeps. Also ich kenne... Das ist schön für Sie. Ich kenne meine Rechte. Ich habe auch... Ich habe einen harten rechten Haken. Ja, ja. Kennen Sie Ihr gesetzliches Recht, was Sie in diesem... Ja. Wir reden hier nicht von Ihrem Körperbau, sondern von der Gesetzeslage. Ich habe Maschinenbau studiert, damit ich meinen Körper besser kennenlernen kann. Alles klar, gut. Sie haben das Recht zu sch... Entschuldigung. Sie haben das Recht zu schweigen und Fragen zu verweigern. Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, einen Anwalt zu konsultieren. Ist das ein Roboter? Bevor Sie mit der Polizei sprechen und einen Anwalt bei der Vernehmung jetzt oder anwesend... oder in Zukunft anwesend zu haben. Wenn Sie sich entscheiden, fangen jetzt ohne Anwesenheit eines Anwalts zu beantworten... Ich schaffe mal eine Frage. ...haben Sie immer noch das Recht, die Beantwortung jederzeit einzustellen, bis Sie mit einem Anwalt sprechen. Die Polizei ist jedoch nicht verpflichtet, einen Anwalt zur Verfügung zu stellen. Der Gefangene hat das Recht, die Befragung so lange hinaus zu zögern... ...bis er mit dem Anwalt gesprochen hat. Entschuldigung, der labert nicht zu. Hilfe! Moment. Bleiben Sie jetzt stehen. Man, du brauchst mir nicht gute Nachgeschichte vorlesen. Das sind Ihre Rechte als Gefangener im Staate Kalifornien. So. Da fangen wir einfach nochmal von vorne an. Sie haben das Recht zu schweigen und fragen zu verweigern. Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, einen Anwalt zu konsultieren, bevor Sie mit der Polizei sprechen... ...und einen Anwalt bei der Vernehmung jetzt oder in Zukunft anwesend zu haben. Wenn Sie sich entscheiden, fragen jetzt ohne Anwesenheit eines Anwalts zu beantworten... ...haben Sie immer noch das Recht, die Beantwortung jederzeit einzustellen, bis Sie mit einem Anwalt sprechen. Die Polizei ist jedoch nicht verpflichtet, einen Anwalt zur Verfügung zu stellen. Der Gefangener hat das Recht, die Befragung so lange hinaus zu zögern, bis er einen Anwalt gesprochen hat. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Amen. Haben Sie die verstanden? Ja oder nein? Ja, Mann. Alles klar. Halt einfach nur die Barken, Mann. Das ist doch schrecklich. Dann setzen Sie einmal ins Fahrzeug. Passen Sie bitte mit Ihrem Kopf auf. Ich hoffe, Kurt hat jetzt hier einen Bemüpfel. Finde ich Ihren Personalausweis. Ah, diese Drähte. Hallo? Wo bin ich Ihren Personalausweis? Äh, wo bist du in Jackentasche? Obwohl, er ist alleine. Sie kommen jetzt nach oben. Herr Hartmann? Herr, Herr? Ja, bitte. Herr Hartmann, oben. Können wir den Kollegen fragen? Ja. Ich will da mitfahren. Ich bin nicht da rein. Nee, das geht nicht. Ah, bitte. Herr Hartmann, haben Sie irgendwelche illegalen Gegenstände oder Waffen dabei, an denen ich mich verletzen könnte? Nee, nee. Ich hoffe, ich habe die Entwürfe. Das ist klar, Ihre Glock 17 und Ihr Scharfschutzgewehr, nämlich Ihnen ein Wagen. Ey, ich habe das meine. Das ist Waffenschein. Ey. Das ist einmal nur zu unserer und Ihrer Sicherheit. Ja, ich habe die MP5 nicht mehr. Ja. Ja, ich habe die MP5 nicht mehr. Der ist der Scharfschutzgewehr, im Täter. Gott sei Dank. Ja, 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 ja. Ich habe die MP5 nicht mehr. Ja. Aber wo ist die? Alles klar, Herr Wuppe. Ich setze Sie einmal ins Fahrzeug, passen Sie bitte mit Ihrem Kopf auf. Also, wenn die Kurt hat, dann ist das einfach so kaber. Alter, habe ich ihn wirklich in der letzten Sekunde noch reindrückt? Oh mein Gott, Alter. Ja. Geil. Wie er es mir nämlich reindrücken wollte. Und dann habe ich mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Der Penner, Alter. Oh Mann. Schatz, oder die Scheiße? Ich hoffe, er checkt es, Alter, dass er die MP5 jetzt hat. Oh Mann. Hey, lass... Nee, hier ist er nicht. Dann fahren wir mal hin. Ich bin hier. Das kann man da durchfucken. Ja, Frage, wie hier ist denn der Täter, den du hast? Warte, ich bin da. Weil ich war noch... Ey, wo fahren wir jetzt hier hin? Wir fahren jetzt einmal zum Bisschulapodin. Scheiße. Ja, Pupp. Da wollte ich... In einem Tänzer würde ich... Tänz, ich den Tänzer... Da wollte ich heute nicht hin, Alter. Da wollten Sie nicht hin. Ey, Sie haben mich nicht angeschnallt. Was ist jetzt, wenn ich auf die Fresse fliehe? Der Kollege fährt vorsichtig, keine Angst. Ja. Deswegen ist das Auto komplett zerbillt. Mann, Alter. Das liegt daran, dass Ihr Fahrer uns eben reingefahren ist. Hey, ich kann nichts dafür, dass der so fährt, Alter. Das habe ich ja auch nicht behauptet. Wieso sitze ich eigentlich jetzt hier? Weil Sie mit bei dem Herrn dabei waren. Alles weitere werden wir jetzt erstmal Mischungapodin klären. Ja. Ich kann ja dem 10, 10, 14, 10, 19, Mischungapodin. Ach ja. So. Boah, Alter, ist die Klimaanlage hier drin kaputt, oder was? Wahrscheinlich. Wir haben für lange keine neuen Handlung mehr bekommen. Alter, ist voll warm, Alter. So, ich helfe Ihnen mal mit dem Kopf. Weißt du, ich rede nämlich noch so, Kurt. Ich fühle mich bei Kurt im Auto nicht sicher. Der fährt immer so auf 100 Prozent. Und ich habe immer das Gefühl, in der nächsten Ecke haut es ihn raus. Fünf Sekunden später haut es ihn wirklich raus. So. Ich werde hier noch einmal durchsuchen, noch zur Sicherheit. Ah, ja. Also, nur rücken zu mir, bitte. Ja, du machst dumm. Für die Waffen. Der hatte diese Autos nicht stehen gehabt, so auf Ebay. Aber so Vermietung halt. Also nicht kaufen, nur Vermietung für einen Tag kann man... Das passt. Gut. Dann würden Sie mitkommen. Da hast du jetzt leider wahrscheinlich gelöscht, ne? Ja. Damit sage ich, so gut, mache ich. Und, äh, ja, dann sind los. Okay, dann mache ich Ihnen die Handschellen ab. Ja, ja. Genug zu essen und zu trinken haben Sie? Immer. Perfekt. Ich dachte, wir sind Kollegen jetzt, so war irgendwie schön. Ist das positiv? Nein, negativ. Oh, aufpassen! Ey, die Zelle ist vollgeschissen, Mann. Kann das wer wegmachen? Ey, wieso ist die Zelle vollgeschissen, Mann? Dass Sie jetzt nicht angehalten sind. Ey, ich will hier raus. Mann! Das Polizeifahrzeug hatten wirster Fahrzeuggibstahl in Kombination mit der verbrecherischen Flucht. Das? Ja. Da ist doch immer vollgeschissen, da drüben. Ey, das stinkt, Mann. Mal hier raus. Ey. Mann. Mann, Bruder. Bruder. Ey, ich will... Mann, ich will hier raus. Ey, Bruder. Ey, die Toilette ist hier vollgeschissen, Mann. Okay. So, Bruder, da liegen Würste drin, Alter. Dann drehen Sie sich einmal um. Du lassst mich hier raus. Boah, Alter, wie das stinkt. So, dann kommt er mal mit. Dann muss man reinigen. Verdient. Kann das mal mehr putzen? So, Herr Bub, würden Sie mir einmal kurz Ihren Waffenschein aushändigen? Warte mal, muss ich suchen. Ey, hier. Perfekt. Ich danke Ihnen. Bin gleich wieder bei Ihnen. Naja. Ja, der Kollege hat die ganze Zeit zugeschoben, der neben mir. Ja, dann müssen Sie jetzt ausmachen, wer die Strafe kriegt, aber... Ja, doch, er hat das drüben, er hat mir zugeschoben. Wenn er das zugibt. Haben Sie die Waffe dem Herrn Hartmann zugesteckt? Was? Nein, Alter, der hat sie mir zugesteckt. Wallah, du hast sie mir zugesteckt. Du hast sie mir zugesteckt, Alter, und ich hab's dir zurückgegeben. Was für eine... Ich hab dir eine Glock 17 geschenkt, Mann. Wallah, du hast mir gar nichts geschenkt. Du hast mir zugesteckt. Nee, was, was laberst du? Wallah, Klaus Kleber, das sind im Auto, das sind beide zugesteckt. Was, nix, was, Bruder? Sind... Was denn, Alter? Der Bruder, Klaus Kleber war halt denn im Auto, das ist Klaus Kleber. Ja, der hat uns zugesteckt, beide. Der Klausi, der hat uns beide zugesteckt. Und das war der, der dran schuld ist, dass wir die überhaupt dabei hatten. Der Klausi. Wallah, aber der konnte flüchten. Die Polizisten haben aber nicht gecheckt, dass noch ein Dritter... Ey, wenn die jetzt sehen, ich bin 1 zu 7, Alter, glauben sie wahrscheinlich, dass es ich bin, Alter. Ey, gut, äh... Können Sie bleiben nicht der Klausi? Gut, Herr Bub. Nee, kannst du drin sein... Kommen Sie mal bitte zu mir? Ja, ja. Einmal mit dem Rücken zu mir drehen. Wir, wenn... Der hat mir die ganze Zeit zugeschoben. Die war von mir die ganze Zeit weg. Und er wieder zu, noch wieder weg. Immerhin her zugesteckt. Aber war eigentlich... Was labert der für eine Scheiße, Alter? Ja, sie kriegen jetzt eine Woche... Wallah, ich laber gar keine Scheiße, du, aber scheiße dahinter. Was laberst du? Dann dürfen sie mir einmal folgen. Hey, was... Vielleicht, dass sie ihn im Besitz hatten und es sonst nicht zuordnebar ist, ist es halt... Ja, aber dann kriege ich halt einen so auf Schnauze jetzt. Aber ich kann da nichts dafür, wenn sie hin und her geschuddelt sind. Ja. So, gut zu sagen, gut zu sagen. Hat einer von euch ein... Wie kann? So. Was denn jetzt? Also, ihnen können wir nichts nachweisen. Sie waren der Beifahrer, sie haben legale Waffen dabei mit nachweislichem Waffenschein, der gültig ist. Sie sind mehr oder weniger ein freier Mann. Ehrenhaft, Alter. So, ich glaube, die Glock können wir ihnen leider nicht wiedergeben, aber die Sniper können der Kollege, glaube ich, wiedergeben. Wieso? Wieso die Glock nicht? Dann drehen Sie sich einmal mit den Rücken zu mir. Ich mache schon. Ist okay. Ich mache gerade schon. So. Gut. Die Funkgeräte kannst du ihm dann denken. Ja, auch wieder geben wir das ja. Er hat ja nicht verbraucht. Sie kriegen jetzt erstmal hier ihren Personalausweis und ihren Waffenschein wieder, Herr Habuck. Danke. Und dann bekommen Sie einmal Ihr Funkgerät, Ihr Handy und Ihr Scharfschützengewehr einmal wieder. Danke. Gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag. Und passen Sie auf sich auf und lassen Sie sich nicht in so was mit reinziehen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, steigen Sie aus dem Fahrzeug aus. Ja. Bei 200 macht man das nicht. Ja, natürlich nicht. Aber es gab ja auch die Möglichkeit, als das Fahrzeug stand. Ich habe mein Bestes gegeben, dann kooperativ zu sein. Ja. Gut, Herr Habuck. Dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ebenfalls. Danke sehr. Tschüss. Wieder bin. Wiederschauen. Und dann wäre es noch ein kleiner Juni. Joa, ob du eigentlich besser wäre. SchonEin. BButt. B assim. B Jaja. 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 Es ist einfach so verdient. Es ist einfach so verdient. Es ist... Es ist einfach so verdient. Alter. Wisst ihr, Chad? Es ist einfach so verdient, Alter. Er wollte mir nämlich noch wie so ein Arsch, wollte mir die Waffe zustecken, weißt? Und dann hat er es in der letzten Sekunde zurückkriegt. Jetzt kriegt er eine auf den Deckel, deswegen. Es ist einfach so verdient. Mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Schau, ich bin frei und er ist am Arsch. Das ist gerade der Freiheitsgang, ist das. Ich frage mich, wie lange er jetzt in den Knast muss. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Aber es war so verdient einfach. Wisst ihr, es war ja seine scheiß Waffe. Hätten die wenig... Hätten die... Hätten die da einfach... Alter. Oh mein Gott. Weißt du, hätt er diese scheiß... Oh mein Gott. Hätt er mir seine scheiß Waffe zugestellt, hätte ich die ganze Scheiße gekriegt. Gott sei Dank habe ich sie noch in letzter Sekunde zurückgesteckt. So, war dann mal so. So. So sieht man aus. So sieht man aus wie so ein echter Gangster. Fühle ich gerade den Anzug. Mega. Okay. So. Ich gehe mir jetzt mal ein Auto holen. Wie er dort sitzt. Prost. Ja, danke. Der kam mir gerade aber sowas von aus. Der kam mir gerade sowas von aus. Ey, wie geil. Einfach geil. Das ist gerade so garbar. Wie David Beckham? Ach nee, David Beckham ist doch nicht so braun, oder? Ich sehe aus, Alter, wie... ...gezingt ein Star, der so aussieht. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich, das ist voll fresh, so. Mit dem Anzug und dem Zopf und so. Das schaut richtig geil aus, finde ich. Was könnte man hier für ein... ...Motor. Ein Geh-Wagon. So. Sure. Aber ich finde das arg, dass die mich einfach so gehen haben lassen, so. Die sind einfach direkt von meiner Unschuld ausgegangen. Oh, passt eh. Naja. Frisur wie Till Lindemann, ja. Aber ich hätte gern wieder meine Glock 17. Die muss ich mir wieder von daheim holen. Dann fahren wir zu 1,7 rüber. Schau mal. Ich muss auch mal schauen, ob die dort noch immer Bewerbungsgespräche oder so haben. Mal schauen. Aber ich kann... Ich kann ja Kurt jetzt gar nicht kontaktieren, ne? Der will ja Handy noch irgendwas. Aber mir taugt... Ja, fahr mir in die G-Klasse. Aber ich feier das Karma einfach so. Wie er mir die Waffe unterschieben wollte, dass er keine Strafe kriegt und ich am Arsch bin. Dann hat er einfach... Er hat einfach Karma-Redu kassiert. So gefällt mir das. Endlich mal... Endlich mal ist das Karma auf meiner Seite. So wie nicht so wie beim letzten Nationalbankraub, wo ich ihm am Arsch war. Geil. So schmeckt das. Aber ja, die zwei Polizisten waren richtige Ehrenmänner. Einfach so gesagt, jo, passt. So, hat den Richtigen getroffen. Ja, ist einfach so. Das ist einfach so gekommen, wie es verdient war. Ja, wir schauen mal, ob da noch immer irgendwelche Gespräche sind oder so. Wo noch Leute sind. Mal gucken. Hallo. Mit dem Outfit schau ich so aus wie wieder 1 zu 7 Boss. Wo sind die? Weil vorher war die ganze Meute war im Hinterhof. Im Garten. Aber ich glaube, die sind nicht mehr da. Ey, da ist Totenstille. Da ist leer. Warum war da so viel los? 150 Leute. Das ist viel. Ich ruf mal eh den an. Ah. Was geht, Bruder? Wo seid ihr? Wir sind West-Hawaii, Alter. Wir haben hier ein riesen Aufgebot mit Cops. Wir stehen hier mit 10 Autos und keine Ahnung. Wieso? Was macht ihr dann? Komm einfach West-Hawaii. Wir fahren jetzt gleich wieder am West-Hawaii runter. Du kannst uns einfach entgegenkommen. Ja, oder easy? Macht ihr Verfolgung oder was? Ne, ne. Achso. Ja, ich komme mal rüber. Komm einfach West-Hawaii hochgefahren, ne? Ja, ja, ich fahr jetzt mit Gold in der Gäberbahn. Ja, passt. Easy. Bis gleich. Das Auto kommt dann einfach behindert quer. Wenn du das Auto nicht kennst... Ich kann mit dem Fahrzeug umgehen. Deshalb fange ich es halt wieder an, wenn du wieder rechts querkommst. Da kann ich da nichts für. Das Auto ist... Du kannst bei jeder Geschwindigkeit Gas geben und die Reifen brennen durch. Danke, Eden, für diese Information. Danke, Eden, für diese wertvolle Information an der Stelle. Applaus für dich, bitte. Irgendwie fahren die da jetzt im West-Hawaii runter mit Autos, Cops, Aufgebot und Stress anscheinend. East-Hawaii, okay. Eden hat doch gesagt, der West-Hawaii. Ich vertraue ihm mal. Sonst ist Eden einfach wieder fucking los. Hat er gesagt, welche Höhe? Ne, ne? Wir haben nur gesagt, die stehen da irgendwo am West-Hawaii. Sind die da bei der Tanke da oben? Da ist eine Tempozone. Was machen die? Da ist nichts. Da wäre schon viel mehr Stress. Da wäre viel mehr Stress sonst. 100 Prozent. Wie sind denn die? Ja, wir kommen nicht gleich runtergefahren. Safe. Sehe ich. Da ist dringend wo eine Tempozone. Da kommen sie. Was geht? Da bist du. Was ist los? Ja, du bist der Einzige, der in der scheiß gerade in der Kache fährt. Ja, ist doch richtig so. So wie immer. Ja, komm mal. Die werden da oben wieder angehalten. Okay. War schon am Ende vom, vom West-Hawaii. Boah, Alter, schau, was da vorne für Stress ist. Sein ist ja richtig Stress. Hey Freunde, schaut mal. Was ist denn hier los, Alter? Das ist die ganze Zeit los. Was habt ihr gemacht? Wir fahren in der Kolonne und werden die ganze Zeit rausgezogen. Wieso? Fahrt ihr zu schnell oder was? Na klar. Denkst du, wir halten uns an die Fikalsregeln? Mhm. Da sind wir. Fühlig. Und wer war das Schnellste? Was stehst du auch immer im Weg, Mann? Hey. Hey, die Rechnung bezahlst du. So schlecht. So schlecht. Tja. Sagen sie so, hey, ich muss hier durch. Der BMW gerade so, so schlecht. Ich hab gesagt, dass es bodenlos ist, dass hier versperrt wird, wenn keiner... Ey Mann, musst du auch vorbei hier, oder was? Ja. Wirst du auch nach Hause, ne? Hey, wir wollen nach Hause, Mann. Mann, Alter. Was ist denn hier los? Ja, dann versuch das jetzt hier mal auf... Auf der A6. Schau mal auf... Schau mal auf... Mann. Der Herr. Ja. Hier geht es leider nicht weiter. Scheiße. Einmal bitte, wenn es geht, drehen und dann einmal in die andere Richtung. Betonung auf, wenn es geht, oder? Guck mal. Ja. Links und rechts, alles zugekauft. Mann. Kannst du mal den Cyberchucks? Hey, wir wollen uns! Warte mal den Cyberchucks. Warte mal, Kollege, passt mal bitte auf, dass der... Achtung, ob die G-Klasse da rum kann. Ey, mach dir mal vielleicht den Cyberchucks auf, da ist er bewusstlos drin. Wie wärst du, wenn er... Ja, in den Cyberchucks, schon tausendbar gesagt. Mach doch mal die scheiß Karre auf, wir können ihm nicht helfen. Ja, trotzdem kann man der erste Hilfe leisten, was nicht geht, wenn er im Auto sitzt. Ich kenne das von der erste Hilfe nicht. Ne, ich kenne die nicht. Ja, informativ. Kann man jetzt weiter Hilfe leisten? Wir haben hier einmal noch einen bewusstlosen... Hat irgendwer ein Wildrich auf, ich mach diese verfickte Karre. Ey, da schläft jemand auf Lenkrad. Könnten Sie bitte eher ein Fahrzeug annehmen? Und Bruder, kannst du den Cyberchucks aufmachen? Nein, das bleibt so stehen, die sind mir da reingefahren. Mach den Cyberchucks jetzt auf. Sie müssen erstmal einen Unfall aufnehmen. Ich mach das jetzt nicht weg. Und von wem ist der Lamborghini? Alter, das kümmert sich der ganze... Da sitzt ne Scheiß... Mach doch bitte scheiß Karre jetzt auf, was ist falsch bei dir? Also... Mach die Karre auf, man, der ist bewusstlos. Ey, mach mal... Ey, lass... Ey, lass selber machen. Lass selber machen. Ja, ich hab kein Dietrich. Ich hab kein Dietrich. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Hier kommt der. Hier kommt der. Ja, ich mach auf. Warte, ich mach das Ding auf. Alter, wenn die Cops so bescheuert sind... Du wirst sicher... Ey, wir müssen Mauer stellen, das nicht festnehmen. Guck mal. Die sollen die nichts machen, ey. Die sollen die schnauze halten, wenn sie keine erste verlassen können. Die sollen die schnauze halten, wenn sie keine erste verlassen können. Du raus! Ah, den kenn ich doch! Er ist draußen. Warte, ich nehm. Das ist der falsche. Macht mal kurz Platz. Geht mal weg, ja. Geht mal weg, ja. Geht mal weg jetzt. Wo ist denn jetzt der Vorgesetzte? Ich hab da grad einen Vorgesetzte angefordert. Wo bleibt der? Marga, haben wir einen X-Cop unter uns? Tja, der Wolf. Was, was haben wir? Du kannst mir helfen. Bin ich nicht verpflichtet, erste Hilfe zu leisten? Eigentlich schon. Warte, mach ich leer das. Hallo, wo bleibt der Vorgesetzte? Von wem ist denn der Lamborghini da? Ich weiß es nicht. Schau aufs Campzell. Ok, holen Sie mir jetzt die Kommission. Ja gut, dann mach ich das. Ah, kurze Frage. Haben wir einen Supervisor für Scoundy? Fastpass-Klasse, 6x6 bitte. Hat schon jemand den Arzt gerufen, oder was? Aber wir haben einen Bewusstlosen hier. Diesmal ständig, ja. Was ist hier passiert überhaupt? Ich hab keine Ahnung, du fährst bewusstlos. Doch. Herr Gambino? Ja bitte. Äh, kannten Sie bitte Ihren Lamborghini auf die Seite vorne? Alter, der fährt direkt weg. Es ist schon alles egal, was kümmert Sie den Lamborghini. Der sichert ja auch die Lamborghini. Verdammter Bewusstloser und der Lamborghini? Juckt Sie? Ist das euer Ernst? Ihr wollt jetzt nicht mal die Karre aufmachen, Mann. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Checkt ihr das? Ja. Können wir uns sagen eigentlich. Würden Sie jetzt bitte den Lamborghini auf Zeiten fahren? Nein, werden wir nicht. Und jetzt verpiss dich, Mann. Soll ich es noch einmal sagen? Dann schreie ich. Also verpiss dich jetzt. Herr Seowitsch. Herr Seowitsch. Bitte fahren Sie jetzt zur Fahrt hier in den Lamborghini auf die Seite. Das ist so. Herr Seowitsch. Herr Seowitsch. Herr Seowitsch. Herr Seowitsch. Herr Seowitsch. Herr Seowitsch. So passt auf Jungs. Also wir machen jetzt folgende Sache. Wir machen da drüben jetzt einmal wieder ein bisschen frei. Na und ihr regelt das dann jetzt mal bitte, dass der Verkehr hier drüben auf der Seite ein bisschen weiterläuft. Und los. Wer ist denn hier der Diensthöchste? Ja. Der ist gerade im Gespräch da, ja. Also quasi die Straße Richtung... Ja genau, richtig. Das war wenigstens hier drüben einmal einen Fluss haben sozusagen, dass sich das hier nicht unbedingt staut. Aber wieso wurde dem gerade nicht geholfen? Wie bitte? Wieso wurde dem Herrn gerade nicht priorisiert geholfen? Dazu ist man doch ausgebildet, oder? Ja, das ist richtig. Aber wir müssen doch überhaupt gucken, ob wir überhaupt in so ein neues Fahrzeug reinkommen und so weiter und so fort. Neues Fahrzeug? Ja, haben Sie doch gesehen. Haben wir gemacht. Also, meine Sorge wäre nicht so, dass die Autos hier mal nach der Reihe wegkommen, sodass dem geholfen wird. Ja, jetzt wird dir doch schon geholfen. Alles gut. Aber warum? Weil wir haben das hier aufgemacht. Weil wir selber noch Hilfe rufen mussten. Ja, wie geht's? Gut, und hier? Jetzt müssen Sie sich mal einen Fehler auch eingestehen. Eingestehen. Ja, ist doch in Ordnung der. So. Dann lernen Sie auch daraus. Ich bin Laura, der auf mich zugefahren ist. Ich verrückte jetzt weg, anstatt dass er geradeaus weiterfährt. Biegte er nach links ab und brettet mir voll in die Seite und ich flieg in den Cybertruck. Das Cybertruck-Para wird gerustet. Das Cybertruck-Para wird gerustet. Haben wir jetzt schon Ärzte gerufen? Na ja, die müssen hier gleich durch. Das Bild wurde angenommen, dann muss gleich jemand kommen. Okay. Ja. Wir organisieren die Platz für den. Wir organisieren die Platz für den. Dann soll doch bitte der im 5 auch von ihm wegfahren. Weil es das jetzt mit dir auch gut kommt im Weg, ne? Ich meine, wir möchten ja nicht üben, welche einsatzkräftige Behinderung. Gleich im Moment. Das wäre doch super. Dankeschön. Ja, der eben. Er ist beruflich geworden. Weil ich hier müsste, man müsste halt einfach wirklich alle Dienste auf die Sprüchwerde reinhauen. Ja, ja, ja. Unterlassener Hilfteleistung. Guck mal, hier kommt ein Blutzug. Wir wollen jetzt auch nur dazu kommen, weil wir so gestresst haben. Ja, die juckt nur ein scheiß Lamm, wo der quer auf der Straße steht. Ey Jungs, jetzt fahrt mal runter, das scannen wir nach. Das bringt jetzt nicht noch weiter hier Stress machen. Das macht es eh nicht besser, die schalten eh schon auf Stuhl. Aber ich merke das. Spart eure Energie lieber mal, um den jetzt hier wieder hochzuholen. Ich bin dabei. Die werden so oder so nicht helfen, egal wie viel wir uns jetzt hier aufregen. Also scheiß drauf. Ja? Hallo. Wallah, ich hab dich falsch eingespeichert. Ich hab der Ding in so einen Müller bei mir abgehoben. So, jetzt aber. Was diskutiert der jetzt eigentlich? Hallo, hörst du mich? Ja, ja, ich hör dich. Wallah, ich bin für 45 Monate eingesperrt. Alter Bruder, haben die dir jetzt... Ey, was lasst du denn? Nix. Was ist denn so lustig? Wie bist du lustig oder was? Du blödes Stück Scheiße wolltest mir noch die Scheiße zustecken. Ja Wallah, genau damit so was nicht passiert ist, dass wir beide gehen und nicht alleine drinnen müssen. Jetzt ist ich ganz alleine drinnen. Jetzt ist keiner da. Was wir beide, Alter. Kannst du die drauf stellen? Ja Wallah, ich hab gedacht, vielleicht können wir so 50-50 machen. Ja, genau, dein 50-50 ist mich verknacken halt dafür. Das ist eine Scheiße. Wallah, ich... 30, 39 Monate hab ich jetzt noch. Wenn du mich wenigstens fragen würdest, Alter, da oben wie gemein. Aber so... Ja, Bruder, wie soll ich, wenn der Polizier schon neben uns steht? Weißt du, der steht ja schon neben uns. Jetzt sitzt der ganz allein, ist keiner da. Ich kann dich besuchen kommen. Ja, dann komm mal rüber, du. Ja, ja. Wir haben hier gerade... Wir haben hier gerade bisschen Stress, aber ich komm schon. Ey, warum hast du Stress? Was ist denn los? Ne, hier mit meinen Braterns haben wir gerade hier so mit Polizei Stress. Ja, was? Ach so, okay. Ja, ja, ich komm bald. Das geht sich in 45 Monaten aus. Ja... Ja, ja. Komm mal. Ja, weil wir haben dich nicht gesehen, deswegen... Ich dachte, da hast du sie nicht gefunden. Ja, Einsatz, Wasserrettung und so. Ah, okay. Alles klar. Ich kann ja glauben, mit der Drehleiter in das Wasser reinfahren, ne? Ja, das ist richtig. Ne, ich dachte, du hast sie irgendwie verloren oder die steht da verlassen. Ne, gut. Wollte ich nur wissen. Alles klar. Du? Bitte. Hab ich ja nen Namen für uns, wer das ist? Ja, der Wolf. Dankeschön. Danke. 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 Und zwar priorisiert statt dass dem geholfen wird. Wir haben den selber aus dem Auto holen müssen, obwohl ihr hier zu fünf da steht. Und das ist das was Unbeankerrört. Maybe Items Gerät nach? oder was doch gut verkehr räumen war eine anweisung die wir befolgt haben wer hat die gegeben wer das jetzt war weiß nicht aber wir haben ich weiß nicht wer das war es kam ja dein funk hängt auf seiner schulter dann funk und frag er ist gerade viel los und ich warte kurz sicher einer mit den masken da drüben ja ja das war auch einer aber wie gesagt ich weiß nicht wer das war ich will auch gar nichts sagen wie gesagt ich will ja nicht darum anzuscheißen sondern einfach mal okay okay wie gesagt aber wenn ich ein polizist bin oder auch wenn ich hier bin und ich sehe jemanden hier von euch stell dir vor du sitzt in dem scheiß auto darin und ich stehe hier und wir kümmern uns das einzige was uns kümmert ist dass diese lamborghini hier wegkommt du verblutest da drin oder was auch immer wärst du dann happy das richtig eben also mal ehrlich auch wenn es nicht dass wir so gemacht haben auch wenn es eine anweisung von euch war dann müsst ihr auch doch mal wenigstens so viel eier in der hose haben eine sekunde eine sekunde da müsste doch wenigstens so viel eier in der hose haben und sagen die scheiß auf die anweisung von meinem vorgesetzten ich hole den bewusstlosen aus dem auto und helft ihm und kümmere mich nicht um den scheiß lamborghini weil es immer noch ein menschenleben was in dem fall benachteil wurde wegen einem lamborghini der quer auf der straße steht und der nichts verändert hätte wenn er woanders stehen würde er hat eigentlich sogar gesichert wie er mehr oder weniger ja ich sag doch stell dir mal vor ihr seid da drin ihr seid da drin und man wird sich lieber mal darum kümmern dass ihr autos wegkommen statt dass man euch rausholt funktioniert doch so nicht aber deshalb habe ich gerade eine kurze zünfte es ist okay jetzt zweit mal in einer halben stunde dass zwei leute von mir verletzt werden wegen euch komm mal herrse wird dann kommen sie einmal bitte mit auf die seite ja nur so aus denkanregungen schönen abend jetzt mein lieben in zwergberger im gefängnis besuchen tja habub schaut schon aus jetzt wie so ein boss oder was sagt ihr sagt ehrlich so mit dem goldenen mit der goldenen g klasse die die haare so habub sieht schon so aus wie so ein boss oder wie so ein gangster boss macht es mal eins im chat wenn wenn habub so ausschaut wie so ein gangster boss mit dem abendzug mit dem ganzen getue willst du schon sagen oder eins im chat eins im chat wer dafür ist dass habub so aussieht wie so ein gangster boss das auto ist kartell von wish hast du aber sehr viel ahnung mein lieber dass du was sehr sehr viel warte mal wer war das jetzt noch mal der geschrieben dass mein auto ist kartell jonas schwärzmann hat geschrieben dass mein auto das das kartell also dass mein auto kartell von wish bestellt ist lieber jonas ich bitte dich jetzt einmal dass du mal in der geschichte zurück gehst und du schaust jetzt einmal wieder in meine live streams rein und schaust mal wer vor vier jahren schon dieses auto in gold gefahren ist und alle seine autos in gold gefahren ist oder vor drei bis vier jahren schaust du mal bitte nach wer die autos so in diesem gold gefahren ist und dann schaust du mal nach ob das kartell vor drei oder vier jahren diese autos so gefahren ist und dann wenn du das gemacht hast kommst du bitte wieder zurück an alle die da an alle die da jetzt reinschreiben dass das gold da von mir wo ich vom kartell abgekupfert habe oder dass das billige version vom kartell ist wir gehen jetzt einmal in der zeit zurück und schauen mal was ich vor vier jahren mit habub gefahren bin dann schauts einmal was das kartell vor vier jahren gefahren ist nämlich gar nichts weil da hat es das noch gar nicht gegeben ne also bitte äh schauts das einfach einmal nach dann kommt es wieder zurück nur so das kleine anregel anubis 13 37 herzlichen dank dankeschön alter macht's mal macht's mal bitte ein herz rein für anubis 13 37 alter ich hoffe dir geht's gut wir vermissen dich sehr auf erelo und auf dem server hey aber ich danke dir vom ganzen herzen also einfach mal ich traue mich sagen dass habub der erste und damals einzige char war der mit diesen goldenen autos angefangen hat es gab damals auf rlo habub gibt es schon seit beginn an von rlo fast und er ist schon immer goldene genau diesen lack vor allem genau diese lack kombination schon immer gefahren und das war immer schon sein markenzeichen deswegen tragt er immer auch goldene schuhe alles in gold das war sein markenzeichen und das schon von anfang an da hat's gar noch gar keine anderen spieler gegeben da waren mit kurt waren wir noch alleine am server mit fox und so da hat er schon gold getragen deswegen finde ich es umso lustiger wenn man dann sagt dass wenn ich mit dem gold auto fahre dass ich quasi der abklatsch bin von dem kartell die es seit eineinhalb jahren gibt gefühlt so wie sie sind muss aber auch dazu sagen dass damals das kartell sogar ich als projektleitung gemacht habe also mir wurde das konzept eingereicht und ich habe denen den job gemacht alles also es ist umso lustiger dass man sagt so ich bin der abklatsch vom kartell aber nochmals kleine aufklärung das gegen zwerg berger jetzt einmal besuchen da ich habe da kurz warte mal warte wisst ihr was ich gerade oh mein gott ich war da gerade urverwirrt weil ich habe da diesen roten ring ich dachte mir denke ich kriege eine benachrichtigung für ein jubel schaut so aus schau mal seht ihr da wenn du durch die felge da so fährst mit der map so sieht übelst so aus ja nubis das freut mich das freut mich dass dir gut geht aber wir vermissen dich wirklich nicht nur das fd alle aber herzlichen dank für für 50 euro mit überweisungsgebühren weiß ich sehr 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 zu schätzen dann kommen wir mal ins prison kommt jetzt kommt jetzt rein der zwerg berge oder was hat es nicht mehr da oder was was macht er denn wala was los guck dich doch mal an da hinten wie siehst du denn aus äh bruder was äh wo 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 denn wo 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 denn siehst du mich nicht oder was wala ich bin grad da drin ich weiß warum ja da bin ich auch wala warte ich habe gedacht wer ist dieses stück scheiße im anzug das spielst du ok vielleicht bin ich noch immer ein stück scheiße aber ich habe mal anzug an ja wala bruder aua wie geht's dir ja beschissen ne was läuft äh ich habe keinen bock hier drin so lange zu sitzen bruder wieso hast du denen nicht wieso hast du denen nicht gesagt du gehst strafe später ähm weil ich nicht freute bruder ich würde ich hätte das so gemacht ich hätte später bruder ich muss auch nicht besser ich hab einfach gesagt ja komm lass mach und lass es nacken mhm jetzt sitze ich noch für 27 monate bruder ich habe es auch nicht gewusst dass das so lang ist ich dachte da gehe ich kurz für 15 minutos rein ne bruder du hast jetzt eine Waffe sag hallo guten tag und dann gehe ich wieder raus weißt du was mich wundert normalerweise ist es ist nicht illegaler waffenbesitz normal 80 monate hauptplatzkern oder so äh 80 eigentlich schon ja ach so du du bist wegen flucht oder so drauf gekommen ne mhm ja weil gefängnisstrafe zählt mehr als als sozialstrafe ja ja das ist das problem ich bin mir gefluchtet und ich habe auch gesagt du bist ja auch geflüchtet wir waren zusammen da drin und er so nein der hat nicht gefluchtet und dann äh okay dachte ich mir okay gut schmeckt bruder also heißt das nächste mal wenn wir fahren mit auto nehmen wir einfach geisel und die fährt dann weil die flüchtet dann die kriegt dann anzeige weißt du was ich mein ein guter plan das ist ein guter plan oder wenig absolut absolut ja dann sagen wir nämlich zu dem so du wenn du wenn du wenn du wenn du wenn du der sagt wir sind fröhlich in den chat er lässt er lässt es wieder mal donnern dann sagt er auch nichts dann kriegt er dann dann könnt ihr einen knascht für uns weißt mhm weil der ist ja dann der geflucht der dies ich hab das mal mit ich hab das mal probiert mit dem juwelier da hat die geisel für uns ausgeräumt beziehungsweise wir haben gesagt geisel hat sich kopf bei vitrine gestoßen dann haben sie den mitgenommen aber das hat nicht lange gedauert halbe stunden später saßen wir dann im knas boah boah du leid ja ich hoffe ich komm da raus ich wollte heute eigentlich was angehen so noch aber ist halt scheiße dass die uns so sticht durch die Rechnung machen vor allem dass ich mir selber sticht durch die Rechnung gemacht habe mit dieser scheiß Treppe weißt du ich sag dir so wie es ist ich mach das immer so ich drehe das immer spät an wenn ich dann schlafen gehe da sag ich denen so passt okay ich nehm das alles an ich melde mich dann um weiß ich nicht 23 Uhr und dann lass ich mich einknasten und dann schlafe ich dort hm ich mach das nie so hier noch im Laufe des Abends weißt du mach das nimmer nachher ja ich mach das halt schon so weißt du da kannst du denen dann so Garantie geben du kommst dann ist alles cool und dann komm ich und dann mach da was ja Wallah ich sitze jetzt noch 25 Monate ein ey das lange halt das ja vor allem ist es keiner da aber ich bin allein ich bin doch da ja jetzt bist du da aber davon es war niemand da Bruder ich wusste nicht wo du bist wie soll ich dich denn erreichen ey was ich wusste nicht wo du bist wie soll ich dich denn erreichen aber du wusstest nicht wo ich bin ja ich weiss doch nicht ob du gerade auf dem Weg hierher bist ob du noch in den Zellen unten sitzt wo soll ich wissen wo du bist ja ja na ich hab ja vorhin angerufen du hast schon gesagt ja brauchst du ein bisschen aber egal da saß ich ja schon ja ja ne ich mein halt mit alleine ist ja keiner drin ist halt langweilig weil ich alleine da drin bin achso hättest du sonst gern jemanden vermöbelt da drin zum Beispiel ja geil hättest du denn die Schuhe geklaut ne hätt ich die Schuhe geklaut ne hätt ich die Schuhe geklaut weil ich hätte irgendwie weiss nicht irgendwie so ne Scheiße da drin geboren ja wir haben heute eh noch ein Straßenrenner offen ja Straßenrenner weißt hast du gesagt fährst du mit äh was ja 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 ich wollte eigentlich mitfahren ja aber weißt du was auch ist ich wollte ähm ich wollte eigentlich ein Auto kaufen ich komm seit seit Jahren an keine Autohändler an seit Jahren ist keiner da ich kann nie ein Auto kaufen oder jetzt hab ich einmal mein Leben Geld und keiner da hm ich kenn auch keinen den ich gerade auftreiben könnte jedes Mal nämlich dieselbe Schreise immer und ich will einfach nur Auto kaufen damit ich mal weißt du ich hab keine schnelle Auto keine einzige alles was ich hab die sind abgehoben musst du auf Termin nur dort die sind richtig abgehoben der kann mir Bruder ich will doch ein Auto bei dem kaufen der kriegt doch Provision was lauert der für Termin wenn dann braucht der Termin für meinen Arsch ja die sind abgehoben ja richtig siehst du schau jemand vom Autohaus beim Ding ist keiner da guck da abgehoben einfach dort alter herzlichen Dank nochmal fröhlich alter schön das jeder doch sagt weißt wenn du da hin willst wirst du ein Auto kaufen er gönnt sich richtig wenn er hier ist er gönnt sich richtig ey freut mich oh hör mal da kommt einer warte ich frag mal ganz kurz kriegst du was zu essen hallo hallo wer ist da hä äh ich wurde nicht ausversehen eingesperrt ich gehöre gar nicht rein ich gehöre gar nicht rein ich war schon seit einer Stunde auf auf hey macht's ein Herzregen für für den gütischen fröhlich rein was ist daher ich gehöre gar nicht rein 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 für anubis für fröhlich für für die ehrenmitglieder hier auf die kuss auf die alte nuss so herzlichen dank freunde ich winke euch zu slater und der echte winkt euch zu schauen sie das an wie das funktioniert hier hallo also ihr seht ihr seht es nicht ihr seht es nicht weil michael der fett zack da gerade vorne mit seinem arsch herumtanzen wie heißen sie denn Thomas Zvechkovic ja das glaube ich wie schreibt man denn ihr nachnamen ja das wollte ich jetzt so dass sie ihm überhaupt glauben mit dem outfit ja doch bitte C kann doch nicht sein das kann ich nicht lassen haben sie einen Namen gefunden nein also Zvechkovic ja wie schreibt man das denn C K V E ja K ja O V C I ja ja C ja das ist das gar ganze Name jetzt ah das glaube ich nicht dann wären sie glaube ich illegal ja ja dann muss ich jetzt einfach ihr oh ich saß grad frei mal oh glückgetan oh hallo ich wollte ja raus ich muss ich muss so dringend auf ich muss so dringend auf Klo ey hier riecht es nach Spargel oh kann das mal mehr weg machen gerichtsterbe nach Spargel alter ja keine Ahnung ich hab gesagt ich muss auf Klo ich hab gesagt du musst boah Bruder du hast voll ich bin ja Zvechkovic ey Bruder wer ist denn das besten auf andere Seite du hast voll die dunkle Pisse ah Dimashens ich hab ne Frage ja wenn ich noch ich hab ja ich hab ja Monate bekommen ja mein Freund hat gesagt man kann aber auch später absitzen so am Abend stimmt das nee kann man nicht er hat gesagt das geht nicht du musst das vor dem Andritt sagen du Idiot man muss das vor dem Andritt sagen stimmt das nee was warten sie mal ich komm mal rum ja kommen sie mal rüber hm du hast auch Loch im Kopf alter so was ist genau die Frage ich hab zu ihm nein ich hab zu ihm gesagt wer sitzt jetzt im Knast hab ich gesagt ich hab damals mit dem PD immer so gemacht dass ich gesagt hab ich komm um 23 Uhr und dann trete ich meine Haftstrafe an das hab ich gesagt das machen die ja das wird aber auch nicht immer so gemacht das wird nur ab und zu gemacht nur in speziellen Fällen bei mir hat es bis jetzt geklappt aber das hat er nicht gecheckt und ja denkt man kann jetzt raus und dann nochmal später rein wir müssen jetzt nicht überall hin urinieren der Herr ey schau mal du hast schau mal du hast Spielkameraden bekommen guck mal oh hallo wala wala gibt schon Toiletten na gut dann gehen wir mal wieder weiter ja dann mach ich hier mal ich mach hier mal sauber mit Benzin der Herr bitte das war anzünden der saubermacher Benzin hier warten sie warten wir haben was zum anzünden denn ey du hast du hast jetzt sehen du hast Spielkameraden guck mal ja wir spielen jetzt gemeinsam wir zünden jetzt gemeinsam Bruder an ey Bruder hast du was zum anzünden so Feuerzeug oder so ich hab warte mal ich hab welche Holz dabei warte mal ey ich hab nur ne Sniper scheiß das war der Whisky oh mein Gott weil wir haben uns nicht abgenommen ey Bruder rufst du mich an rufst du mich an wenn du raus bist warte ich komm ja eh nicht mehr raus Bruder ich bin ja geboren dass hier drin war ne Spaß ich komm raus ja rufst du mich dann an weil jetzt hast du Spielkameraden ja jetzt hab ich Spielkameraden Bruder mach mal Feuerzeug oder so ich hab nämlich noch ne Zigaretto ne ich hab Feuerzeug ne ich hab Feuerzeug das kann's da nicht gehen Walder aber wieder weiter hat er grade wirklich ernsthaft gedacht dass du auf den Knast rausgekriegst sagst du ja ich komm später wieder ei 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 Mensch Kurt Hashtag Mensch Kurt ohne Helm und ohne Gurt einfach Kurt das ist doch ein Wahnsinn der Mensch so Freunde und wir sind wieder Road to 15 Likes oder wo sind wir denn Road to 20 oder was wo 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 denn jemand schon hin das wär mir wirklich einmal lustig wenn mich das Kartell hops nehmen würde weil ich ein goldenes Auto fahr dann reiß ich sie in 100 Einzelstücke ja hallo was hier ist Linz ähm wir fahren jetzt gerade mit Wolf ins Krankenhaus ja Franz hat gesagt also vom FD er weiß noch nicht wie es jetzt ausgehen wird er hofft das nicht dass er durchkommt ich komm ins Krankenhaus passt bis gleich bis gleich der für ne scheiße das ist jetzt alter was ist denn da jetzt schlimmer ist passiert alter das das jetzt da so aufhaut oh ne gut ich muss mal kurz ins Krankenhaus aber was ist denn hier passiert eigentlich ich hab's bis heute nicht passt wir fahren einmal schnell ins Oceans Hospital ich fahr jetzt schnell und ich fahr fahre gut hoffentlich dass mir jetzt da irgendwo jemand vom PDI anhält oh scheiß das ist der schnellste Weg hier zum Oceans dann fahren wir den und das Navi mir das sagt dann vertraue ich ihm Navi das wird uns da durch die Hills jayken ja das ist ja wahrscheinlich nicht der schnellste Weg ich glaub ich wär von Wester wohl schneller gewesen aber ist wurscht fahren wir die Strecke na wobei das ist doch das hinter dem ja das könnte auch schnell sein da so so fahren wir mal dorthin mal schauen was uns hier erwartet ich hab mir keinen Bock auf den Blitzer dort jetzt heil ich immer wieder die ganzen ich ich bin so ein Mensch ich hasse es wenn ich offene Rechnungen hab die müssen immer so die müssen immer alle gedeckelt sein wenn ich Schulden hab will ich mich schlecht da sind sie schon alle sind mich auch irgendwo noch im Parkplatz frei oder was steppert da sind wir Autos ja ok Alter sie stehen da auch schon ich weiss ich stelle mich jetzt aber auch in zweiter Spur dahin halt auf dem Gehsteig da stelle ich mich hin jetzt wurscht so ich darf das was geht was geht ich bin jetzt gefahren wie der Blitz alter gibt's gibt's irgendwas Neues wie sieht's aus mittlerweile noch nicht wir sind auch vor 5 Minuten ist sie angekommen nicht mal so Franz hat wohl gesagt es wird unharter Kampf nur was ist passiert er war in seinem Cybertruck Edin ist in Korb reingefahren und Edin ist dann Wolfi hinten reingefahren und dadurch ist er scheinbar bewusstlos geworden ich dachte ein Cybertruck ist gepanzert Alter ja und daraufhin will jetzt Edin dann noch eine Anzeige erstatten gegen Speedy wegen unterlassener Hilfeleistung weil die es nicht eingesehen haben den Cybertruck zu knacken um ihn da rauszuholen um erste Hilfe zu lassen ey da war ich dabei sogar ja da hab ich die dann auch angeschissen kann doch nicht sein das Problem ist du kannst ja auch nicht einfach mal die Scheibe aufbrechen weil die einfach gepanzert ist richtig da musst du froh sein Alter dass du nicht eine Anzeige bekommst wenn ein Fahrzeugdiebstahl an ist die dich nicht festnehmen ich glaube das wäre nicht gut ausgegangen hätten sie versucht das hätten sie nicht getraut ich wage mal zu behaupten wir waren mit mehr Leuten da ja das glaube ich auch Gewalt ist nicht immer die Lösung leider verstehen Pedile die meiste Zeit die andere Sprache nicht das wäre es mir aber nicht wert wenn da unabsichtlich dann eine Kugel in Wolfi noch zusätzlich reingeht das stimmt doch das ist auch wahr ja eben so gibt es eigentlich irgendeine Toilette? ja wo? ich zeig es dir ach so super wer ist denn hier der Igel? was bist denn du? ich das ist Jessie Jessie ich kenne hier sonst jemanden nicht ihn links neben mir kannst du wahrscheinlich nicht stimmt ich kenne ich auch nicht wir haben den zwischen Florian und Gambino kennst du auch nicht wer bist du? ich bin Aaron äh Kyrio ich bin Aaron 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 wer bist du? Fanny Ramirez wo kommt ihr alle her? wie lange bist du jetzt hier? ich glaube zu sagen dass das nicht mal 24 Stunden sind Kollege ich komm von überall Biker ich bin Expedieler wie das wird zum Trend ich bin Aaron Richter wo kommst du her? das halte ich für ein Gerücht ja aktuell noch Biker glaube ich war es ne? hört er mich nicht oder was? das ist nie passiert das ist ne Lüge er hat sich angeschissen bitte? wo kommst du her? äh ja wie meinst du? woher? was hast du davor gemacht? er hat mal so gestunken wie er da vorne ich war ein Cop auch ein Cop sag ich ja das wird das wird zum Trend ja manche Cops werden halt schlauer als andere gibt anscheinend doch noch Entwicklung Entwicklung auch Weiterbildung genannt Fortbildung Innerellbildung Qualifikation ich bin froh dass es die Polizei gibt weil ohne Polizei gibt es keinen Spaß das ist auch wahr irgendwie brauchen wir sie ja doch man kann nicht mit ihnen wo? nicht ohne sie ich brauche nur zwei von denen im Dienst dann bist du aber ein riesen langweiler ja manche möchte ich auch gerne so sieben, acht Leute von denen aber mehr brauche ich auch nicht ich hab mal 20 PD Autos hinter dir das macht Spaß kann ich mir gut vorstellen kommt der dann da raus oder was? hier hoffentlich ich mach 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 ich bin nur in der Arztraum erstmal ich geh freibich beiseite ich bin kein Opa das ist ein Jungspund ich bin kein Opa ich hab den letzten mal die Einweisungen gegeben im was? im Rollstuhl schieben was für Rollstuhl? ne ja klar unser Kubaner sitzt im Knast und und wer sitzt im Knast? der 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 Ding von vorhin hier ach der der mit dir im Polizeiauto war? ja genau der wer ist das überhaupt? der heißt ähm er sagt immer Zwerchkowitsch sagt er heißt er aber ich kenn den kenn ich nicht ne ich ich kenn den noch von damals ach so ja gut passt passt wir dann gleich im Krankenhaus ne? ja ja tada bis gleich Opa ist beleidigt oder was? ha 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 das ist wie die Sponsor-Folge wo er von so Ludov hat und im Hinblick oah das stimmt das bei ihm das bei ihm das bei ihm das bei ihm ach Gott bist du jetzt bei 1.07 ist ja unhöflich hier das passt auch sehr gut hin das ist ja das ist ja das ist ja gerade Zickenkrieg oder was? ja das ist ja gerade Zickenkrieg oder was? ja ein Polizist und ein Ex-Polizist streiten sich wer mehr stinkt und das ist unglaublich dass ich das noch einmal irgendwo erleben darf der Herr Ex-Polizist war ja nicht so beliebt wirklich? warte man gibt Wichtigeres aus euch beiden was geht er hat irgendwo ein Bulle geredet wusste hier so blind alter ich glaube der Arzt kann nicht direkt mitnehmen ey Bulle jetzt bist du das wissen hey dann reiß dich mal im Krankenhaus zusammen ich sag dir ehrlich heute habe ich das gute Land aufgerufen Krankenhauses Frieden nachvollziehbar ja ich weiß definitiv nachvollziehbar ich habe ja keine Waffe genommen oder so da geschlagen sei froh alter das habe ich auch nicht vor ich bin nicht schlecht gelaunt was denn hier einfach Mitleid haben und dann gut ist weißt du wer mir weißt du wer mir leidtut das Krankenhauspersonal die können am wenigsten dafür und die müssen das dann wegwischen was macht die Lacke hier ich habe nicht gepinkelt sie waren eben bei dem Unfall bei oder wirklich nicht ich verstehe sie nicht wie man pinkelt keine Leute in der Öffentlichkeit geben ich habe dich nicht angepinkelt Junge kannst du gerne da in deinem Bescheid geben ich habe also ich habe wirklich keine Ahnung aber wer gesehen habe ich gepinkelt hat weiß ich nicht ich will es direkt wissen wenn ich kann hab nicht gepinkelt okay der Kontext war weird weil ich den Arzt nicht gehört habe war es bei dir falsch das war doch ein Kollegen flüstert er hat gesagt es muss erst noch ein Pidila zu ihm also kein Au 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 warum ich weiß es nicht kein Au Au ist ein Opfer eines Verkehrsumfaltsflut habt ihr alle ein Au Au? ja ohne Ahnung wo Underwood ist ist gar nicht rangegangen ich kann ihm gern was übergeben wenn du ihm was geben wirst du musst den Helipid hier flusten lass das mit der Brunnen sein lass es einfach mach du nichts hey ich habe mit Underwood eben telefoniert weil ich ihm was geben wollte jetzt geht mir nichts an geil was denn wir haben gar kein Zeppel angesetzt ja einmal im Monat ne ich mag ihn ganz ganz toller den Dieter Bohlen was dein Lieblingslied? Sherry Sherry Lady das ist das einzige was das ist weisst du das ist noch Musik aus seiner Generation ich frage mich was er am liebsten hört und singt ja ja da gibt es ein Lied stellt euch mal vor hey stellt euch mal vor da wo Dieter Bohlen bekannt war war er schon alt da waren wir nicht mal noch geboren das stimmt gelastet das ist nicht mein Kampfschrei das will ich nicht sagen also Helmut du singst du uns jetzt eh nicht das vor was du am Freitag vorgeschoben hast soll ich es machen? nein na lass es Helmut ne ich will nur mein Kampfschrei machen was machst du? oh Gott das ist ein Kampfschrei er legt klein ein Ei das sieht nicht gesund aus ich glaub deine Knochen sind ein bisschen zu alt dafür das sieht absolut nicht gesund aus Mann soll ich? oder soll ich es lassen? lass es bitte hier ja ja dann lass es das sieht aus wie wenn er irgendwie im Rheuma stecken geblieben ist ich hab keine Rheuma was denn da in die Gicht oder was? ja guck da hab ich so guck mal in das Loch rein guck mal mhm oh nö das kannst du doch nicht so sagen Alter das hast du vielleicht merkwürdig er sagt guck mal in das Loch rein und tritt dir schon nee das wird nicht besser ja ich mein da in meiner meiner rechten Hand das Loch so ich versuch den Grund dass da jemanden boxen kann das kannst du nicht bringen ich hab mich grad verschluckt eier darum schluckst du überhaupt das wollte ich auch grad fragen das ist eigentlich der Wind ich bin mal gespannt wann der Zwetschkovic wieder rauskommt was aber dann ist jetzt jemand verschollen ist es wieder da no way ja alles auf dem Feiertag henni ab und sauschen bitte ja henni drängler so ich will nur sagen der ist doch noch schon damals oder er ist schon was länger da ich hab noch nicht wie Tim gerade gesagt hat ja er war das nicht mal ein Biker ja ich war auch mal Biker du ich war mal Biker aber das ist jetzt schon die Bann ja her schäm dich er ist bei den Bikern rausgeflogen worden jetzt glaubst du was ich tue weil er nicht da war schäm dich alter wer der Drängler oder er der Drängler was vorgestern passiert ist hast du mitbekommen was ist passiert vorgestern dass Liam und Ego uns ans Kartell verraten haben haben sie das haben sie beweist Stärke definitiv und man sieht dass das hat ja nichts besseres zu tun als als Snitches aufzunehmen also wer jetzt noch mal Ramdi und 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 Ego nee Liam Liam tja wenn sie uns besser geht was mit Ego und Liam Kartell hat uns mit irgendwie keine Ahnung fast 20 Leuten gezwungen oder hat Marc besser gesagt gezwungen die beiden zu entlassen und dann haben sie uns gehen lassen ganz oft jetzt musst du dich oder oh ne ja lasst mich raten das haben wie unter Liam lasst mich raten das haben sie gemacht wo ihr dann noch zu viert wart ich können sie ein bisschen lauter reden ja wir waren 5 ah 5 cool ja gut wenigstens bleiben sie ihrer Linie treu das wussten sie wahrscheinlich dadurch dass sie halt noch bei uns im Funk waren ja logisch ok freut mich für die beiden die sind schon genug gestraft damit dass sie die beiden aufgenommen haben können sie uns auskunft geben über einen aktuellen stand von einem herrn daniel wolf der war nicht hier doch doch der Tim ist mit der Tim ist mit ja der war hier ja weil er sein Sohn ist deswegen wurde er jetzt mitgenommen ich denke Martin wird uns dann gleich Bescheid sagen ja deutsch war aber der der passiert hat doch nichts gesagt du hast wahrscheinlich nicht gehört weil er immer noch geflüstert hat aber Tim ist ja mit ihm mitgegangen achso ok ich verstehe das alles gut wollte nur mal fragen schweigepflicht schweigepflicht ja und zwar schon zwei Stück die eine sind zum bluthochdruck und die anderen sind zum blut zum druck senken und die einen zum huwda hochfahren oh entschuldigung darf ich mal durch ja natürlich dankeschön danke vielen dank oder der helm ist größer als dein kopf da hab ich sogar mehr im kopf als er wir wollen ja nicht übertreiben was hast du da auf deinem kopf eine Antenne das nennt man Haare nix gegen die Frisur das ist das das ist das was hier dir bei da in einem Geheimratsecken fehlt ja da versteck ich Sachen die Tabletten oder was ich wollte grad sagen das ist Koks das weiß ich ich muss manchmal ne Nase schniffeln das nen Schuppen für Schuppen deswegen juckst mich manchmal am Kopf ok ich weiß ist alles gut ist normal entschuldigung ich habe glaube ich Schuppen oh ich weiß wer das ist ja Head & Shoulders können sie da helfen gegen Schuppen ja aber das ist zu teuer wer wird dafür sicher bezahlt sind sie Werbepartner von Head & Shoulders ich äh ne ich nicht schade eigentlich ich hab jetzt nur äh Schwarz Kopf wird der operiert oder was keine Ahnung wissen wir nicht er ist in nem Zimmer also ich glaube gerade nicht aber wir dürfen halt nicht hoch wär zu viel Stress so mal 200 202 man kann der mal zum Flirten aufhören aber warum ist der auf 200 dann bin ich rückwärts gefahren um halt den Weg frei zu machen für die Officer ähm die der Officer den ich den Weg frei gemacht habe ist nach links abgebogen und einfach in meiner Seite gebrettert halt ohne sinnlichen Grund die Schuhe sind so blauer da schau mal Hitler geleuchtetem Licht sollst du uns das sagen weil der liegt auf Zimmer 200 ähm ich weiß es tatsächlich nicht es müsste ja eingetragen sein bei euch wenn ihr ähm ne seitdem wir wieder geöffnet haben machen wir das nicht mehr das ist das das ist das Storke perfekt ich hoffe du hattest ein schönes Weekend dankeschön Sally-san ja hatte ich danke der Nachfrage das klingt sicher die Hose wenn die uns hin aber in der Fresse was entramisiert nicht in seine äh Gesichtskrankheit ich glaube der steht so auf diese Rollenspiele Polizist guck mal also ich finde es super guten Abend guten Tag dachchen für dich äh ja bei mir schon insgesamt nein Wolfi äh ja wir wissen immer noch nichts es hieß man weiß nicht aber durchkommt äh jetzt gerade liegt er auf Zimmer 200 ok du weißt nicht wie lange ich nicht da war also ob da gerade jemand die Nationalbank ich weiß nicht gar nicht insgesamt was überhaupt passiert ja es sind heute einige eingestellt worden ok kannst du mal ein Tablet machen wir haben jetzt wieder eine Krabbelstube das das habe ich gerade schon gesehen aber was ist denn allgemein wie geht's dir so wie war dein Wochenende supi und gehen tut's mir super danke der Nachfrage loko das gefällt mir überhaupt nicht das erinnert mich an unserer Zeit bei dem Bike sind da draußen die Raucher natürlich natürlich ich bin nicht Raucher auch immer da drüben sind die Raucherlungen hier du bist Passivraucher das ist ne Lüge oder hier unter Helmut das ist so ne richtige laufende Lüge ich bin kein Raucher ich bin kein Raucher ich bin kein Raucher ich rauchst du deswegen aber deswegen sieht er mit 80 aus wie 85 Helmut hat vergessen dass er raus ist so alt das verschwindet ja hey das ist das hallo hallo was geht Bruder ey Bruder was ist ich bin raus nee Bruder ey High Five Alter du Sandy ja was los was läuft was läuft was läuft hast gesehen Nationalbank wird gerade gemacht ja hab ich gerade gesehen Bruder gerade vorbeigefahren ja ich hab gerade hier noch Stress mit der Familie aber wir können dann Strassenrennen machen äh Bruder wie ist du Stress mit der Familie mit welcher denn ja mit meiner Familie Bruder ja warum oder was los ja da liegt jemand im Sterben vielleicht äh wer hat den Bruder äh weiß nicht ob ich das so sagen darf aber da gibt es ja jemanden bei uns also ich hoffe nicht deine Olsch oder so was das ist Familie ich hoffe nicht deine Olsch nein 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 jemand jemand aus Familie also der liegt nicht im Sterben aber der hat Unfall gehabt und die kämpfen gerade um sein Leben so ja was ist denn passiert Bruder ja Autounfall hat der gehabt was für Unfall Skiunfall Autounfall Autounfall ich hör ne Autounfall ne Autounfall ne Autounfall warte 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 ey Bruder ich hab eine Frage kannst du Taxi machen Taxi von von Gefängnis oder was einfach warte ey warte 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 ich telefonie grad ich kann nicht auflegen und hände auf einmal machen Bruder nahane warte warte Alter, wieso sagt er mir nicht, wo er ist? Ey, er geht doch, der stinker. Was ist los? Ja, noch schon. Keine Ahnung, durch den Grutschnapper, zwei geprellte Lippen und was genau passiert ist, war sie leider selber nicht. Und deswegen heulst du so rum. Lass sie jetzt mal drücken. Wo heul ich denn? Diese Stimme werde ich nurmals vergessen. Meiner? Nee, ab ups. Ach so. Wir waren im Transport vor über einem Jahr, wo wir über Metal gesprochen haben, auf dem Weg. Metal ist noch immer geil, Alter. Ey, freut mich, dass es dir gut geht. Jo, danke schön. Es kann nur sein, dass gerade ein Freund von mir entführt wird, Alter. Der ruft mich an und sagt, ja, er muss Hände hochnehmen, er muss jetzt auflegen. Ich sag, wo bist du? Er liegt da auf, der Idiot. Das ist natürlich nett. Können wir dir mal helfen? Wir könnten schon helfen. Ich probiere ihn noch mal anrufen. Ich glaube, das letzte Mal, wo er war, muss er im Staatsgewängnis sein. Sag, 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 ich muss da her. Danke. Ich rufe den nochmal aus. Wolf? Ja? Sag mir bitte, du hast es auch schriftlich vom Arzt alles... Warum sollten wir schriftlich vom Arzt haben? Müssten wir haben wegen dem Arzt, Alter. Ey, hört mir mal zu. Ein Freund von mir ist, glaube ich, gerade entführt worden. Macht mal euren Job. Wissen Sie den Namen? Ja, der, der hieß, ähm... Kevin hieß der Hartmann. Ich hab mit dem gerade... Ich hab mit dem telefoniert und er hat gesagt, er muss jetzt Hände hochnehmen und er muss auflegen. Ich schreie nicht! Ich schreie nicht! Ich glaub, sein letzter Standort, der hat mir nicht gesagt, wo er ist, war am Staatsgefängnis. Am Staatsgefängnis? Ja, er ist gerade entlassen worden und hat mich angerufen. Und dann hat er direkt Hände hochnehmen müssen. Okay. Wir kümmern uns da mal drum, ja? Wir versuchen jetzt, dass wir den ganzen Scheiße eben da oben dabei. Ähm... Ne, weil das derselbe Officer war, der auch vorhin die Würfe reingegangen hat. Irgendwie, keine Ahnung, zwei Kilometer, gefühlt acht Verkehrsen einzumachen. Das war derselbe Officer, der mir reingefahren ist, der den Riftoffmann reingefahren hat. Keine Ahnung, 20 Leuten oder so. Deshalb will ich Anzeige gegen den machen. Das war sehr witzig, ja. Das war sehr witzig, ja. Dann lassen wir uns das beiden auch untersuchen. Hey Jungs, kommt mal mit was. Genau. Genau so werde ich Anzeige gegen die Officer erstatten. Ähm... Ja... Geht ihnen nur auf zu labern, Alter, es gibt jetzt Wichtigeres. Komm, Alter. Digga, der könnte dasselbe Thema zwanzigmal nochmal wiederholen. Ja, vor allem, der labert auch in drei Stunden fünfmal dasselbe. Bruder, er labert seit zwei Stunden nur davon, dass er den Cop anzeigt. Jaaa... Habub, bist du überhaupt im Funk? Was ist Habub? Hey, hört mir mal zu, anscheinend ist ein Freund von mir gerade entführt worden. Jawohl. Im Staatsgefängnis. Heißt Hartmann, Kevin heißt er. Kenn ich. Ist entführt worden. Mensch, ich fahr mit dir. Nein. Ich hab mit dem gerade noch telefoniert und der hat Hände hochnehmen müssen und hat dann aufgelegt. War jetzt nicht grad irgendwas von der Nationalbank? Nein, nein, das war danach schon erst. Was? Hat er gesagt, in welchem Auto? Nein, gar nichts. Ich hab den gefragt, wo. Aber ich glaub, er hat mich erst aus dem Staatsgefängnis entlassen worden. Und dann hat er mich angerufen und dann hat er schon Hände nach oben nehmen müssen. Ich weiß nicht, was für ein Auto. Ich weiß nicht, gar nichts. Ich weiß nur, dass er so angezogen ist, wie ein Polizist ist er angezogen. Ey Jungs, stellt euch mal bitte kurz einen Halbpreis, den teile ich jetzt kurz ein. Halbpreis wird. Habub, geh lieber mal in den Funk, falls irgendwas ist. Ja, ich komm mit. Ja, bitte mal in den Funk gehen. Ich brauch jetzt einmal einen Halbpreis. Wie viele Leute sind wir gerade, die alle hier stehen? Gute Frage. Ich lass mich leider kaputt nehmen. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 13 dann jetzt. Ich bin jetzt da. Okay, folgendes. Ihr, ihr vier fahrt Fließabank West Highway. Du, ihr, ihr vier fahrt Fließabank, ähm, Mechaniker. Welches Fahrzeug? Ich kann ja so viel sagen. Ich weiß, egal. Alles klar. Aber ihr fahrt auf jeden Fall Fließabank. Wegen was denn? Ihr sucht nach jemandem, der eine Geisel ist und der allzu schuldig jetzt angezogen ist. Äh, Elin, 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 kurze Frage. Ja. Wenn der am Knast aufgegabelt wurde, dann haben doch eher Leute auf ihm gewartet. Wegen irgendwas anderem, oder? Ich wär, also ne Geisel ist es... Das ist die Frage. Deshalb fahrt ihr erstmal dahin, fahrt ihr erstmal dahin und schaut. Gut. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst nix machen. Ihr sagt mir einfach, wo er ist, wenn ihr ihn gefunden habt. Ab uns hast nen Namen. Ihr wartet da einfach. Kevin Hasenmann. Ähm, ihr wisst, wo ihr hinfahren müsst? Sag nochmal. Soll ich dich nach Hause bringen, Wolf? Ne, euch hab ich noch nicht eingeteilt. Ne. Was soll ich da haben? Da haben wir, ist ja doof. Ja, bitte. Ich fahr. Du willst da mitmachen, Wolf? Äh, ich fahr schon mit. Ich fahr nicht. Ich fahr nicht. Ich weiß nicht, wo du mit solltest jetzt. Wenn's? Wird einer. Müssen wir nur noch schnell in der Waffe holen. Ich hab hier nen Porsche Tiger, wo vier Leute wettmachen. Äh, meinen Vierer-Trupp, lasst mal kurz, äh, Hauptplatz. Dings. Ja, die, die bei mir mitfahren. Anna Wetzel zum Gelände kommt. Gut schlafen. Bis morgen. Bis morgen. Komm gut drauf. Wolf? Wir brauchen nicht nochmal hier am Ocean. Wolf ist im Punkt. Lorenzo ist da. Äh. Ja, dann. Ja, sicher. Dann fahr mal anwesend. Okay. Ich nehm Jesse mit aufs Anwesen. Ey, ich setz Wolf im Anwesen einfach raus. Sollen wir alle zum Anwesenden oder macht ihr das jetzt? Nein. Na. Ihr haltet euch an den Plan und sucht. Und wie sieht denn der Kevin Hartmann aus? Er hat so ne Topfrisur, so wie wie... Er ist angezogen wie Polizist und hat so nen Bart. Aber falls er nicht mehr so angezogen ist, hat er so ne Topfrisur, so nen Kinnbart und Schnauzer. Und ja, sieht so aus als ein Gucci Tischer. Ach der Typ, der heute vorhin da war. Ja, genau der. Ja, okay. Ähm, Jungs. Einmal nochmal kurz zum... Für mich. Einheiten beim Juwelier sind da. Bei der Fließabank Mechaniker und West Highway, oder? Juweliers check. Wir fahren gleich Richtung Fließabank bei der Mechaniker. Perfekt. West Highway? West... West Highway fährt jetzt erstmal kurz ein Auto weg und dann, ja, fahren wir dahin. Alles klar. Dann suchen wir ihn. Vorm Juwelier drei Fahrzeuge. Alle zum Juwelier. Okay, dann fahren wir kurz in die Straße, solange die nicht begonnen haben und schauen ob du nen Geisel siehst, die wie ein Polizist angezogen ist. Ist schwer. Ich bin dann schon mitten vorm Juwelier. Ich schätze, dass er das sein wird, oder halt, einer bei diesen. Äh, sollen wir zum Juwelier gucken kommen mit, oder? Ich bin aktuell noch alleine. Ja, wir kommen beide zum Juwelier. Ein Porsche... Keine Ahnung, was für einer. Da noch... Ganz kurz. Funkstille, äh, Darwins, Edin, etc. Alle Zerfanwesen kommen. Hab ups, Kommando. Ist verstanden. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt mal dort beim Juwelier in die Nähe und wir tun uns dort alle jetzt mal so ein bisschen auf... Wir werden jetzt mal ausschauen und halten, wer das ist. Habt ihr die Geisel schon sehen können? Egal, wenn die mit den Cops verhandeln, dann werden sie irgendwann die Geisel nach vorne bringen müssen. Dann werdet ihr sehen, ob es ist. Fiffleweg, Taikahn und Turbo S stehen davor. Haben die von Larissa den Turbo S geklaut? Sieht so aus wie Larissa's. Fürsse auch. Ey Jungs, sind Cops schon vor Ort? Nein. Ihr müsst eigentlich zugreifen, weil sobald die Cops da sind, können wir nicht mehr eingreifen. Wollen wir auch los. Dann los, alle zum Juwelier. Baut euch da, kommt jetzt auf und schnappt sie euch. Sobald Cops da sind, dürft ihr dann nicht mehr einschreiten. Also besser früher als nie. Abu, bist du damit einverstanden? Du hast da gerade das Kommando. Ja, lass machen. Komm, wir sind genug. Krass. Lass rein. Dann Masken raus. Gut, dann alle Masken raus. Let's go. Warum haben die Azubis Westen aus? Azubis bitte alle Westen aus. Fangen an. Boah, ich bin satt, Jan. Komm mal rein, der steht da, glaube ich, oder? Sind Sie sicher? Ja, ich stehe durch. Die Geisel sieht anders aus da drin. Ja, die Geisel sieht anders aus. Die ersten Einheiten von der Polizei kommen jetzt zu euch. Kein Kopf. Habub, geh mit nach vorne und schau ob es er ist. Als ob du ihn wieder erkennt. Warte mal. Warte mal. Lass ihn. Doch, doch, doch. Das ist der. Das ist der. Das ist der. Das ist der mit der Kappe und mit dem Bart. Äh, links. Ist das von dir? Ja, der, der links. Was? Ja, los, Jungs. Dann nennen Sie den Juwelier rein. Ich hab schon fünf Einheiten gesehen, die zu euch kommen. Ja, mal ne Frage. Seid ihr schon drin gewesen, bevor die Kopf da waren? Wir wollen nur reden. Ich komm jetzt rein. Wir wollen nur reden, dann passiert niemand was. Habt ihr gehört? Habt ihr uns gehört? Wir wollen nur reden. Können wir reinkommen? Ich komm alleine rein, ja? Ja, ich brauch mal bitte den Start. Moment, warte. Ist hier ein Kevin Hartmann. Ist so 100% der. Schickt uns den Kevin Hartmann raus. Kevin Hartmann raus. Ja, das geht dich nix an. Wir sind mehr und es wird enden. Sofort, Kevin Hartmann raus. Letzte Warnung. Ja, aufzuziehen, sonst bist du tot. Aus. Wie gesagt, ignoriert einfach den Kopf. Zieht das komplett durch. Geht denn, ich geh auf, es darf zu bald. Ja, ich schick mal weg. Wir wollen nur Kevin Hartmann. Wenn wir Kevin Hartmann haben, lassen wir euch in Ruhe. Ja, ja, ich setz mich da in den Busch. Ich verwahrt nämlich komplett. Wir warten. Aber die Cops sind da. Irgendeiner sollte halt bei mir da bleiben, dann geht's ins Wort, Kevin. Wir wollen einfach nur Kevin Hartmann. Ja, ich setz mich direkt neben dich im Busch. Wir wollen hier einfach. Schick ihn raus. Grund ist egal. Ich kann alles bei dir dann im Visio. Sofort rausschicken. Wollt ihr Blut vergießen oder wollt ihr kein Blut vergießen? Schickt uns einfach nur Kevin Hartmann und wir sind wieder weg. Wir wollen das Gelände anfahren. Ja, wir sind ja. Wir sind doch vor den Dauer. Wie geil. Äh, Wolf, wir sind hier ungefähr da. Ich muss hier links vor. Achso, Handy wäre gut, wenn du hier bleibst, bis Lorenzo da ist. Damit du ihm das Dorf machen kannst. Wer ist 9-11-0? Ja, ich komm jetzt angefahren, weil ich komm grad vom Hauptplatz jetzt. Soll ich so lange diskutieren? Ja, passt. Lorenzo ruft mich an, wenn die da sind. Ich sag dir nur Bescheid. Gebt denen jetzt noch eine Minute. Die haben doch noch genug Reise in der eines oder mindestens noch. Jetzt holt er in den Schutzkosten. Ja, die sind doch in der fucking Unterzahl. Was machen die? Gebt denen eine Minute, sonst sind deren Reifen platt. Wir haben jetzt noch eine Minute ab jetzt. Sonst stürmen wir. Oder die Reifen sind... Eben Hartmann rauszugeben, ansonsten stürmen wir. Und das endet anders. Nix, kurzer Moment. Eine Minute ab jetzt. Hey, guck mal, die High Speed ist durch die Nagelbänder gefahren. Oh ja. 30 Sekunden. Das ist vielleicht ein bisschen selber weg. Hä? Hast du auf den Schutzkosten? Ja. Ja, ich weiß. Also ich hab hier komplett freier Flussspann. Junge, was macht der denn, Alter? Alter, was macht der denn jetzt? Ja, was macht der denn jetzt? Ich hab hier bis hin. Ich glaub... Ihr müsst mal... Bei einer der linken Tür aufmachen kann ich den da hinten wegholen. Ihr müsst mal aufpassen, falls ihr jetzt irgendwas... Falls ihr über ein Bike abhauen, dort liegen überall anscheinend Nagelbänder. Ja, vorne liegen überall Nagelbänder. Ihr habt Geiseln, sagt ihnen, dass sie die wegmachen sollen. Fertig. Die wollen irgendwie nicht. Oder räumt die jetzt gerade die Tür auf? Okay, was machen wir jetzt? Wir haben gerade... Ähm... Machen wir verbrauchen die linken Tür auf, dann hol ich den da hinten weg. Und rücken ihn nicht raus. Nene, er hat Kevin im Griff. Er hat Kevin im Griff. Er hat Kevin im Griff. Warte, lass mal. Ähm... Wenn ihr die Chance habt, könnt ihr doch den... Typen, der ihn... hat... Wo ist Kevin? Er schießt. Hey, ich kann jetzt hier mal... Ich stehe mir hier rein rein. Warte, warte. Du lässt ihn jetzt... Ja, du lässt ihn jetzt... Leider hat man zu holen. Genau. Der Typ steht in den Kopf. Der Typ steht in den Kopf. Lass mich mal reden. Gib ihm den Kopf. Denkst an die Kopf. Denkst an die Kopf. Warte mal. Ganz kurz. Bevor ihr schießt. Hey, hör mir zu. Ihr könnt... Ihr könnt... Ihr könnt mir jetzt... Die Scheiße meint. Hörst du mir zu. Ihr könnt eure Scheiße hier machen. Ihr gebt den jetzt raus. Nein. Ja, du kriegst gleich ein Hatsch. Fick dich. Wir wollen die gleich einfach erlogen. Bruder, der hat neun Waffen in der Fresslin und sagt Fick dich. Hat der gerade zu mir gesagt Fick dich? Ja, hat er. Wie viele sind die? Die sind doch nur zu zweit oder so? Für euch. Ich werde jetzt... Kursfeier achten. Kursfeier. Leute, Vorsicht. Achtung, Polizei. Die Bullen schießen. Pass auf. Die Bullen. Die dürfen nicht. Die dürfen sich nicht einmischen. Sind die dauernd? Ne, einer lebt noch. Einer ist tot. 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 Die Cops mischen sich einfach ein. Die Cops schießen da rund. Einer ist tot im Juni. Einer ist tot. Einer ist tot. Was? ich gehe rein ich gehe rein jemand von uns drin im juve ist einer drin ist das von uns ich bin gerade ich bin gerade echt bin gerade echt überfragt ob das so ja keine ahnung vielleicht hat jemand zugeschaut lassen wir mal aber mir kann in dem fall eh nix passieren ich habe nichts gemacht kein six mal draußen dritte partei der polizei zählt ja nicht als dritte partei leute das Hier ist noch eine P90 drin. Hat aber sonst keine illegale mehr. Lass mal ihm. Der hat noch P90. Achso, das war das Kartell. Hey Liam, habt ihr schon alle besucht? Äh, ne. Ich bin aber auch selber voll mit. Das war das Kartell. Das war gar nicht die Polizei. Das sind doch jetzt alles Kartell Leute, oder? Das ist das Kartellbösen. Ich schätze mal, dass die Geiselnehmer da drin das Kartell waren und dass die uns jetzt von hinten überrannt sind. Ja, das ist das Kartell. Ja, in dem Fall wahrscheinlich keine Drittpartei, weil die können ja dazu. Wenn das da drin die Geiselnehmer Kartell Leute waren und die uns jetzt von hinten da zusammengeschossen haben, ist das ja keine Drittpartei. Das war, glaube ich, Kartell. Wenn mich jemand hören kann, nimm bitte mal die Hände hoch. Hände hoch, Hände hoch. Das ist Kartell gewesen. Hände hoch. Nimm die Hände hoch. Nimm einfach die Hände hoch, mein Freund. Oh, mein Freund. Umdrehen. Die Person hat hinten eine Waffe in der Hand, glaube ich. Ja, eine MP. Geradeaus ist eine Waffe. Ich kenne mich gerade nicht aus. Ich weiß nur, dass ich sowieso unschuldig bin. Also von dem her, ich habe ja nichts gemacht. Tun in ein Auto rein. Ja, ich hole einen. Ich finde es aber immer interessant, wie mad die Leute im Chat sind, Alter. Der einzige, der Grund haben müsste, mad zu sein, bin doch eigentlich ja ich. Ich bin ganz gechillt. Michael, danke schön fürs VIP-Werden. Selisan, danke schön. Das waren Leute, die haben richtig dicke Eier gehabt. Ich wette was, das war kein Teil. 100 Pro. Aber hey! Aber hey, sie haben eins draufkriegt, aber komplett. Aktuell 9, 100 Prozent. Neun Stück. Die Frage ist, ist die Juweli gesichert? Ey, drüber oder draußen, hallo? Warum? Ja gut, dann sichern jetzt ich einen DX-Race. Wieso wir geschossen haben, es war der Typ unkooperativ gesagt und mir ins Gesicht gesagt hat, dass ich mich ficken gehen soll. Ja, denn genau. Schau euch noch mit ihm reden. Der Herr? Ja. Und er ist in der Ge... Ich bin nicht erschlecken, Alter. Ich komme mal, okay? Ich hab's in der Ge... Voll verwirrend, Alter. Oh hey, war doch cooles Szenario. War aber ein bisschen Action. Es war ja immer ein bisschen Action. Okay, nein. Soll ich auch verletzen? Jetzt besitzen wir dann alle, die geschenkt sind, und dann geht's oben. Aber hey, wir sind 1-0-7, wir sind der Straßengang. So, wenn man zu uns sagt, wir sollen uns ficken gehen, dann schießen wir halt. Wir sind keine... Wir sind keine 0815. Wir hätten sie ja eh genau... Wir hätten die nicht von hinten. Ich weiß halt wirklich nicht, wer von hinten geschossen hat. Ob das jetzt wirklich das Kartell war, oder ob das jetzt die Polizei... Ich glaube, es war beides. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, es haben beide geschossen. Aber in dem Fall, ich bin sogar... Ich bin unschuldig. Also von dem her... Ich habe nicht geschossen. Was wollen sie mir... Was wollen sie mir überhaupt antun? Ich kann uns eh nix tun. Ich kann ja sogar schauen, wer mich getötet hat. Ich kann ja schauen, wer mich umbracht hat. Nächste sind sie nett, oder? Ne, ne, ich bin nicht verletzt, Alter. Ich habe mich hinter Tresen versteckt die ganze Zeit, Alter. Okay. Was ist denn genau passiert? Können Sie mal beschildern? Ja, ich war ein Ding... Äh... Uuuh... Uuuh... Logi... Tote. Hat es gerade ordentlich durchgeschaltet. Ja, Kartell hat mich umgebracht. Kartell hat mich umgebracht. Ja, das war... Das war das Kartell. Das waren alles... Ivo... Also laut Ausweis den Herrn... Ja, das war das Kartell. Ja. Das war... Das war das Kartell. Das war gar nicht die Cops. Die Cops haben keinen einzigen umgebracht. Das waren alles Kartell, Leute. Dann wollten da anscheinend das Kartell den Juve machen und wir haben die da geradet. Ups. Gut funktioniert. Gut funktioniert. Aufgepasst. Die Polizei hat gar nichts. Die haben keinen einzigen umgebracht. Lustig. Ja, krass. Ja, krass. Ich hab's gerade lustig gefunden. Einer am Juweli mit Schusswest- und Totenkopf-Maske. Eigentlich hab ich's gerade übel gefeiert, Alter. Ich hab's lustig gefunden. Ja, der Einzige, der schwarz kriegt. Aber irgendwie war klar, wenn die so große Fresse haben, dass es das Kartell ist, beziehungsweise dass es irgendeine Fraktion ist. Weil die haben... Du hast ja gemerkt, wie sie große Fresse geschoben haben. Ja, genau. Weil wenn das jetzt so Kleinkriminelle sind, die hätten sofort einen nachgeben, aber die haben instant ja große Fresse geschoben. Aber auch zu Recht, weil wir haben halt dringend gewusst, dass die anscheinend da wieder 20 Leute im Hintergrund haben, im Rücken. Also von dem her. Wo? Läuft. Sorry, dass die Letzten nicht dabei waren. Heute ist immer wieder richtig Action. So lobe ich mir das. Wieder eins der besten Streams aller Zeiten. Ja. Mit Fanos. Das FD und alle, die sind dann maßlos überfordert. Kann das sein? Doppel-Dispatch schicken. Easy. Joa, läuft. 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 Läuft, läuft, läuft. Aber hey Freunde, wir müssen mal Stimmung machen hier. Wir müssen mal wieder, wir müssen mal wieder zicke, zacke, zicke, zacke. Zicke, zacke, zicke, zacke. Läuft. Läuft. Ja, bei mir, was soll ich denn feststellen? Ja, bei mir, was soll ich denn feststellen? Ja, bei mir, was soll ich denn jetzt machen? Ja, ich kann halt nichts machen. Ich kann dann gar nichts dafür. Ich kann dann gar nichts dafür. Nö, wisstest was, äh... Bruder, ich mach jetzt gar nichts machen. Sie fahren jetzt mit den Zooschist, erwarten's, dann machen wir den Rest und nehmen wir Personal in Ord und alles. Ja, okay. Oder kann ich wenigstens Kabel finden oder so? Das nervt mir nicht. Scheiße. Ja, Kabelbände können wir machen, natürlich. So, da ist aber ganz schön viel Platz. So, dann mach ich ihn viermal ab, dann bekommst du Kabelbände. Ja, da war zweite Geisel, der war zweite Geisel mit mir. Ja, ja. Aha, Kurtleb wieder. Ja, der, der war zweite Geisel. Genau. Ja, ja, ja. Der war zweite Geisel. Aber anscheinend ist das FD schon da und wiederbelebt, also um die Merk. Ja, ich, ich möchte nicht hinsehen. Bitte, mach's, mach's. Aber hey, wir haben denen den Juve aber gräutig versaut. Die kommen jetzt so oder so in den Knast. Also von dem her. Also wir haben denen den Juve herzlichst versaut. Also von dem her. Ach, ne, die haben den reingebracht. Der ist bei mir vorbei, äh, wo ich, wo wir raus sind, und die den reingebracht haben. Läuft bei uns. Ne, die haben da nichts zu tun. Die waren draußen. Wisst ihr, was ist das Einzige, was ich so richtig schade finde, ist, dass wenn man hier spielt und einfach nur Spaß hat. Okay? Und ich spiele hier. So. Ich spiele hier. Bin mit einer der Projektleiter dieses Servers. Ich sitze da und habe Spaß. Ich bin gerade erschossen worden. Ich habe Spaß. Ich mache dieses RP-Szenario hier. Wir spielen hier alle zusammen. Wir haben Spaß. So. Man schaut in den Chat hinein. Und es gibt wieder so Internet-Rambos, die sofort sich aufregen, obwohl sie mit der Situation null zu tun haben, zuschauen und sonst was. Was? Der Einzige, der sich da aufregen könnte, wäre entweder ich oder die Leute, die da in dem Szenario sind. Dass die im Chat sind, wage ich zu bezweifeln. Wir sind die einzigen Leute, die uns hier aufregen dürften, dass das hier gerade scheiße ist oder dass das hier gerade oder die anderen irgendwelche Idioten sind oder was auch immer. Wir sind die einzigen, die das Recht drauf haben, dass wir hier uns aufregen über diese Situation. Aber ratet mal, die Leute, die hier spielen mit mir, wir hatten gerade Spaß. Für uns war das eine hitzige Ding und wir sind von hinten überlaufen worden, weil wir nicht gewusst haben, dass wir mit dem Kartell zu tun haben. Wurscht. Wir haben uns einfach nicht sagen lassen, dass wir uns wicken lassen gehen sollen, haben dann halt auf Eskalation gesetzt. Ist ja alles cool. Für uns ist Action, uns hat es Spaß gemacht und gut ist. Aber dass da Leute dann darüber urteilen, ob das gerade scheiße ist oder nicht, obwohl wir es selber gerade gefeiert haben, ist einfach nur lächerlich. Okay, ich wechsel kurz das Auto, ja? Es ist einfach RP und es ist ein Game. In einer halben Stunde stehe ich da draußen und es ist alles wieder heile Welt. Und sitze wahrscheinlich mit den Leuten da, die mich da gerade über den Haufen geschossen haben, sitze ich wahrscheinlich in einem Talk oder keine Ahnung, oder man schreibt sich oder whatever und schreibt sich, dass das gerade lustig war, war mal was anderes. Aber hauptsache, ihr kleinen Internet-Pisser, schreibt es da rein und urteilt darüber, was hier cool ist und was nicht. Und macht es hier einen auf dicke Hose. Ich habe auf sowas keinen Bock und verpisst euch. Ohne Scheiß, verpisst euch. Und schreibt es mir nicht, dass das scheiße ist oder dass ich Onlyfans machen gehen soll oder so. Macht selber Onlyfans. Also komm, haltet einfach die Schnauze. Schaut andere Streamer an. Schaut lieber Scripted RP oder was auch immer an, wenn es euch taugt, wenn immer alles nach Plan läuft. Aber das gibt es bei mir oder bei uns hier nicht. Geht es auf TikTok, geht es dort Leute zusammenflamen oder euer unglückliches Leben. Geht es dort bitte euren Hass ablassen oder geht es ins Fitnessstudio und haut es in einen Boxsack rein. Aber verpisst euch aus meinem Chat. Es ist for real, Alter. Ich will sowas nicht haben. Ich bin stolz darauf, wenn sie mich deabonniert. Ich bin wirklich stolz darauf, wenn sie mich deabonniert und euch für immer verpisst. Ich habe auf sowas echt gar keine Lust. Espresso, dankeschön. Gut, außerdem, dass meine Freundin sowieso die Beste ist, weil ich schmeiße solche Idioten einfach raus. Wisst ihr, was ihr jetzt machen könnt? Ihr könnt zuschauen und eure Fresse halten. So. So ein Ding ist das. Kann mir jetzt mal jemand helfen? Au. Aua. Ich glaube, es ist noch immer keine AMR da. Schau, wie wir da beide stehen. Schau. Ey, was ist denn das für ein Konstrukt? Ey, was ist denn, schau mal. Der sitzt auf mir. Hä? Mach ich ja gerade Pony und er sitzt auf mir drauf, oder was? Oh mein Gott, Mann. Schau mal. Schau mal. Das schaut so falsch aus, wie wir da sitzen. Wisst ihr, wie das ausschaut? Wie werden wir nach einer langen Saufnacht da liegen und da aufgewacht sind? Ja, danke fürs Anrufen, Bruder. Ja, danke fürs Anrufen, Bruder. Ich frage mich nur, wer der 9-11 war und mich da angerufen hat. Wer hat die Nummer 9-11-00? Was ist das? Kommission, oder was? Ja, danke. Herzlichen Dank. Achso, jetzt werde ich ins Krankenhaus gebracht. Da sind die Fahrzeuge rein. Achso, ich glaube, die haben Bertha aufgemacht. Ja, endlich. Bus geht raus. Behandlung mit Bertha. Ja. Guck. Ich komm da jetzt grad nicht lang. Ey, Nobody, Dankeschön für 5 VIPs. Hinter mir. Der Westerbomische ist ein bisschen scheiße. Kommst du nicht an der Black Series vorbei? Naja, ich hab's grad versucht. Da ist der Mülleimer im Weg. Ey, dein Ernst? Fahr doch den Mülleimer. Er scheißt sich vom Mülleimer an. Ey, herzlichen Dank, Alter. Nobody für 5 gegiftete Subs und 10 Euro Spende. Erstmal zum Auflockern, VIP-Spenden. Und mal sagen, was das für eine geile RP-Situation war. Echt mitgefiebert. Ja, hey, Alter. Man kriegt halt einfach die Fresse im RP. Und manchmal klappt's. Und manchmal klappt's halt nicht. Aber wisst ihr, ich hab auch immer nicht Bock, das Ganze immer so der Angeschissene zu sein und immer auf dem Kürzeren zu sein. So. Wenn das Kartelldisk gewesen wär und die Geisen von uns haben wollen, wären sie auch reingestürmt. Das haben's wir halt mal probiert. Wenn wir mal Pech gehabt, dass sie von hinten kommen. Und wenn wir gedacht haben, es ist das PD. Deswegen wollten wir nicht schießen. Aber ey. Mal gewinnt man, mal verliert man. Das ist ja P. Ich werd da jetzt hingebracht, steh auf und mach weiter. Und hab Spaß. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Ah, der Kollege gibt ihnen ihre Sachen jetzt. Hi. Vielen Dank. Boah. Boah. Boah, Alter. Hey Bruder, was ist denn passiert, Alter? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, die Cops haben uns abgeknallt von hinten. Keine Ahnung. Boah. Oh Mann, Alter. Guck mal, wir gehen wieder auf den Meter. Mein Bruder, ich hatte nicht mal ne Waffe, Alter. Ich hab auch keine, das ist ja das. Ja, das Witzige ist, ich hab gar nichts mehr. Ja. Mir fehlt auf dem Werkzeugkasten. Alles gut. Ja, mir fehlt Handy und Funkgerät tatsächlich. Meine Taschen sind komplett leer. Ja, mir auch. Ich hab grad mal noch Essen und Trinken dabei, was es mir grad gegeben wurde. Das war's. Ich hab noch alles außer halt Handy und Funkgerät. Keine Ahnung, wo das denn ist. Ich hab nix dabei. Nobody einfach dabei ist, der Kuss geht raus. Wer ist denn hier ein Mitglied geworden? Espresso-Saham. Ey, mein Handy ist auch bei Gucke. Ja, dann geht's denn hier weiter. Mir wird noch nix... Ich wurde noch nicht auf Schmauchspuren getestet, was nicht positiv sein wird. Sie wurden noch nicht auf Schmauchspuren getestet. Das wird aber positiv sein. Und dann bitte einmal die Sozialversicherungsnummer. Moment, das ist die 596. 596. Kann man denen helfen? Weil ich schießen würde. Kann man schießen würde. Oder ich muss grad bisschen so meinen Kopf freigehen. Ja, das ist positiv. Dann setzen sich da erst mal ein. Ich hab doch gesagt, ich muss meinen Kopf freigehen, also soll ich mich daneben setzen. Ich hab keine Ahnung. Das heißt, sie waren beim Juwelier und dann auf einmal war alles weg, weil so viele Schüsse gefallen sind. Ja, ja, ich hab mich hinter dem Auto versteckt, weil sie eigentlich grad weglaufen und dann keine Ahnung gegen die Lichter aus. Hm, verständlich. Bei mir war das genauso. Das einzige, woran mich ich mich auch erinnern kann, ist, dass ich vom Jugendstaub nicht brauche. Wollt ihr mir ausleiten, was genau passiert ist? Oder wisst ihr es ja auch genau? Nee, ich hab mich hinter dem Auto dort bei der Tür versteckt und auf einmal war ich... Ich weiß nicht, dass ich jetzt... Weiß ich nicht. Auf einmal jetzt lieg ich hier. Ah, was ich gehört hab... Kollege, gehst du mit dem Herrn auch bitte einmal ums Eck? Dann kann ich mich mit dem anderen besser verständigen. Irgendjemand hat da für uns geschaut. Könnt... Kommst mal bitte hin. Hallo. Er war ein Alter. Ich hab noch dabei. Ja, dann mach ich das jetzt fix einmal eben. Stellen wir uns hierhin. Bist du? Was geht, Bruder? Das geht. Wo bist du? Ah. Bitte? Nee, ich hab dein Auto vorne gesehen, Bruder. Die goldene. Ja. Ja. Geht's dir gut? Ja, ging schon mal besser. Wie geht's dir? Mhm. Ging auch schon mal besser, Bruder. Äh. Ich war vor 10 Minuten da. Irgendjemand hat unsere Chancen, Alter. Bruder, mich hat heute auch viel mit der Chancen. Ja, das waren die gleichen, Alter. Bruder, würdest du als Geisel genommen oder was? Nein. Okay. Was ist da? Was ist passiert? Nee, wir waren draußen und wir wollten einfach, dass du rauskommst. Ja, Bruder, die haben mir die Waffe in den Kopf gehalten. Ja. Ja, und ich hab gesagt, ich hab die ganze Zeit probiert, denen zu sagen, ich will das klären mit denen da draußen. Ich wusste nicht, wer ihr seid. Ja, der ist dann rausgekommen und hat gesagt, ich soll mich ficken gehen. Ach so. Und dann sind wir von hinten erschossen worden. Ich glaub von denen. Der Herr? Ah. Dürfte ich eventuell mal von Ihnen einen Personalausweis haben? Ja. Kein Stress. Nee, nee, du kannst mich untersuchen. Ich hab keine Waffe, ich hab keine Schmauchspur, kannst du alles machen, Bruder. Ich hab nicht geschossen dort. Ich bin einfach Opfer. Ich will einfach nur wissen, mit wem ich gerade spreche. Wart dann. Perfekt, danke sehr, Herr Abbrug. Gut, also, was ist jetzt genau vorgefallen? Sie wurden als Geisel genommen. Nein, nein, nein. Hm. Das da drüben ist mein Freund. Genau. Also, die Geschichte fängt so an. Ich war, wir waren hier im Krankenhaus, beziehungsweise ich war hier im Krankenhaus. Dann hat er mich angerufen und dann hat er gesagt, er muss jetzt auflegen, weil er muss Hände nach oben halten. Und er hat dann aufgelegt. Okay. Dann bin ich hier und dann waren hier zwei Officer. Die waren aber beide maskiert. Ich weiß nicht, wer das war. Bin zu denen hingegangen und hab gesagt, ey, yo, Jungs, mein Freund ist gerade entführt worden. Kümmert euch darum. Ja, dann, ich weiß nicht, kam da ein Funkspruch oder so bei euch? Ja, kam tatsächlich. Ja, genau. Das war von mir, wo ich gesagt habe, mein Freund ist entführt worden. Ihr Freund ist der Herr Hartmann. Stimmt das? Genau, ja, genau. Und dann hat, äh, ein Freund von mir hat dann gesagt, ja, bei, bei Juwelier ist er. Also, beziehungsweise dort sind Autos. Und dann sind wir nur hingegangen dort und haben geschaut, ob er dort ist und wir wollten ihm helfen, so. Und, ja, dann wollten wir dort hin und haben die Leute dann dort gefragt, so, ob, ob die uns Kevin geben können und so, weil das ist Freund von uns. Und, ja, daraufhin haben die gesagt, ja, wir sollen uns ficken gehen und dann sind wir erschossen worden. Das heißt, äh, zu dem Zeitpunkt, sie sind dann von mir hingefahren und die Täter waren dermaßen unkooperativ, dass sie auf den Raufgleich erschossen haben. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. Weil wir sind dann, ich weiß nicht, wir sind dann, also, ich kann mich nur erinnern, dass hinter uns geschossen wurde, aber ich war dann so schnell, wurde mir dann schwarz. Ja. Okay, das heißt, von den Tätern haben sie so gut wie nichts mehr mitbekommen, wie die gekleidet waren oder sonstiges. Nein, drinnen waren nur so schwarz, maskiert und so. Das war jetzt wahrscheinlich eher besser, wer drinnen stand und die Geiselnehmer waren. Okay. Aber... Ja, das werden die Kollegen dann wissen. Wir wollten einfach nur, ohne irgendwas Gewalt, wollten wir das, dafür wollten wir halt eben raus haben, so. Und dann, ja, weil das halt Freund von uns ist. Und wir als Familie, wir schützen unsere Freunde. Ja, natürlich verstehe ich, aber... Aber wir haben das ohne Waffengewalt und so gelöst. Aber die haben dann, dann kam der raus und ich habe gesagt, hey, hör mir zu, gib mir den, dann kannst du machen, mir egal, aber gib uns den. Hat er gesagt, ja, geh dich doch ficken und ist reingegangen und hat ihn die Waffe an den Kopf gehalten. Und dann haben sie ihn ja erschossen auch drin. Okay. Also, sie haben ihn auf die Meldung hingerichtet und haben sie dann ebenfalls erschossen. Ja, wir sind dann, ich bin nämlich dort bei dieser Nische, bin ich gesessen bei Auto, das heißt von drinnen hat mich niemand. Von draußen hat jemand geschossen. Ich dachte, das war das PD, aber die haben mir gerade gesagt, das von PD hat niemand geschossen. Deswegen müssen das die, ja, das müssen dann die gewesen sein. Dann sind wir von denen dort auch erschossen worden, von hinten und von innen und von außen. Ja, das war eine reine Selbstmordaktion. Das, Entschuldigung, dass ich es Ihnen so sage, aber bitte in Zukunft, falls ein Kollege entführt wird und das ist beim Juwelier, dann können Sie davon ausgehen, dass das eine Geiselnahme ist, eine Bewaffnete. Und Sie haben es ja gerade an eigenen Leibefahren, dass das nicht gut ausgeht, wenn Sie da hingehen und quasi mit den Tätern kooperieren wollen oder einen Deal aushandeln wollen. Für das sind ja wir da. Also wir holen Ihren Kollegen dann unbescheidig raus. Wir sind dafür ausgebildet. Ja, aber in diesem Moment, wenn es um einen Freund und so geht, dann bricht einem so ein bisschen die Sicherung. Ja, natürlich kein Thema. Natürlich kein Thema. Da schafft man halt emotional. Ich sag mal so, wir hatten heute auch schon mit euch Situationen, wo ihr auch Fehler gemacht habt und fast unser Freund darauf hingestorben ist. Also ihr seid auch nicht perfekt. Nee, nee, das sag ich auch gar nicht. Nein, nein, ich nehme mir Ihre Worte zu Herzen. Aber das war in diesem Moment einfach sehr emotional. Und wenn mir dann jemand sagt, wenn ich zu jemandem nett bin, so wir können das cool hier klären ohne Waffen, da sagt ich, soll mich ficken gehen, dann bin ich auch dementsprechend dann salzig. Aber ich habe trotzdem keinen einzigen Schuss abgeführt. Sie können mich prüfen. Ich habe nur meine Glock mit. Aber ich habe keinen Schuss abgeliefert. Obwohl mir der das gesagt hat. Okay. Also Waffe haben Sie jetzt noch immer dabei? Ich habe meine Glock mit, aber Sie können schauen. Die ist unbenutzt. Hat keine Schmauspuren. Okay. Ja, das würde ich trotzdem gerne mal testen. Machen Sie das. Meine Waffengestellnummer ist 489. Ja, das ist negativ. Sag ich doch. Gut, Waffenschein hätte ich dann bitte einmal noch. Natürlich. Perfekt, danke sehr. Haben Sie noch schon direkt wieder zurück? Dankeschön. Ja, aber bitte das nächste Mal wirklich, auch wenn es eine emotionale Situation für Sie ist, dann einfach bitte die Polizei anrufen. Wir regeln das. Ja, machen wir. Tun Sie mir nur einen Gefallen und bringen Sie diese Monster hin. Da geht da. Es wird schwierig, aber wir tun unser Bestes. Was heißt, das wird schwierig, Alter? Wir sind von einer Distanz gestanden und die waren alle ziemlich gleich angezogen und haben da ans Feuer eröffnet. Aber die Geiselnehmer? Die Geiselnehmer? Ich weiß bis jetzt, ein Geiselnehmer, der hat ein graviertes Hemd dann, wenn ich mich recht erinnere. da drin. Die Geiselnehmer müssen die sein, die drin liegen. Kann sich noch einer von euch um den Herrn im weißen Shirt kümmern? Das ist noch einer im weißen Shirt. Ich weiß Ihr Kollege eventuell, wie die Geiselnehmer gekleidet waren. Der müsste es doch am besten wissen. Er war doch Geisel. Gut, dann gehen wir mal hin. Herr Hartmann, ist das so korrekt? Ja, bitte. Und zwar Ihr Kollege, der Herr Boop, hat gerade ausgesagt, dass Sie Geisel waren und eventuell etwas zu den Geiselnehmern wissen. Das habe ich schon ausgesagt, ja. Bei dem einen Kollegen da mit, ähm, wo war der? Mit der High Control Uniform. Nein, nein, nicht nur der. Ich war ja davor schon da. Ich glaube, Sie verstehen es falsch. Ich habe schon eigentlich alle Daten haben, die haben wir aufgenommen von mir. Ah, okay. Ist schon der dritte Polizist da mit dran, der denkt, ich bin noch immer hier, weil ich noch Daten aufnehmen muss. Ich bin schon vor 15 Minuten, da haben wir Daten aufgenommen über alles. Ich habe schon Zeugenbericht und alles gemacht, wie ich den gesehen habe, welche Kleidung der anhatte und wer das war. Also da müssen Sie schon alles haben eigentlich. Okay, ne, passt dann. Ja. Ne, ist eine schwierige Situation, aber... Ich weiß, ja. Ist mittlerweile einer der Täter schon angekommen oder immer noch nicht? Nein, immer noch nicht. Ey, Jungs. Das PD hat keinen einzigen Schuss abgegeben. Dann waren das die Leute außerhalb, okay. Warte, wer war das? Das PD hat keinen einzigen Schuss... Das PD hat keinen Schuss abgegeben. Das müssen die eigenen gewesen sein von denen. Habub. Habub, es muss dann das Kartell gewesen sein, weil wir haben den so lange Zeit gelassen, die hätten nachrücken können. Na wenns? Ich glaube, dann müssen wir heute nochmal Jagd nehmen, oder? Später, wo ihr alle so gut wie weg wart, weil er am Bohlen lag, ist das Kartell gekommen. Habe ich das gerade richtig verstanden? So ein Pisskopf vom Kartell hat zu mir gesagt, ich soll mich ficken gehen. Nein. Später ist das Kartell dazugekommen. Doch. Ich habe noch was, oder? Haben's? Nein, nein, nein. Danke. Okay, passt. Ja, ja, genau. Ach so, du stehst mit dem Auto sogar hier. Prämium. Ja, hab ich doch gesagt. Bin schon da. Ich muss mal schauen, ob mein Auto noch bei mir ist. Ja, Bruder, der stand noch da. Ja, ich hab mich vorhin auch. Ja, gut. Aber, ähm, als Hinweis, was ist denn jetzt passiert? Ich kann dir das erklären. Also, du hast gesagt, so, ja, ähm, ja. Bruder, du funkst gerade, glaube ich. Nein, ich funke nicht. Das ist nur, weil ich noch eine, äh, ich hab noch ein Kram für mich. Ich drück mich auf den Kopf. Also, ja, dann mach weg. Was hast du gesagt? Bruder, mach Hand weg. Die Stölten kann. Ja, machen wir. Gute Nacht. Ich bin ja, Renate noch bei mir auf Leitung. So. Ja, bitte. Genau, dann hab ich Wind bekommen von dir, dass du ja entführt wirst. Ja. Und dann bin ich beim Krankenhaus, hab ich Kopf gesagt, so, ey, mein Freund wird entführt, so. Ja. Dann wird Polizei wieder so, ja, bis die was machen, Alter, keine Ahnung. Ja. Dann hab ich halt meine Freunde gefragt und wir haben dich gesucht. Ja. Und haben dann gecheckt, so, ja, du bist bei Juve. Ja. 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 Und, ja, wir wollten dich dann dort rausholen. Wir wollten dir helfen. Ja. Ja, 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 ja. Hm. Ja. Und was dann passiert ist... Bruder, ich versteh nicht, was passiert ist dann. Ja, die haben dann... Ich hab dann gesagt, gebt ihn uns jetzt raus, dann ist alles cool und dann können wir weitermachen, so. Ja, ja. Ja, dann hat er gesagt, ich soll mich ficken gehen. Weil... Ja, weil... Weil der nicht aus... Ja, und dann... Und dann sind wir aber von hinten erschossen worden von denen. Und die waren dann, ich weiß nicht, zu 15 draußen. Die waren nicht alleine. Die waren von hinten erschossen. Ja, und wir vermuten, das war Kartell. Okay. Die haben direkt auf uns hinten, weil PD hat keinen einzigen Schuss gegeben und... Ja. Wir sind dann erschossen worden von hinten. Aber das ist normal, die können nur von hinten erschießen. Das ist normal von denen. Also... Wart ihr... Also ihr wart da, ihr wart die, die vorne waren? Wir waren die... Ja, ja, genau. Okay, und dann war hinten... Ich dachte, Polizei hat euch erschossen. Nein, das waren die eigenen von denen. Das war... Wahrscheinlich. Oh... Die Hinweise deuten halt auf ihn. Also wir vermuten, wir haben keine Beweise, aber es wurde schon vermutet. Ja, aber bei denen habe ich mal verkauft meine Sachen, glaube ich, vor... Äh... War schon lange her. Die standen immer am Hauptplatz. Und denen habe ich damals meine Sachen gegeben, so... Meine Droge und hab' den verkauft, zum Beispiel. Halt dich von denen fern halt. Die sind die grössten Idioten. Na wahr, aber, Bruder. Ja, ich wusste halt nicht, was passiert ist so. Weil auf einmal waren da Schüsse. Und ich wusste nicht mal, was los ist. Und auf einmal lagen da vorne über Leute so... Ja, weil wir von hinten überrannt worden sind. Wir wollten dich dort eigentlich rausholen, aber ja... Ja, aber warte mal, Bruder. Weißt du auch nicht, man steht's bei der Polizei da, oder? Ja, die haben nix gemacht. Warum haben die nix gemacht, oder? Das weiß ich nicht, Bruder. Aber die haben nicht geschossen. Vor allem bei euch schon, Bruder. Bei euch. Ich dachte schon, was sind da für Leute. Ich wusste, dass ich wer vormischte. Ich dachte, ich hab Stress mit jemandem. Weißt du, ich dachte so, vielleicht sind die draufgekommen, dass ich geklaut hab. Die Sachen aus Mafia. Weißt du, ich dachte schon, vielleicht steht Mafia vorne. Weil die hatten so Anzüge an, so mit Device. Ich dachte, vielleicht Mafia. Und da dachte ich so, voll leid. Oh, scheiße. Nicht, dass die irgendwie draufgekommen sind, dass ich Sachen geklaut hab. Nee, 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 nee. Ja, vielleicht hat uns auch Mafia Chancen. Ich weiß es nicht, Bruder. Aber im Moment deutet halt mehr auf die anderen. Warte, ich muss tanken. Wir werden es aber noch rausfinden. Ja, das war. Aber mit den Jungs vom Kartell waren wir sowieso noch nie gut. Ich hab nur gesehen, dieser Typ mit... Der hatte so komische... Also der, der mich erschossen hat. Der hat mich... Weißt du, was das Problem war? Ich wurde dann drin erschossen. Weil er geschossen war draußen. Ja, ich wurde dann erschossen da drin. Komplett grundlos einfach dann, in dem Fall. Ja, das sind... Ja, das... Das waren so richtige Idioten, Alter. Die haben auch null verhandelt, Alter. Null. Sind rausgekommen, haben sich einfach schon gefühlt wie die ärgsten Babas. Ja, Bruder, ich hab... Weißt du, wie ich um ein Leben da drin gekämpft hab? Und ihm war das so scheißegal. Ich hab probiert, irgendwie kurz zu bleiben. Das ist denen auch schein. Bruder, ich hab mir 15 Mal gesagt, so, Bruder, lass mich doch mit ihm reden. Ich kann ja fragen, was los ist, so. Und er so, nein, es geht ums Prinzip, es geht ums Prinzip. Und ich so, Bruder, ich will nicht, dass hier gleich irgendwie Hackmack ist. Und er so, ja, dann bringe ich dich halt eh um. Hab ich gesagt, genau das will ich doch nicht. Und er so, nein, nein, du bleibst im Schweizer Kasten und so. Überhaupt, er hat sich überhaupt nicht lenken lassen. Ich hab probiert, irgendwie Kompromisse einzugehen und zu fragen, was los ist. Weil, weißt du, wenn Mafia gewesen da draus hat, er hätte ihn doch einfach, äh, mich übergeben können. Mir mir scheißegal gewesen. Ich wollte einfach nur raus und nicht erschossen werden. Ja, das wollten wir auch. Mein größter Führer Dings war ich. Mein größter Führer Dings war ich. Ich wollte nicht erschossen und ich wurde da drinnen einfach abgeknallt, Bruder. Ja, und das wollten wir doch auch. Wir haben auch gesagt, so, hey, wir geben euch Zeit. Gebt ihn uns einfach raus. Wir fahren und alles ist cool. Wir sagen niemandem was. Ja, und dann hat er einfach so gesagt, so, ja, ich soll mich ficken gehen. Und dann, ja, war es schon zu spät. Warum, Bruder? Ja, weil die einfach, ja, weil die einfach Idioten sind, Alter. Man hätte das so gut regeln können, aber nein. Ja, wir haben das auch Friedrich geregelt. Ich hab draußen mehr, ich hab nicht mal einen Schuss abgegeben. Ich bin einfach rumgelegt worden. Ich hatte nicht mal Waffe dabei. Ich hatte Glock dabei. Ich hab gar nichts. Ich hab mich versteckt, nachdem die von hinten auf uns geschossen haben. Die haben ja wirklich von hinten außen haben die geschossen. Von den Dächern runter und so. Pisa. Warte, aber warte. Die haben, warte, die haben noch hier bei, äh, bei, bei Polizei müsste die sein, oder? Ja, ja. Ich weiß nicht, was der andere hat. So graue, graue Dinge hat der andere gehabt. Vielleicht sind die bei Polizei. Ich guck mal hin. Zumindest Geiselnehmer. Ne, ich will wissen, wer das war mit dieser grauen Jacke da. Weil der, der wollte mich nicht gehen lassen. Der wollte mich bei Gott nicht gehen lassen, weißt? Ich weiß nicht, wenn, die müssten denn, guck mal, wir gehen nach vorne. Oder ne, warte, Bruder, steig einsteigern. Ich hab ne bessere Idee. Weil wenn, dann wird der doch oben rausgebracht. Zum Beispiel. Da ist er. Ich hab ihn grad gesehen. Aber keine Ahnung, wie das ist. Ich hab's auch gesehen. Ich kann das mal vielleicht weitergehen. Warte, ich hab Idee. Komm. Wir fahren jetzt ins Gefängnis und gucken, wer das war. Glaubst du, jemanden zusammengearbeitet? Ich glaube. Ob die ins Gefängnis kommen, weiß ich nicht. Oder auf Opfergerecht. Doch, doch. Der hat jetzt gerade Transport, hat der doch. Oder? Bruder, ich fahr den Transport danach. Ich schau, wo der hinfährt. Aber ich hab jetzt sein blödes Gesicht gesehen. Das war genau der Typ, der mich vorhin... Weil der hatte genau diese Outfit an. Genau diese. Warte mal. Hey Jungs. Ja? Ich hab gerade kurz gesehen, bei der Übergabe, wo die von... Polizei zu dem... Die haben gerade einen Transport von denen. Hab ich gerade ein Gesicht gesehen. Das war ein Dude mit so einem blonden Zopf hinten. Vielleicht erkennt den irgendjemand von euch. Ich geb das mal weiter. Hast du ein Bild von dem? Ich hab... Ich hab eine Videoaufnahme von dem, ja. Kannst du davon ein Bild in unseren Team-Chat schreiben? Ich... Ich kann... Ich kann... Ich kann ein Bild machen, ja. Ja, sonst post dann Bestpost in den Team-Chat rein. Und dann weißt du hier... Easy. Hohen Tabu, wenn du genauer wüsstest, was der Name ist. Hohen Tabu, wenn du genauer wüsstest, was der Name ist. Der Bruder ist schon weggefahren. Hohen Tabu. Hohen Tabu. Was ist danach basiert? Soll ich's ein Punkt sagen oder willst du später anmelden oder so? Du kannst... Wir haben ja keine Geheimnisse. Wir sind Familie. Ja. Ich bin in den Führklassen zu sehen. Ähm... Wo anderen Wohnen sind. Später das Kartell kommt. Ihr habt geschossen von außen. Das Kartell hat geschossen? Ja. Und? Was? Die haben auch schon geschossen gehabt. Also... Also da wo wir... Also du sagst, wo wir da waren, sind die gekommen und haben was gemacht? Äh... Kannst du mir sonst erklären, was das Kartell unmaskiert beim Jubelreuter? Ja, das... Und wie hast du das mitbekommen? Der Einzige, der es überlebt hat. Easy. Hast du Helmut noch überlebt? Danke. Hör mir mal zu. Nachdem... Nachdem wir alle dann erschossen worden sind, kam das Kartell und hat uns dann gelootet und hat gesagt, unsere Leute waren da drin. Das hat unser... Ein Überlebender für uns hat das gesagt. Also es wird immer eindeutiger, dass die das waren. Aber eklang. Was? Was hat der gesagt? Es haben... Einer von uns hat überlebt. Und der hat gesagt, nachdem alle down waren, ist das Kartell gekommen. Und hat gesagt, unsere Leute waren da drin und haben uns gelootet. Ich bin gleich da, ich muss noch kurz einkaufen. Mir fehlt alles. Also es macht sich immer mehr. Danach ist das Divan. Hey Bruder, da vorne, da vorne, da vorne, da vorne. Da fahren Sie rein, Bruder. Wir machen jetzt Foto, okay? Er lässt den vorne ansteigen, du machst das Foto, okay? Haben die jetzt so schnell oder was? Äh... Was unwahrscheinlich wird, um halb eins die Nacht, wir sind die fertig. Oder bei einer Runde anbauen, wäre ich noch dabei. Ja, ich mach mal jetzt, ich bin fertig und dann bin ich auch dabei. Ich hab nur 55. Irgendein, der kein Funkgerät hat. Oh ja, warte, Bruder, warte. Ich hab eins vom Pedilo bekommen. Kessel? Ja, der war grad mit mir im Platz. Ach, das war der, was du... Ja, der war das. Ah, okay, okay. Digga, hab's nicht geschaffen oder was auszurechnen? Ist nicht schwer. Ja, er wird frei, er kam frei. Ich hab's geschafft. Muss einfach nur kreativ genug sein, Digga. Geht. Helmut vom Check, Bruder. Check bestanden. Doch, äh... Verletzt? Ja, ja. Und Helmut ist, äh... Angeschossen worden. Ich hab ihn nicht vertreten. Wo hast du eigentlich den Profien gefällt? Auf dem Parkplatz gegenüber. Ey, Bruder, ich hab Bilder gemacht von den Gesichtern. Das sind die. Ich hab Bilder gemacht von den Gesichtern. Lass mit ihm mal zukommen. Ich kann aber... Warte ganz kurz. Der ist nicht so gut geworden. Oh, Bruder, genau da nicht mehr ausgelöst. Was scheiß Bild war oder was? Ja, wobei, da schießt der Typ, Bruder. Ich hab genau da ausgelöst, was scheiß Bild war. Ist nicht da. Na doch, den, den einen kannst du ein bisschen sehen. Wobei, man kann ja gucken. Na, H-Spray oder irgend sowas. Riecht nur so, so einem Raumduft. So, nur extrem, aber... Eine noch, eine noch. Eine noch. Hast du mit so einem Spray hingestellt? Ja, eine auch damit. Achso. Das ist wieder der Faktor. Na ja, ich geh schon mal zurück, ne? Bis gleich. Bis bald. Aja, ich war genau dieser Typ, oder? Genau dieser Outfit. Lass es mir zukommen. Fass nicht, oder? Ne, wir haben gerade geguckt, weil... Ich wurde da Skysel genommen. Immer dem hinterher angefangen, ob der da war. Hm. Der war nicht... Ja, wir wollten halt nachforschen, wer das gemacht hat, so eine Scheiße. Weil der hat mir die Kugel in den Kopf gejagt. Oh. Ja. Jungs, was geht's? Seit wohin ich guck bin. Wie soll ich die Sozialstunden gehen? Kannst du gerade knasseln? Einkaufen. Wer hat nicht gekuckt? Ey, danke für die 20 Likes, Alter. Ihr seid ja der Wahnsinn, Alter. Shit, Leute. Ey CJ, komm mal vorbei und bedanke dich mal für die 20 Likes, ey. Malakka verstehst, Alter. Ey, los, let's go. Perfekt, Alter, Leute. Dankeschön für den krassen Support und Dankeschön für die 20 Likes. Ey, ihr seid übermäßig heftig, Alter. Dankeschön für den ganzen Support. Danke, danke, danke. So. Steve Vendler, danke für 10 Euro. Dankeschön. Achso, ja, da hab ich erzählt. Abonnieren, aktivieren, liken, teilen den Stream und Freunden erzählen. Ja. Ja, was war mit der Geschichte? Deswegen haben sie die vernünftige Strafe dafür bekommen. Na, wie lange hat er das bekommen? Das darf ich Ihnen sagen. Das haben sie gar nicht untersagt? Das dürfen sie nicht, gut. Nein. Das haben die nicht hinterfragt. Also bei mir zu wissen. Wie die Arbeit, ey. Ich weiß nicht. Ey, Bruder. Wir müssen dem Gesetzbuch nachgucken. Dann wissen wir, wann die rauskommen. Hier war es doch einfach nur Sportspurtest negativ. Jo, du kannst gehen, fertig. Was du da gemacht hast, ich weiß nicht. Die haben mich einmal durchsucht. So. Weil jetzt hab ich von diesem, äh, die Gesicht gesucht. Ich hab ohne, äh, Wacht dabei. Ich hab ein bisschen mehr da, was ist. Wollte mit Meckes machen? Wollte mit Meckes machen? Wollte mit Meckes machen? Wollte mit Meckes? Wollte mit Meckes? Wollte mit Meckes? Wollte mit Meckes? Wollte mit Essen trinken? Ja, sonst weiß ich nicht. Ey, aber Bruder, die sitzen da für jetzt Jahre. Wie viele Jahre? Die haben sicher, die haben sicher den Mord bekommen. Ja, wie glaubst du? Wobei, Mord ist doch vor Gericht. Aber ich glaub, du kriegst für, wenn sie zumindest mindestens die Geiselnahme haben, kriegen sie aber auch schon mal, glaub ich, 100 Monate raus. Ja, aber die haben ihn ja mit ihm umgebracht. Ja, deswegen aber normales Mord vor Gericht. Ja, warum hat er nichts für Mord bekommen? Ich weiß es nicht. Der hat mich doch hingerichtet vor allem, Leute. Ich weiß, der hat auch nur Unsinn gerichtet. Also, da sind ja mehrere. Das waren ja 20 Leute da draußen oder so. Ja, verstehe. Aber das immer von hinten kommen, Bruder, immer. Wie die Ratten, Alter. Das ist aber normal bei denen. Nichts anderes können die. Merk dir eines, wenn du gegen Leute von denen kämpfst, du wirst sie nie von vorne sehen, weil sie hängen dir im Arsch. Bruder, ich wollte gleich flexeln auf Autobahnen, weißt du? Das hat richtig geballert, Alter. Wenn sie immer nur mit dem Rückspiegel. Schönes Blitzerfoto noch gemacht. Spin and go, Alter. Ein kleines Blitzerfoto noch gemacht, dass man ein bisschen reingucken kann. So, er hat gesagt zu McDonalds, da geht es hier, übrigens. Bruder, ich schwöre, ich bin fast durchgedreht mit ihnen da drin. Ich habe den die ganze Zeit probiert, festzustellen... Ja, die waren für einen Arsch da drin, Alter. Aber wir haben ja draußen genauso probiert. Wir wollten ja ohne Waffen. Ich hatte ja nicht mal eine Waffe dabei, wie gesagt. Ich wollte das friedlich klären. Er hat ihm gesagt, gebt ihn uns einfach. Dann ist cool und wir sind alle ohne Stress hier. Ja, fick dich doch einfach. Und sind reingegangen. Ich hab das gehört. Ja. So mad, Alter. So... Ohne einen Kratzer hat er wieder rausgegangen. Wie lange hast du noch... Allein wie der schon geredet hat, hat er... Der Bruder, keine Ahnung. Der Bruder, keine Ahnung. Alter, das war halt der Bruder. Ist ja wahnsinnig, ich muss jetzt auch noch was zu essen holen. Ey, danach legen wir... Gibt es mal nur hier einen Drive hin oder kann man drinnen auch bestellen? Ich glaube, du kannst drinnen bestellen. Ich glaube, es geht nur Drive hin. Echt? Ja. In dem Fall, let's go in. Kann man sich bei euch noch anfließen mit dem Anbau? Ja, wenn du nicht... Ich bin schon auf den Weg. 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 Warte, warte, warte. Ja, schön abarbeiten. Vielleicht hast du gehört. Ganz kurz. Ich hab hier gerade auf dem Grundstück von Wolfi, Justin und Arnie was gehört. Ja. Gut. Warten Sie? Malbach. Hör ich mich jetzt gut an? Hallo? Check, check. Ja, perfekt. Willkommen bei McDonalds in der Bestellung, bitte. Hey, oha, Bruder. Alter, geile Stimme. Ich hätte mal gern die, äh... Ich kann sie nicht verstehen, bitte. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Machen wir hier. Chicken Nuggets. Ja. Chicken Nuggets. Wir haben keine Chicken Nuggets mehr. Scheiße. Chicken Burger. Chicken Burger Maschine kaputt. Gibt es nicht mehr. Big Burger. Was? Big Burger? Wir sind nicht bei McDonalds. Wir sind bei McDonalds, nicht bei Burger. Cheese Burger. Cheese Burger, Käse Maschine kaputt. Hamburger. Hamburger, das ist Hamburg leider kaputt. Leck mich am Arsch. Und die Eismaschine? Die Eismaschine eher Eis haben. Ich weiß nicht, ob wir die Schüsse auch sehen. Dann ein Eis wird Kammerhell. Die Scheiße ist immer mehr raus. Alles kaputt. Ist nicht. Wer steht oben am Bau? Nein. Und falls sich da jetzt wieder Leute denken. Nein. Ich habe kein Problem mit dem Kartell. Überhaupt nicht. Ich bin gerade im RP einfach emotional. Ich bin nicht drauf. So kann's auch. Also von dem her. Ist nicht drauf. Ich hab keinen Hass gegen irgendjemanden oder so. Ich kann einfach nur im RP gerade geladen. Ich bin normalen Burger. Bring keinen Burger einfach so weit. Ich mag ja die Jungs vom Kartell. So ist ja nicht. OOC. IC hasse ich sie. OOC mag ich sie, aber IC könnte ich sie, Alter, den ganzen Tag, Alter, würgen. Na, Eisenkammer. Habt ihr Frühlingsrollen? Hast du sie? Frühlingsrollen? Hey, wann habt ihr wieder Hütengau, die, Alter? Habt ihr Mann? Was ist mit Los Wachos? Für Durchfall. Scheisse, Chili Cheese Nuggets. Scheisse. Ich weiß der Fall aus. So bitte, weiter. McDonalds normal, immer eine Eismaschine kaputt, Alter. Sieht auf, sieht auf. Ich weiß, dass ihr Geld auf. Ich hab gar nicht schwach im Knast, also ich war ja auch im Frühschlo. Danke, dann. Ich war im Knast, perfekt. Ey, habt ihr ein Side-Meal oder so? Mit Gamel? Ja, ist da immer noch welche drin. Ah, Gamel ist jetzt aus. Was? Das geht beim, ähm... Na komm, ich bin im Getreide-Laden. Ach, ihr hattet den Turb wieder genutzt gehabt. Danke. Ne, den hat jemand geklaut, der stand vor dem Jube. Oh. War es der stand vor dem Jube? Müsste der sein, ey. Ja, ja. Was? Ich hab den eigentlich woanders hingestellt gehabt vom Hauptplatz. Habt ihr meinen Turbo erst geklaut? Hey, Jungs. Hört mir mal... Hat mein Turbo erst geklaut zum Jube machen? Wahrscheinlich war es das Kartell. Die beiden. Die haben uns auch alle dort erschossen. Ja, ist das jetzt? Ja. Hat es dir nicht gereicht, dass die Entscheide gestern schon mal einen Wagen geklaut haben? Ey, wir haben jetzt nochmal... Ich war jetzt nochmal beim Gefängnis spionieren. Ich hab... Wir haben jetzt nochmal Fotos von den Geiselnehmern. Ich schick das dann rein zum Identifizieren. Ich kenn mich mit diesen Idioten nicht aus. Verständlich. Bitte, ja. Aber laut Ding, so wie sich das angehört hat mit Story und sowas, war es wahrscheinlich zu 95% das Kartell. Ja, ich hab auch... Ja, also ich war im Knast. Da waren Kartell-Mitglieder drin. Wir waren eben nach einem Freund von Hamburg suchen, der als Geisel genommen wurde. Und wir haben dann Fahrzeuge vom Jube gefunden und haben dann alle zum Jube gefahren. Haben den umgestellt quasi und haben halt gefordert, dass er freigelassen wird. Daraufhin haben sie ihn nicht freigelassen. Und wir haben mehrfach gesagt, wenn sie es nicht auswirken, dass wir rein stürmen und alles. Und ja, daraufhin sind wir reingestimmt. Ist halt reingestimmt, deswegen kam es auch zur Schießerei. Naja, die haben uns von hinten erschossen. Die sind... Die haben drin Zeit gezögert. Dann hat er mir gesagt, ich soll mich ficken gehen. Und daraufhin sind wir von hinten umgelegt worden von denen. Oh man. Ja, ich hätte euch gerne geholfen, aber ich saß leider selber im Krass. Ne, macht nix, alles easy. Ja, es sind uns alle down gegangen. So ein McLaren? So ein S4J wäre richtig geil. Rennen fahr ich das nächste Mal, wenn da eh den dann dabei ist. Ja, das ist dein Geld weg. Ja, Bruder, das ist mir zu teuer. Ich weiß nicht, Bruder. Nein, das ist mir viel zu teuer alles. Ich habe mir gedacht, vielleicht so AMG, mal so eine fette AMG-Schläten fahren. Das ist schon geil. So ein Black Series, oder was? Ja, sowas. Ja, man bin drin, sowas. War was Schönes. Da waren sehr viele heute auch drauf geförsen. Ja, er hat da einen. Er hat ja einen. Ein Gold. Geld ist ein Gold. Ja, ja. Ja, ja. Der ist jetzt nur am Abschlepphof oder so. Oh, Bruder, ich muss jetzt echt mal diesen kratzigen Bart abmachen. Der nervt mich, Bruder. Boah. Und so ähnlich. Ey, du könntest mit dem Mann nach Hause fahren. Ich will jetzt schlafen. Ja, Bruder, ich fahr dich nach Hause. Danke schön. Gute Nacht, Jungs. Lasst euch das Essen schmecken. Ja, der muss schon nach Hause. Weißt du, seine Mama ruft schon an. Ja, Mama ist heilig, Alter. Sagt nix gegen Mama. Ach, nur mal einen Austausch. Warte, komm mit. Er war ganz lieb. Er war ganz lieb. Bruder, ich geb dir meine Nummer 800. Oh, warte, Bruder, ich weiß nicht mehr auswendig. Wir gehen was mit 10 am Ende. 800, 7, 8, 9, 10 ist es. Also bei 7 fängt es an. 8, 9, 10. Wie kann man die einspeichern? Zvechkowicz. Steht hinten auf Kennzeichen. Guck. Boah, jemand hat mir das geschrieben. Zvechkowicz. Du siehst hinten auf Kennzeichen wie geschrieben. Guck mal. Zvechkowicz. Ich hab früher gewusst, dann hätte ich ja geguckt, dass ich länger drinbleibe. Oder einfach als Kevin. Also eigentlich Kevin Hartmann. Aber wenn du Deckname willst, Thomas Zvechkowicz. Sagen wir das, das gehören nicht. Okay, okay, guter Name. Ja. Von Zvechkowicz GmbH. Wir sind jetzt Zvechkowicz-Güter. Wenn wir zu zweit unterwegs sind. Habt ihr, ja? Jo, da ist meine Nummer. Tim Bäcker. Ah, da sind's raus. Tim Bäcker. Warte, wie heißt du Bäcker? Bäckst du Kuchen oder was? Ja, sehr viel. Ich kann ihm Maffeln geben, warte. Probier mal. Bruder, ich hab, danke schön, Bruder. Heftig, schau. Ich mach' ihn auf. Alla billa, Bruder. Was mit dem Auto los? Habt ihr auf, Navi. Guck mal. Ich warte ganz kurz. Bruder, ich hab' ein bisschen gesoffen vorhin. Krieger sind. Warte, ich brauch' nur eine Wodka, dann fahr' ich besser. Ach so. Ja, warte so. Jetzt fahr' ich besser. Danke, Bruder. Danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis. Ach gut. Alles gut. Alles gut. Das ist jemand von mir. Hey, Bruder, Bruder, schau mal, wie ich geh. Guck mal, wie ich geh, Bruder. Ich bin komplett breit im Auto. Alles gut. Ich schaff' das. Alles easy. So. Das war jemand von meinen Jungs. Hier geht's aber noch gut, oder? Ich hab' den normalen Platz, dann. So, jetzt. Ey, ich sollte eigentlich fahren. Also, was machst du? Nein, alles gut, Bruder. Ich hab' alles in Kontrolle. Ja, alles. Ja, genau. Ja, was ist denn, Bruder? Du hast auf jeden Fall wirklich alles unter Kontrolle, ja. Warte, Bruder. Da seh' ich. Fahr' mir auf. Ach so, warte. Ich war' auf dem Nachweg. Fahr' doch. Ey, fahr' ran, Alter. Wo? Da hier? Nee. Warte, wir haben ihn gleich. Ich bin, warte, jetzt bin ich auf Straße, oder? Ich bin, warte, jetzt bin ich auf Straße, oder? Warte, dann bist du zu Hause, oder? Nein. Ja, lass mich hier, ja, lass mich hier raus, Mann. Warte, ich fahr' nur eine Leiter, ich mach' das. Ich geh' lang. Also, hier, irgendwo hier musst du, oder? Ja, lass mich hier raus, Alter. Lass mich hier raus, Mann. Warte, da bei den Mülltonnen, oder? Ja, bei den Mülltonnen, ist mir egal, mach' das. Da bei den Mülltonnen, oder? Warte, hier. Lass mich an, Mann. Bruder, war mir ein Vergnügen, gell? Bruder, war mir ein Vergnügen, gell? Ja, mir auch. Bruder, du wohnst schon, wohnst du da in der Maus, oder was? Nee, hier, da drüben. Warte, reicht auch ganz so nötig, wie du. Wie gerade nicht mehr, der gerade? Warte, wird dann in die ganze Mülltonnen hingeworfen? Was soll denn das, die dreckige Straße? Gerade Familie. Ah, gehört Familie, ja. Und du wohnst da vorne, oder wie? Also da drin, oder was? Ja. Ah, da bei Gefängnis wohnst du drin. Genau. Schön. Da, wo du heute schon warst. Aber was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Gehst du jetzt Schäfchen zählen? Ich geh jetzt Schäfchen zählen. Warte, ich dachte, wir machen nochmal fett Party so, weißt du? So ein Opopo-Klatschen im Stripclub so. So Geld ausgeben. Bruder, es hat sich heute so viel verändert, Alter. Ja, wie, Bruder? Du gehst nicht mehr so aus, dass du Stock im Popo bekommen hast. Hast du Stock im Popo? Weil ich Schmerzen hab, du Idiot. Ach so, wusste ich nicht. Mann. Aua, Bruder. Freut mich, dass du deinen Schuss so gut vertragen hast, Alter. Mir haben sie den Arsch reingeschossen, Mann. Ah, Wallah, ich hab... Bruder, ich trink mir einfach den Schuss weg. Das war's schon. Hast du für mich auch was zum Saufen? Gib, hör mal. Wallah, Bruder, ich bin leer. Ich hab nix mehr... Aber, Bruder, ich könnte noch zur Mafia fahren. Die haben dann noch... Nee, ich hab noch einen Whisky, Alter. Ich hab den Whisky weggezischt. Warte ich, bitte. Für mich. Prost. Ja, Bruder. Gut, aber dann sehen wir uns... Wir sehen uns bald wieder, ja. In fünf Jahren, wenn wir... Wir haben noch ein Straßenrennen offen. Also da war ja ein Straßenrennen, stimmt. Ja, aber die Bratans sind heute nicht mehr da. Ach so, verstehe. Du musst... Ja, dann... Tschüssi. Gute Nacht. Gute Nacht, Bruder. Du musst raus, Habibi. Hey, Bruder, warum? Ich dachte, wir gehen zusammen schlafen jetzt. Na, aber du... Du musst draußen vor der Tür schlafen. Ach so. Darf ich ja gar nicht sein, oder? Nein, nein, nein. Ach so, Entschuldigung, Bruder. Hey, Bruder. Was? Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Habibi, pass auf dich auf. War mein scheiß Tag heute, Bruder. Ja... Ja, gar nicht. Wir sehen uns. Wir sehen uns. So, Freunde. Stream ist für heute vorbei. Es hat... Es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Na? Wir haben gelacht. Wir haben... Wir haben gelitten. Wir haben gekämpft. Es war heute alles dabei. Von Action bis Lachen bis alles. Es war ein perfekter Stream für den Sonntag. So. So. Wir machen kurz Zero. Haha. Sind grad überschlagen? Oh mein Gott. Hat's den Idioten grad echt überschlagen, oder was? Du bist so ein Vollidiot, weißt du das? Du bist ein richtiger Vollidiot. Ey, Bruder. Ich glaub, ich bin besoffen in den Ding gefahren. Du bist so ein richtiger Vollidiot, weißt du das? Wallah, bitte kannst du mich anrufen, wenn ich hier raus ruche? Ey, sag mal, liegst du grad am... Liegst du am... Liegst du am Dach, oder? Ja, Bruder. Ich lieg am Dach. Warte mal, da ruft man die Stadtwerke, oder? Nein, Bruder. Ich glaub, du musst die Polizei rufen. Wallah, Bruder. Was hast du für Mülltonnen? Ich bin einfach Mülltonnen gefahren. Und dann frag mal, da war ich da. Ich hab nichts mehr mitbekommen, Bruder. Aber sag dir nicht, dass ich gesoffen hab, okay? Meine Scheisse, Alter. Ich zieh mir Chica im Auto. Uppala. Boah, Bruder. Was machst du? Bruder, was machst du denn? Ja, Bruder, ich zieh mir Chica im Auto. Alles gut. Ich lege dir was. Was ist los? Wie du aussiehst, Alter, was... Boah, Bruder! Ganz kurz für alle. Diejenigen, die Zeit haben, nach der Haftstrafe vor Ronny, hoch zum Entgeben zu fahren, einmal mit zu bereit machen. Er hat Angst, dass er vor dem Kartell eingepackt wird, weil sie anscheinend auch da oben schicken. Ich weiss, dass wir uns wieder bewerten und da ist. Äh, ne, also ja, aber... Ja. Leiber oder was alles? Ähm... Ja. Ne, das ist eigentlich dumm. Ich melde mich schon mal ab, Bruder. Na, Bruder. Aua! Aua, Bruder! Aua, Bruder! Aua! Was hast du denn gemacht, Mann? Ganz kurz. Daniel... Ja. Ja, Bruder, ich weiss nicht. Ich bin über die Dings gefahren, über die Dings und dann war Puff und dann war ich hier. Und ich glaube, ich habe irgendwas vorhin eingenommen. Ja. Ja. Wird noch jemand benötigt bei Ihnen zum Befreien? Ach so. Ja. Ja, wird benötigt. Okay. Äh, ich fahre dann das an. Ich, äh, komm gleich zu Ihnen. Ja, danke. Okay. Boah, Mann. Du hast aber auch wirklich schlecht geschissen. Die kommen gleich. Ey, Freunde, aber ich sage trotzdem schon mal herzlichen Dank für den ganzen Support. Danke an meine Mods. Hab euch lieb. Und... Ja. Lasst... Geht nach dem Stream jetzt nochmal rein. Und lasst einen Kommentar da unter dem Livestream. Das supportet den Channel hier auch unglaublich. Einfach einen Kommentar da lassen. Und... Ja, ich wünsche euch jetzt schon mal auch einen schönen Start in die neue Woche. Ne, die beginnt ja in 20 Minuten. Abonnieren. Glocke aktivieren. Like da lassen. Kommentieren. Teilen. Freunden erzählen. Ihr wisst, das ganze Paket. Schaut's auf Discord noch vorbei. Link dazu in der Beschreibung. Und bei meinem Instagram-Profil, wo ich jetzt nicht aktiv bin. Aber ihr verpasst wenigstens nicht die Stream-Ankündigungen. Und... Ja. Wartet noch ab, bis das LAPD da ist. Und dann... Ja. Irgendwie war's mir klar, dass das heute noch passieren wird. Irgendwie war's mir ja klar. Und dann auch mal. So, oderle. Oh, ich kann mir auch nur so doof sein, ne? Kann mir nur so doof sein. Der ganze Bua voll Trottel. Der ganze Bua voll Trottel. Ich hab schon gedacht, da schleicht sich jetzt der LPD irgendwie an. Mensch, mein Schmeiertel. Kommen die jetzt nochmal, oder was? Gibt es heute noch was? LAPD? Ich glaub, der fährt nach Verkehrsvorschriften. Bleibst du jetzt noch in unserer Stütze bei mir, bis die Polizei eintrifft, oder was? Boah, danke, Bruder. Das ist mir echt blöd, das passiert grad. Es war irgendwie klar, dass das noch passieren muss. Ja, Bruder, ich bin nur in Dings reingefahren aus Versehen. Du weißt, ich war besoffen noch. Ich hab die Dings nicht gesehen, da vorne diese Mistpübel. Du bist sowieso, du erfährst sowieso immer, als ob du angesoffen bist, Mann. Ja, Bruder, das schon. Du hast auch vorhin bei Treppe gesehen. Ich war richtig in meinem Film, Bruder. Ja, genau, du warst in deinem Film. Du warst der, du warst der Nebendarsteller, Alter, der absichtlich irgendwo reinfahren muss, Alter. Aber jetzt muss ich sagen, ich hatte heute richtig fett Spass. Ich hatte auch meinen Spass, ja. Aber ich war zu oft im Krankenhaus. Vor allem hatte ich meinen Spass, als ich dir die Waffe noch kurz vor dir ausgestimmt bin, bist du noch hinten nachgeschossen. Boah, Bruder, das war so asozial von dir. Das wäre so lustig gewesen. Das war so asozial, du Pisco, gell? Bruder, dass du jetzt 80 Sozialstunden machen musst. Danke, dass du sie gemacht hast. Und die ganze Scheiße. Hallo, Tetschkowitsch. Folgendes Problem, da war Mülltonne im Weg und mich hat sie überschlagen mit dem Auto. Okay. Wie geht es Ihnen denn so weit? Er ist nicht ganz bei Trost, Mann. Ich bin, ich bin bei der Burg Trost. Gute Nacht. Gute Nacht, Süßer. Können Sie meinem Ehemann sagen, dass ich ihn ganz schön lief war? Der mit ihm doch trost. Ja, mir hat sie was wahr gegeben. Ja, bei der Mülltonnein. So, meine lieben Freunde, ich wünsche euch was. Gute Nacht, schlafts gut und bis zum nächsten Mal. Wir haben ja doch scheiße. Brandon hat nur 25 Euro raus donatet und hat Hey, war eine geile Situation. Ich war einer von den SWArd-Leuten. Das freut mich. Freut mich, dass er Spaß daran hat. Das freut mich sehr. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und ich danke dir herzlich für die großzügige Spende von 25 Euro. Dankeschön, nicht selbstverständlich. Freunde, damit das letzte Wort. Ich sage gute Nacht, bis zum nächsten Mal und tüdelü.